Fange ich jetzt einfach an? Ich weiß nicht. Oh, ich bin so nervös, Leute. Ich glaube, wir erwarten voll viel, aber ich weiß nicht, ob das so passieren wird. Unsere Freundschaft passiert jetzt hierauf, also macht ihr keinen Stress. Es ist ganz entspannt einfach. Okay, also erstmal ganz kurz, wer ist mit am Start? Ich habe euch gesagt, ich werde unbedingt Spielleiterin sein. Ich fand es sehr passend, als erster Mitspieler für meine erste geschriebene Runde all meine ehemaligen Spielleiter mit dabei zu haben. Also wir haben Ben, der mich so wunderbar introduced hat zu Pen & Paper und ganz viele von meinen Abenteuern geschrieben hat und ganz, ganz, ganz toll. Wir haben Mairi mit am Start, die letztes Jahr das Halloween Pen & Paper geleitet hat. Richtig cool. Und wir haben Burak Burito noch mit am Start, der ganz viele von unseren privaten Runden geschrieben, eigentlich alle unsere privaten Runden geschrieben und geleitet hat. Und wir haben Mauki dabei, weil Mauki und Mauki ist schon bei allen meinen Pen & Papers immer mit dabei gewesen. Ich habe noch nie ohne dich gespielt. Deswegen fand ich sehr wichtig, dass du mit dabei bist und das ist ziemlich cool. Und seid ihr bereit? Ich bin noch nicht bereit. Erzähl noch ein bisschen was. Alles gut. Nein, es ist alles gut. Ich denke, ich denke, ich kann starten. Ich bin so nervös. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben auch nervös von einem Stream. Schon sehr, sehr, sehr lange her gewesen, dass das das letzte Mal vorgekommen ist. Okay, liebe Leute. Meine lieben Damen und Herren, wir befinden uns im Königreich Stelluchs. Das gehört zum Kaiserreich Stellar, wie ihr hier auf dieser großartigen Map sehen könnt, die ich einmal für euch erstellt habe. Ich fand es ganz wichtig, dass ihr einen kleinen Überblick habt, wie alles zusammen funktioniert. Wir haben hier in blau das Königreich Stelluchs, in dem wir uns befinden und die vier angrenzenden Königreiche und in der Mitte die Kaiserstadt. Wir befinden uns, also unser Spiel findet in Stelluchs statt. Ich muss einfach schon klären, das ist Das sieht so gut aus. Das ist so gut gemacht. Das sieht einfach aus wie eine richtige Map. Eine richtige Map. Ja, liebe Leute, die Stadt ist grob unterteilt in vier bis fünf Segmente. Ihr seht in der Mitte das Schloss mit den Schlossmauern, drumherum das Nobelviertel mit den Nobelviertelmauern. Grüße an dich, Burak. Wir haben links die Höfe und Felder, da sind einige Bauern am Start. Wir haben oben links den Marktplatz mit dem Handwerkerviertel. Wir haben oben rechts das Gossenviertel, ein bisschen Slum-mäßig. Darunter das Arbeiterviertel und noch weiter unten den Stadthafen. Das ist unsere Stadt. Das ist, wo wir uns heute spielen werden. Ich habe eine kleine Einleitung geschrieben, die ich nochmal vorlesen werde für alle. Willkommen im Königreichs Deluxe. Ihr gehört zur königlichen Abenteurergruppe und eure Aufgaben bestehen darin, im Namen der Krone Höhlen zu erkunden, seltene Materialien zu bergen, umliegende Königreiche auszuspionieren, Geleitschutz für die Königfamilie und die Gefahrenerkennung durch Monster für das Königreich. All das, was auch normale Abenteurer machen, aber für die Krone, für die Königin und sehr gut bezahlt. Das ist eigentlich ganz cool. Denn für diese Tätigkeiten werdet ihr nicht nur sehr gut entlohnt, ihr wohnt auch in einer Kaserne direkt am Schloss, also innerhalb der Schlossmauern, verfügt über einen Adelstitel und werdet vom gesamten Königreich für eure Heldentaten gefeiert. Oder zumindest sollte das so sein, denn der vorherige König, der 100 Jahre lang regiert hat, hat eine strikte Politik gegen Tier- und Monsterartige eingeführt. Also alles, was so ein bisschen tiermäßig aussieht, Echsenmenschen, Hasenmenschen, Vogelmenschen, alles, was nicht 100% menschlich ist. So Elfen, die werden noch anerkannt, so ein Zwerg ist noch in Ordnung, so ein Ork, da ist schon die Grenze. Und je tierartiger oder Monsterartiger es ist, umso größer ist die Abneigung. Im Königreich Stelux gelten tier- und monsterartige Wesen als gefährlich, verwildert, unvorhersehbar und hinterhältig. Und deswegen werden sie nicht nur vom ganzen Adelshof gemieden, sondern auch im Volk ist es mittlerweile angekommen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel Diskriminierung und Ausgrenzung. Ja, als diese Regeln damals eingeführt worden sind, sind alle tierartigen und monsterartigen enteignet wurden, wurden ins Gossenviertel geschoben und da leben und tummeln sie sich. Einige wenige sind besonders entweder handwerklich begabt, zaubermäßig begabt und können sich eventuell im Handwerkerviertel, im Arbeiterviertel ein kleines Haus leisten und schaffen es irgendwie in der Gesellschaft klarzukommen, aber das ist eher eine Ausnahme als die Regel. Und dass ihr die höchste Stellung im Königreich habt, das passt sehr vielen nicht. Denn die neue Königin Jola von Stelluchs will trotz vielen negativen Stimmen im Volk und im Königshaus mit diesen Vorurteilen aufräumen und das, was ihr Vater in diesem Königreich mit euch angerichtet hat und mit den Menschen und mit eurem Ruf angerichtet hat, möchte sie gerne wieder gut machen. Und deswegen gab sie euch, die im Gossenviertel aufgewachsen sind und nicht viel haben oder hatten, die Chance, euch dem Volk zu beweisen, verliert euch die meist angesehene Stellung im gesamten Königreich und hofft, dass sich ab jetzt einiges zum Guten wenden wird. Diese Stellung habt ihr circa vor einem Jahr angenommen. Vor einem Jahr ist die neue Königin reingekommen. Es gab damals eine große Aufnahmeprüfung, bei der ihr gewisse Geschicklichkeits, Intelligenz und Kampffähigkeiten unter Beweis stellen musstet, ihr wart die besten sechs, also ihr vier und noch zwei weitere, die ausgewählt wurden für diese Abenteurergruppe und wir befinden uns jetzt gerade allerdings nicht in der Stadt, denn ihr seid auf dem Weg zu einem eurer Aufträge. Diesen Auftrag macht ihr circa einmal im Monat, das ist relativ, also es ist ein Ding, was ich schon öfter gemacht habe, denn ihr müsst ungefähr einen Tagesmarsch nord- westlich hinter euch legen, um in eine Mine an der Grenze zur Wüste zu kommen, denn in dieser Mine gibt es ein seltenes Edelsteinerz, welches ihr für die Königin bergen müsst, ihr geht in diese Höhle rein, schnappt euch eure Pickaxe, haut ein bisschen drauf, ihr seid mit einem kleinen Wagen und ein paar Pferden unterwegs, ihr reist nicht zu Fuß, aber ihr seid schon ein paar Stunden unterwegs, ihr habt den Wagen, um vor allem die ganzen Güter zu transportieren und es ist wichtig, dass ihr das macht, weil es ein sehr, sehr wertvoller Edelstein ist und falls ihr auf dem Weg überfallen werden solltet, wäre das gut, wenn ihr gewappnet seid dafür. So, liebe Freunde, einmal nochmal als kleine Eingrenzung, wo wir uns aktuell befinden, hier, das ist so ungefähr an der Grenze zum linken Königreichs der Russ und weiter nördlich vom restlichen Königsland. Es ist an der Grenze, es ist okay, die Königreiche verstehen sich nicht übertrieben gut, aber da kann man schon mit arbeiten. Okay, liebe Freunde, ihr seid auf dem Weg dahin, ihr sitzt euch in der Kutsche gegenüber, wollt ihr euch einmal kurz beschreiben und vorstellen. Kinkaru ist eine Arakukra, eine Vogelfrau, die ist relativ zierlich und die hockt etwas unbequem auf den Sitzen in der Kutsche, so ein bisschen zusammengefaltet und die Flügel so um sich herum zusammengezogen und die bastelt auch gerade so an einer von ihren Schwungfedern und zieht die wieder gerade. Die hat größtenteils weißes Gefieder mit ein paar bunten Sprenkeln drin und schaut sich immer nervös nach rechts und links um und ist ansonsten nur mit einer sehr leichten Rüstung angetan und mit einer Armbrust, die ihr am Rücken hängt. Ihr seht einen recht gut breit gebauten Leonin, dessen Körper komplett von hellgelbem bis weißem Fell geziert ist. Seine Haut und seine Brust, seine Arme und sein Gesicht zeichnen allesamt kleinere, mittelgroße und große Narben bis auf seinen Rücken. Dort hat er komischerweise nichts. Obenrum trägt er nur eine leichte Kettenrüstung, um seine Agilität im Kampf beibehalten zu können. Untenrum hat er eine ganz normale Lederhose basically an, einfach um seine dicken muskulösen Schenkel den Platz einzuräumen. Und links und rechts trägt er, wie ihr bereits in dem Jahr Zusammenarbeit gemerkt habt, zwei riesengroße Waffen. Einmal einen Warhammer und einen Longsword, mit denen er sich im Kampf bewahrt. Ein Leonin, das könnt ihr euch vorstellen wie, wie heißt nochmal dieses Pokémon? Leo? Leomon. Nur ein bisschen mehr Furry basically. Ja, es ist sehr Furry, ein großer Löwe, aber auf zwei Beinen. Dem Leonin gegenüber sitzt ein Echsenmensch tatsächlich. Das Größte an ihm sind wahrscheinlich die Füße, denn es ist ein Breitfuß-Echserich mit wirklich sehr großen breiten Füßen, die dann in einen sehr schlanken Körper übergehen. Türkisfarbene Schuppen, die den Echsenkopf nach vorne übergehen und Ember, also bernsteinfarbene Äuglein links und rechts immer so ein bisschen abwechselnd zucken, während er rausschaut. Ignatius Emerald Somersoul, der Zweite, ihr kennt ihn als Iggy, das ist in Ordnung, aber er hat diese Namen sich tatsächlich von seinem ersten Gehalt seit diesem Jahr gekauft, genauso wie die Kleidung, denn er trägt ein Schutzgambeson, aber sonst tatsächlich hauptsächlich feine Stoffe und eine feine Weste und will den Stand, den wir seit einem Jahr haben, auch nach außen zeigen, denn wie wir alle kommen wir ursprünglich aus dem großen Viertel und er möchte mehr, was ihr so ein bisschen von Iggy wisst ist, eigentlich wäre er gerne Bade geworden, aber er hat so einen leichten Sprachfehler mit dem Tschichenden Echlaut und das hat das Ganze dann kaputt gemacht. Bewaffnet ist er nicht, er hat allerdings einen sehr schönen Gehstock dabei und ihr wisst, wenn es darauf ankommt, kann er da einen Degen heraus hervorzaubern. In der Ecke seht ihr ein kleines Häschen sitzen, nicht ganz so klein, schon menschengroß, allerdings relativ zierlich, deswegen wirkt sie natürlich nochmal ein bisschen kleiner. Die Ohren relativ lang, hochgestellt, unfassbar sanft wirkendes Fell, maronenbraun, ihr würdet es am liebsten anfassen, aber ihr wisst genau, das tut man nicht, das tut man wirklich nicht. Sie hat bis zum Kinn ungefähr nochmal flauschiges Fell, was wie ein kleiner Bob ihr Gesicht unterstreicht, grüne Augen, die ziemlich scharf wirken, sieht so aus, als würde sie jeden immer mustern, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht so meint. Und sie hat außerdem natürlich auch noch ihre kleinen Schulterpolster und eine Brille auf dem Kopf, denn ab und zu muss sie wieder irgendwelche Maschinen fertigen, sie tinkert auch schon die ganze Zeit in der Ecke rum und jedes Mal wenn Funken kommt, reißt sie sich schnell diese Brille über die Augen, damit sie bloß nicht ihr Augen nicht verliert. Sie ist gerade dabei eine kleine Kanone zu bauen, von der ihr wisst, dass es eine Eldritch Cannon ist, die auch ganz oft gerne mal alles in Brand steckt. Aber ihr vertraut ihr. Ja, ich weiß das doch, wir machen das doch nicht zum ersten Mal, aber ich muss das fertig machen. Eben drum, wir machen das nicht zum ersten Mal. Ja, aber diesmal habe ich es unter Kontrolle, okay? Ich sitze nicht zu viert in der Kutsche, ihr habt noch eure zwei Gefährten mit dabei. Nämlich einmal sitzt im Wagen relativ in der Nähe, relativ weit vorne, sie ist nämlich sehr reisekrank. Nathala, sie ist ein Tiefling, also sie hat so dunkelrote Haut und sehr große schwarze Hörner. Allerdings hat sie ein bisschen ein Problem mit ihrem Äußeren und deswegen versucht sie das zu kaschieren. Denn sie trägt ausschließlich helle, also eine Tieflingsdame, aber abgesehen von ihrer roten Haut und ihren tiefschwarzen Augen und den dunklen Hörnern, wirkt sie auf den ersten Blick eher wie ein kleiner Engel. Denn sie hat knielanges, goldblondenes Haar, welches sie sich auch um ihre dunklen Hörner gewickelt hat, um die ein bisschen zu verstecken. Sie hat eine weiße Klerikerrobe mit einem sehr hohen Kragen und einem sehr, sehr langen Rock. Um die Hüfte hat sie einen goldenen Gürtel mit diversen Taschen und einem kleinen Notizbuch. Und sie schreibt da so ein bisschen rein und sie ist sehr still, aber sie ist gerne in der Gruppe mit dabei. Und vorne die Kutsche am Führen, die Zügel in der Hand für die Pferde, hat Calvin, ein 1,60 Meter großer, dunkelbrauner Haringon. Also auch ein kleiner Hasenmann. Er ist sehr, sehr, sehr breit gebaut, sehr muskulös und trägt eine sehr abgenutzte Plattenrüstung und ein eisernes Schwert, was er aber hinten bei euch gelagert hat. Und wenn man ihn auf den ersten Blick sieht, sieht er sehr tough und sehr stehlern aus. Aber blickt man ihm ins Gesicht, ist er einfach nur ein süßes Häschen, was man klauschen würde. Sag mal, warum lässt du die Brille nicht einfach die ganze Zeit auf, wenn du die ganze Zeit Funken sprießen? Dass du das nicht verstehst, das verstehe ich, okay? Allerdings, ich sehe nicht so viel durch die Brille. Ich mache noch alles kaputt, wenn ich nicht durch die Brille sehen kann, okay? Du machst dein Zeug, ich mache mein Zeug. Warum haben wir denn keine Brillen? Weil meine Augen sind ein bisschen wichtiger als eure. Ah. Wie jemand versteht das nicht? Nein. Was hast du gesagt, Kinkaku? Was Süßes? Jemand was Süßes? Oh ja, ja, gerne, gerne. Danke. Ist das selbst gemacht oder gekauft? Gekauft, gekauft. Gekauft, okay. Buff! Eine kleine Rauchwolke starkt aus dem Mini-Roboter raus, den Lissi gerade zusammenbaut. Alles gut, alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Alles gut, alles gut. Das gehört zum Plan. Immer wenn du das sagst, ist nicht alles gut. Ja, aber diesmal ist alles gut. Iggy hat so ein klein gefaltetes Pergament, was er immer wieder auffaltet und ein Auge so ein bisschen zu Nathala schielt. Und dann hat er tief ein und faltet es wieder zusammen und versteckt es in seiner Weste. Wir sitzen miteinander, Iggy. Gegenüber. Wir gehen gegenüber. Okay, ich nehme mich so ein bisschen nach vorne. Denken. Hey. Hey. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich bereite mich auf unser Abenteuer vor. Yay, die Minen. Ich hasse die Minen. Jeden Monat die Minen. Warum? Äh, nur so. Äh, nur so. Äh, esse weiter das Gebäck. Guck, Nicke einmal dankbar kinkere noch mal zu. Ich habe noch mehr. Hier ist noch Schokolade und ich habe auch noch, ich habe auch noch Kekse. Solange du mich hier nicht voll krümmelst, denn wenn irgendetwas in das Getriebe reinkommt, dann werden wir wirklich alle verbrennen. Das ist hier kein Spaß, okay? Ich weiß, dass das kein Spaß ist. Die ganze Sache ist kein Spaß. Ich meine, ich schaue Iggy genauer an. Du fühlst dich in Höhlen unwohl. Was soll ich sagen? Ich stemme meine Flügel rechts und links gegen die Tür. Oh, ja, das ist wahr. Ja, ja. Vor allem in brennenden Höhlen, blickt so Lizzie. Vielleicht einfach nur, ich habe es mit Feuer nicht so, das weißt du. Ich weiß allerdings, wenn uns irgendetwas passiert, werden meine Maschinen uns retten. Ja, aber muss es denn ein Flammenwerfer sein? Ja, muss es. Das ist nun mal die effektivste Möglichkeit gegen alles, was Kleidung trägt. Und Iggy, hast du schon mal jemanden brennen gesehen, der uns noch eine Gefahr war danach? Genau, absolut. Andererseits, und ich gucke so ein bisschen an mir runter, pass bitte damit auf. Ja, papperlapapp, das wächst auch alles nach. So vielleicht bei uns, vielleicht nicht bei ihr, aber ist ja noch nichts passiert. Heute nicht. Calvin, wann sind wir da? Calvin dreht sich noch hinter. Äh, es sind fünf Minuten nur noch, Leute, wir sind fast da. Ich gucke mal noch, wo wir hier gescheit halten können, dass wir die Kisten nicht so weit schleppen müssen. Packt eure Sachen zusammen. Und ich bin noch nicht einmal fertig. Wenn wir überfallen werden. Ihr seid schuld, ihr seid schuld. Ich? Dann wirft ihnen einfach dein komisches Ding entgegen, das explodiert und wir haben es gelöst. Ja, vielleicht, vielleicht schon. Ich nehme das Schwert von, ähm, Calvin. Äh, ich habe deine Waffen, ne? Wunder dich nicht. Liebe Freunde, ihr seid angekommen. Ihr kennt diese Mine. Ihr seid hier schon gefühlt tausende Male gewesen. Das Ganze liegt in so einer Mischung aus Wüste und Grasland. Also es ist tatsächlich unfassbar trocken, aber, ähm, so ein paar Kakteen sprießen hier und da, ein paar vertrocknete Bäumchen gibt es noch, ein paar kleine Graspatches, die wachsen. Generell ist es hier aber unfassbar heiß. Ihr, ihr kommt raus, die Sonne dröhnt, ihr habt direkt einen heißen Kopf. Ähm, es ist, äh, super heiß. Ähm, ihr seht vorne am Eingang der Höhle noch einen der Minen, ähm, Cards, die ihr da gelassen habt. Ihr wisst, innerhalb der Mine, ähm, also, als ihr die zum ersten Mal betreten habt vor circa zehn Monaten, war die noch relativ ganz. Aber jedes Mal, wenn ihr wiedergekommen seid, haben sich so ein paar Magma-Brücken gebildet. Und es wurde immer schwieriger, ja, da drin irgendwas wirklich produktiv zu arbeiten. Also seid ihr jetzt da, hofft, dass ihr danach sagen könnt, ey, die Höhle ist im Arsch, wir können da nie wieder hingehen. Aber ja, jetzt erstmal heißt es arbeiten. Das ist eine kleine Höhle, die ist aber sehr, sehr stark abfällig. Also ihr wisst, ihr müsst so ein bisschen klettern. Ja, bitte. Ähm, ich werde direkt einmal ein paar Schritte nach vorne gehen. Und, äh, mich einmal umschauen. Soweit ich kann. Das ist ja auch noch ein bisschen dunkel, nicht wahr? So bis hier? Ja, genau. Um den Dreh. Gut. Oh, sehe ich einen Enterhaken? Hm. Haben wir die Minecats? Also die Railways dahin gebaut? Oder war, äh... Ja, die haben wir dahin gebaut. Ja, okay. Ich würde den Enterhaken einsammeln. Ein Enterhaken ist immer das Wichtigste, was man beim Abenteuer dabei haben sollte. Ist der von uns? Haben wir den das letzte Mal vergessen? Ich weiß nicht. Äh, aber es fadet ja nichts an, dabei zu haben, nicht wahr? Hm. Ich sicher nicht. Ich schaue mich mal um, einen kleinen Rundumblick, ob irgendjemand hier auf uns lauert oder sowas. Ich würde einfach mal eine kleine Runde fliegen, rings um den Eingang, um mir die Landschaft anzuschauen und die heißen Aufwünde zu nutzen. Du fliegst ein bisschen hier nach links, ein bisschen nach oben, drehst eine Runde und es ist eine kleine Höhle, die in so einem kleinen Berg drin ist. Du siehst nichts. Es ist alles trocken, es sieht alles aus. Alles trocken und scheiße wie immer. Und? Dann lande ich, alles trocken und scheiße wie immer. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ah, sprich für dich selbst, EG. Naja, hier drin ist es schon ein bisschen scheiße. Also, wenn ich mir das ganze Feuer hier angucke, dann weiß ich gar nicht, warum ihr euch um mich Sorgen macht. Ist es schlimmer geworden? Es ist schon ein bisschen schlimm geworden, komm mal rein. Ja, dann trafen wir mal rein, Pickaxe in der Hand und die Wägen hinterher. Ja, ich würde so einen Mindcut auf die Railway stellen, so hoch hieven und dann einfach dort ein bisschen entlang brummen mit den anderen. So, du gehst jetzt auch mit hier rein. Uff. Gott. Hey, hoffentlich ist das unser letzter Auftrag hier. Ich nehme einen kleinen maschinellen Schlaghammer raus, den ich mir zu Hause wieder zusammengebastelt habe und fange an so. Mir rutschen immer wieder diese Brillen über die Augen, aber ich schiebe die immer ganz schnell wieder hoch. Es stellt sich immer die Frage, hält der Hammer Lichy oder Lichy den Hammer? Wir haben hier keine Zeit für philosophische Fragen. Das ist der beste Teil an der ganzen Sache. Die philosophischen Fragen oder ihr zuzuschauen, wie sie die Höhle demoliert? Oh, ja, wir sollten ein bisschen auf die aufpassen. Ich schaue mal zurück zu Kelvin und Nathaniel. Alles gut? Alles gut. Es ist mir zu warm darin. Ich würde mich so ein bisschen am Eingang warten und schon mal die Hüsten, die er dann rausbringt, so zum Wagen bringen. Ich glaube, das ist eher mein Job. Genau, bleib schon dich. Kevin geht so ein bisschen vor und der hüpft hier so über die Platten. Ist ihm alles ein bisschen zu blöd. Während er mir vorbeihüpft, will ich ihm sein Schwert noch geben, damit er nicht ohne Waffen hier rumläuft. Hey, vergiss das nicht. Man weiß ja nie. Aber wo er recht hat, hat er recht. Ich meine, wir sind Königsgrade und wir sind jetzt hier wieder, um Gestein abzubauen. Das ist ja irgendwie, also ich meine, es ist besser als im Gossenbirt zu versauern, aber ich hatte mir was anderes vorgestellt. Aber ist es wichtiges Gestein? Es ist wichtiges Gestein. Ich hoffe, es ist noch genug da. Wie sieht es aus, Kevin? Ja, warm und scheiße wie immer, würde ich sagen. Lissi nimmt diesen kleinen Schlaghammer runter und streicht sich so über die Stirn. Ich verstehe nur eine Sache nicht. Ich könnte doch zu Hause einfach irgendetwas Großes bauen, dass wir das hier alles schnell aushöhlen können. Wir könnten auch hier ein paar Leute abstellen. Wir könnten das immer wieder aushöhlen. Ich verstehe nicht, warum wir immer zu fünft hier hingeschickt werden. Und das... Sechs. Ja, fünf, sechs, alles das Gleiche. Und ich glaube, die Leute zu Hause haben Angst, dass du irgendein Viertel in die Luft jagst oder so. Nee, nicht, dass ich das denken würde. Es ist nur... Sag mal, geht's dir noch gut? Nein, mir ist warm. Ich will hier raus. Mir geht's gar nicht gut. Der Brand im Gossenviertel wurde ja aufgeklärt. Das war nicht Lissi. Das war ich nicht, genau. Laut Offiziellen, naja, egal. Ich gehe zu Kevin. Bin einfach nicht der Konversation distanzierend und fange an, das Gestein da hinten abzubauen. Alles gut. Ich denke ja, das ist damit nicht so viele Leute wissen, wo die Mine ist. Ja, das ist doch Quatsch. Da könnte man doch hier ein paar Leute abstellen. Ein paar Gardisten, ein paar... Ja, aber was sind die Clown? Was sind denn Clown? Wir wissen doch selber noch nicht mal, was wir damit machen. Naja, wir könnten es ja auch illegal verkaufen, aber wir sind vertrauenswürdig. Was er sagt. Ich nehme meinen Trinkschlauch und kippe ein bisschen was davon über Iggy aus, damit er nicht austrocknet. Oh, da. Ja, Auge. Ja, ja. Und Lissi, wenn du Beschwerden hast, dann musst du es von der Königin sagen und nicht uns. Nein, nein, nein. Das ist schon okay, so wie es ist. Vielleicht ist es ja die letzte Fuhr heute. Ja, vielleicht. Vielleicht. Und sie setzt wieder mit diesem Schlagherr an. Dann bist du auch hier bei den Sachen, ne? Genau. Ich kloppe da einfach auf die Steine. Auch dir Hilfe? Ähm, ich glaube... Nein? Beweg deinen Hintern hierher. Wir werden alle gleich bezahlt. Steh da nicht dumm rum, Echsenmann. Das sieht aber gut aus, Hasenmann. Geh, geh, geh. Ich will hier nicht fliegen. Ja. Ja. Klein und zerbrechlich und nicht sehr stark, helfe ich vor allen Dingen, indem ich Sachen von einem Ort zum anderen trage. So zwei Schritte weit einen Brockenstein. Klunk. Und um mich herum spritzt überall kleines Gestein herum. Und ich treffe leider aus Versehen immer wieder Leute. Aber es muss schnell gehen. Wir wollen ja hier rauskommen, nicht wahr? Ah. Hör mal. Pass bitte ein bisschen auf. Hör mal. Ich mach das hier gerade dreimal so schnell wie deine kleinen Löwen-Oberarme, okay? Also, beschwer dich nicht. Darf ich einen Strength-Check machen, um zu gucken, ob ich so einen riesigen, fetten Brocken einfach kaputt hauen kann? Hau raus. 15. Oh, okay. Also, du nimmst deine Pickaxe und du haust einmal richtig feste gegen das Ding und alle gehen so ein bisschen in Deckung, weil sie sich denken, oh Gott, was wird das denn jetzt? Und steckst die Axt rein und es passiert als nichts. Und dann, klack, 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 bricht so ein ungefähr so großer Brocken von dem Gestein raus. Ja. Ich gucke einfach nur so demonstrativ, lege den Brocken ins Minecraft und nehme die Pickaxe wieder. Ja, ist ja gut. Trotzdem, wir müssen vorankommen. Weiß jemand eigentlich, was das für Dinger sind? Oder wofür? Ah, nein. Irgendwas Magisches? Ich halte es mal genau vor der Nase. Vor dem Schnabel, Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Du weißt doch, dass meine Magie instinktiv ist. Ich tippe das mal vorsichtig an und halte es zwischen meinen Krallenhänden. Dann vor eine Fackel. Ich kenne mich damit nicht gut aus. Ich möchte einen Wisdom-Check rollen. Ob ich dir mir da vielleicht irgendwas aus dem Hintern ziehen kann. Aus deinem flauschigen Hintern. Aus meinem flauschi, flauschi Hintern. Ja, haha. Mein Wurf überträgt sich aus Roll20. Nein, jetzt habe ich meine natürliche 20 verschwendet. Nein. Egal, du kriegst mehrere. Ich habe eine 9 gewürfelt. Warte, Sekunde. Was kann ich da drauf rechnen? Plus 3. Also eine 12? Ja. Du guckst dir das an und du hast das Gefühl, es könnte irgendwas Magisches sein. Aber dir fällt auf, dass du noch nie danach gefragt hast. Ja, nein, keine Ahnung. Wir sind zum siebten oder achten Mal in dieser blöden Miene und haben noch nie uns gewundert. Und dieses kleine Steinzeln, was ich allen unter den Nasen halb habe, stecke ich gerade mal in meine Weste. So ein bisschen nebensächlich. Ich habe nie gewundert. Was denn? Was? Nicht klauen. Klauen? Nein, ich transportiere es nur. Guck mal, der Wagen ist komplett voll. Ich denke nicht, dass er geklaut hat. Ich denke, es ist bei ihm gefallen. Das passt schon. Es ist klauen, wenn wir es einfach den Berg wegnehmen. Ich meine, es gehört ja niemandem, oder? Oh, das ist philosophisch. Es gehört der Königin. Sekunde. Wir haben hier keine Zeit für philosophische Fragen und auch keine moralischen. Wir müssen hier weiterarbeiten. Ich würde gerne einmal zu Calvin schienen und gucken, wie er darauf reagiert hat, dieses ganze Gespräch. Gibt er dich so disgusted oder indifferent oder mehr so, whatever so. Calvin, gib dir einen Blick zurück, so ein ... Mir schreit. Ich zuck mit den Schultern und kloppe einfach weiter. Ich haue hier halt auf die ... Also von wegen so, ich haue hier halt auf die Steine und ich mache halt, was mir gesagt wird. I'm a simple man. Also da würde ich jetzt gar nicht irgendwie ... Ja, nee, fühle ich nicht. Calvin, du bist in Ordnung. Alles klar. Nathala ruft vom Eingang der Höhle. Und habt ihr schon den ersten Card voll? Kann ich den schon abholen? Ich bringe ihn rüber. Ja, Iggy beeilt sich Richtung Nathala zu kommen. Ja, ach. Bist du stark genug dafür? Schaffst du das? Soll ich dir helfen? Ja, 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 natürlich. Auf Schienen geht alles viel leichter. Ich habe gefragt. Danke. Dankeschön. Und sie nimmt dir so den Wagen ab und sie schiebt ihn so halbwegs mit Leichtigkeit. Also würde es nicht meinen, dass er so schwer war. Und sie schiebt ihn so aus der Mine raus und packt ihn jetzt hier unten so Stein für Stein in den Wagen und füllt da die Kisten auf. Ich helfe dir aufladen. Ja, ich habe gerade den Zettel wieder raus. Und als dann von hinten gehört wird, ist hier wieder jemand. Ja, helf doch einfach mal. Na, schau nach meinem Aufladen. Ja, mache ich. Alles in Ordnung? Brauchst du mehr Wasser? Ja, plopp. Ach, jetzt wieder hier hin. Ach doch, ja, jetzt. Hier, dein eines Auge sieht trocken aus. Das ist nicht gut. Besser. Aha. Lissi ist gerade ziemlich erschöpft von dem ganzen Begrabe und legt mal gerade ihre, was auch immer das eigentlich ist. Es ist wahrscheinlich irgendeine Schlaghammer mit einem sonst was Aufsatz. Sie setzt es einfach auf dem Boden und sieht sich eigentlich nochmal in der Höhle um und bemerkt, wir waren hier mehrfach drin, aber wir sind nie über diese Lava-Flüsse drüber gegangen. Was ist eigentlich da drüben? Und Lissi zeigt so über diesen Lava-Fluss. Keine Ahnung. Gehst du überprüfen, wenn du willst, also. Ja, äh, ich bin ein Harengorn. Ich bin kein Lava-Getier. Ich komme da nicht drüber. Aber du kannst springen. Du bist ein Harengorn. Hä? Ja. Ich kann dich auch werfen. Werfen ist eine Option, aber was soll ich da drüben? Das frage ich dich. Also, ich bin hier, ich mache meinen Job, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Hm. Habt ihr ein Problem da drinnen? Was ist denn da los? Ja, komm mal her, komm mal her. Ich bin da reingetappt. Kannst du darüber gleiten? Vermutlich ja. Also, es ist ganz oft wieder drüben. Waren wir wirklich nicht? Nein. Naja, da haben wir keine Schienen verlegt. Das stimmt, ja. Ha. Naja, ich bin auch nicht so neugierig wie andere Leute hier. Aber ich, gut. Soll ich rüber? Na, also, ich würde dich niemals dazu bringen, aber wir werden vielleicht nie wieder herkommen. Ich will, dass du rübergehst. Hat sie gerade. Danke, danke, danke fürs Übersetzen. Gut. Ich strecke meine Flügel, messe das Ganze dann mal ab und dann springe ich in die Luft mit mehreren angestreckten Flügelschlägen, um dann über die heiße Luft schnell drüber zu gleiten. Und dir fällt auf, dass die Höhle da genauso weiter geht wie vorne, aber halt nicht das Gestein da ist. Die Lava, die da aufgebrochen ist, scheint relativ frisch zu sein. Also, du hast das Gefühl, eventuell ist das nicht so, dass, ähm... Ich wende und komme wieder zurück mit heiß, 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 heiß. Und, und, was war drüben? Lava. Oder Magma. Wie heißt das, wenn es an der Oberfläche ist? Flüssiges Gestein. Es ist heiß. Und keine Kristalle. Oh. Rätsel gelöst. Zufrieden, Lizzie. Ja, aber es hätten ja auch irgendwelche Geheimstatuen oder tolle Truhen oder... Geheimgänge da sein können. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Also, wenn es dieses Gestein nicht gäbe, würde dieser Ort überhaupt keinen Wert haben. Naja, aber mitten im Nirgendwo sind meistens die großen Truhen. Hm, ich war noch nicht so oft mitten im Nirgendwo. Ich auch nicht. Hört plötzlich ein Schrei von draußen. Na, schau. Na, Tony? Meine Ohren zucken. Äh, ich spurte raus. Ja, hinterher. Meine Waffen gezogen. Okay. Ja, ich hinterher natürlich. Ohne meinen kleinen Schlaghammer. Pump, 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 pump. Ihr seht, dass Nathala gerade getroffen wurde von einem, ja, nennen wir es mal unheimlicher Magier. Er ist relativ groß, menschlich. Seine Kapuze ragt über sein Gesicht herüber. Und ihr könnt nicht wirklich das Gesicht erkennen. Ähm, er trägt wieder eine lange schwarze Robe. Ähm, ein Bart kommt unten heraus. Ähm, und ihn umgibt so ein roter Rauch. Ich sei da sich nicht sicher. Es ist, es ist Blut. Was, was, was ist es? Aber wenn dieser Mann mit einem Schlag Nathala gerade komplett ausgemockt hat, dann ist der sehr stark. Ist Nathala ohnmächtig? Ja. Ich spurte sofort zu Ihnen. Ja, ich würde den Mann anwalten. Einmal Initiative rollen. Juhu. Jawohl. Oh Gott, zum Glück habe ich meine erwärmliche 9 direkt schon verbraucht. Äh, ich mach's besser. Ich hab eine 8. Oho. Ich hab eine erwärmliche 6. Oh Mann. Ne, ich hab 8. Ich hab auch 8. Ich hab plus 2. Ja, plus. Ah, 11. Ich bin ja 11. Und? Moment, ich muss noch draufrechnen. Plus 2, das bedeutet 15. Du hast 15, was sagst du noch mal, Maywee? Eine 11 insgesamt. Okay, liebe Leute. Mauki fängt an. Wow. Ich stelle flugs meine Eldritch Cannon zu Ende fertig. Und lass sie für mich kämpfen. Mhm. Und ich zücke meinen, was hatte ich, eine Armbrust, ne? Hm. Ich zücke meine Armbrust und, ähm, schieße einen Teststudio. Schuss. Ich kann meine Eldritch Cannon eigentlich auch direkt, äh, loslassen, ne? Dann würde ich direkt nämlich auch die, äh, als Bonus-Action, äh, meine Eldritch Cannon, äh, einsetzen. Moment. Ist sie nah genug dran, ist die Frage. Wo bin ich denn gerade? Ja, du bist da direkt neben dir. Du. Das ist ein kleiner Bereich vor dem, vor der Höhle. Oh, ja, 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 ja. Dann würde ich definitiv treffen. Dann würde ich einmal gerade rollen für die Eldritch Cannon. Wenn du Flammenwerfer hast, muss Anni einen Rettungswurf rollen, weil du, pff, einfach triffst wie flammende Hände. Ach ja. Stimmt. Ich muss nur sagen, was ich... Ach so, Dexterity Saving Throw. Ja, genau. 14. Quasi der Angriff, ob der jetzt trifft oder nicht mit der Armor Class. Genau, du musst einen Dexterity Saving Throw machen. Nicht Amor Class, dein Dude wird ja jetzt in Flammen gehüllt, weil du meinst jetzt ein Dexterity Saving Throw. Er muss 14 erreichen, ne? Hat er. Oh nein! Egal, aber ich schieße ja hinterher noch mit meinem Armbogen. Armbogen? Weißt du das so? Armbrust. Armbrust. Daran. Hier steht allerdings 4d8. Das kann ja nicht sein. 4d8 Schaden. Nein, das ist es nicht, nein. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich muss mal gerade raus. Also, was ist denn das? Leichte Armbrust? Das ist eine Armbrust, genau. Die Standardarmbrust. Genau. Die macht 1d8 plus 1d8 Schaden. Aber kann sein, dass die eine Arcane Infusion hat drauf, oder? Ich hab noch keine Arcane Infusion drauf. Nee, das nicht. Alles gut. Ich hab noch keine. Es war nur gerade... Oh. Das war aber... Es ist nicht so gut. Okay, ja, cool. War aber schön, mitgemacht zu haben. Ich hab mich verpasst. Was hast du gerollt? Sorry. 5. Hätte cool aussehen können. Ja. Es sah auch sicher cool aus. Es hat nur nicht getroffen. Na gut, du lädst deine Armbrust, zielst auf den sehr, sehr unheimlich aussehenden Dude, schießt einfach, also dem Typ einfach vor die Füße und der guckt so hoch und ist so. Ups. Na gut, liebe Freunde. Der Kollege ist dran. Also. Schneller als alle. It's never slow as fuck. Der Kollege. And that's Fireboy casted Rage Quidditch. Ist das generell verboten in Runden mit dir? Dann muss ich mir nicht was anderes überlegen. Nee, 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 das nicht. Aber wir hatten ein lustiges, kleines Erlebnis beim letzten Mal. Alles klar. Jetzt muss ich kurz gucken, wie das genau gecastet wird. Es ist eine Melee Spell Attack und es steht dran, plus 9 to hit. Heißt das, der muss 9 oder höher würfeln, damit es aufhört. Also genau, du suchst dir ein, auf wen du, also er kriegt plus 9 auf den Wurf, den du gerade gleich würfelst. Und du suchst dir aus, wen du angreifst. Melee, das heißt, der rutscht jetzt zu irgendjemandem im Nahkampf. Und da musst du über die Rüstungsklasse und kriegst darauf plus 9. Liebe Freunde, ich habe euch gesagt, der hat jemand anderem mit einem Hit runtergeholt. Wen greifst du denn an? Ich gehe auf Lissi, weil die so frech vorne steht. Wo Anni recht hat. Oh, du hast Glück. 2 plus 9. Moment, ich gucke kurz. Hast du keinen Geschick-Bonus? Halt einen Moment, hast du keinen Geschick-Bonus? Äh, Geschick-Bonus? Also was hast du, Geschick? Geschick habe ich nicht so viel. Moment. Deshalb gehen die Dinger aber hoch. Nee, null. Null. Hast du keine Rüstung? Keine Rüstung. Leder. Leder reicht auch nicht, weil 11 ist 11. Ich glaube, ich habe Leder an, ja. Ja, dann hast du 11. Ich mache 11, ja. Dann hast du 11, ja. Okay, dann rollt du. Es war schön, dich gekannt zu haben. Ja, es war schön, sehr schön. Richtig. Okay, liebe Leute. Der Kollege. Ist das ein Dexterity-Saving-Throw? Nee, er ist an dich ran und hat attackiert magisch. Ja. Hält dich einfach. Du siehst, wie er so in diesen roten Tümpel, der um ihn herum ist, daraus einiges an Blut hochzieht, auf dich zählt und dir... Sie zählt, das ist nicht gut. Wenn sie zählt, dann zählt sie zu viel. Auf jeden Fall nicht nur ein Fuhrobst, sondern auch ein Plus dazu. Kein Problem. 21 Schaden. Hilft meine Brille? Moment, ich gucke gerade, wie viel ich überhaupt habe. Oh, hi, ich bin halb überlebt, ich habe noch zwei HP übrig. Er drängt dich basically in dieser Art kochend heißem Blut. Du kriegst, dein Fell fängt an, sich abzulösen und du hast das Gefühl, okay, das ist ganz komischer Schaden. Irgendwie habe ich auch gerade nicht das Gefühl, dass ein Heal-Pot mir helfen könnte. Cool. Und unsere Klerikerin ist bewusstlos. Ich schläft, nur alles gut. Ach so. Gut. Next one. Kinkaru, du bist dran. Was möchtest du vorschlagen zu tun? Ich stoße einen schrillen Schrei aus, erhebe mich in die Luft mit ein paar Flügelschlägen, greife dann an einen Anhänger, den ich um den Hals trage, erhebe die Hand, wo Funken drum sprühen und dann versuche ich einen Hexenpfeil auf denjenigen zu werfen, und der gerade beinahe unser Häschen umgebracht hat. Lass Lissi in Ruhe! Gut. Das ist plus fünf zum Treffen. 21 insgesamt. Trifft. Trifft. Dann darf, ich würde direkt sogar einen Spell-Slot auf der zweiten Stufe für verwenden, dann mache ich nämlich zwei W12 Schaden. Zwei W12. Lass mich nicht im Stich. Oh! Schön, 20 Punkte Schaden zusammen. Das heißt, ein Blitzstrahl baut sich zwischen mir und ihm auf und zuckt hin und her und knistert und kracht. Und den kann ich jetzt aufrechterhalten, solange ich nicht zu viel Schaden nehme. Okay, und er kriegt einen Scheißhaufen Schaden, er wird so ein bisschen davon zurückgestoßen und schaut jetzt gerade stark verunsichert. Verschwinde! Lass sie in Ruhe! Okay, weiter geht's. Ben? Iggy! Iggy, du bist dran. Ja, ich stimme zu einen. Ich sage nur, ja, lass den Schaden gehen in Ruhe! Und Lissi auch. Und ich ziehe aus meinem Stock den Degen und aus einem Gürtel einen Dolch und bin mit zwei kleinen Schweifschlägen hinter ihm. Er ist ja durch seinen Nahkampfangriff attached mit unserem Häschen. Also würde ich jetzt Sneak Attack mit einmal meinem Stockdegen und dann normalen mit meinem Dagger machen. Erster Angriff Stockdegen. Das ist eine 18 über seine Rüstung. Ja, trifft. Sehr schön. Dann bekommt er als normalen Schaden sieben und als Sneak Attack zwei W6 dazu. Das heißt, insgesamt bekommt er 14 Schaden. Er haut alles so rein, Alter. Und dann wird mein Dolch nochmal aufblitzen als zweiter Angriff Bonusattacke. Das ist halt jetzt kein Dings. Treffe ich mit 14? Nein. Dann geht er. Okay. Der Kollege ist gut angepisst. Als nächstes ist Kelvin dran. Hat Kelvin auch eine 8 gewürfelt für Initiative? Äh, 10 gewürfelt. Oh, dann wäre er vor mir dran. Ich habe nur eine 8 gewürfelt. Also ich habe eine 4 plus 4. Ach so. Ach so. Ist egal. Ich habe mich vor Kelvin geschummelt. Schurtengürtel. Und beinahe wärst du damit durchgekommen. Kelvin springt zu Lissy und packt sein großes Schild einmal so vor sie und er heilt dich um 5 HP und entfernt noch alle Statuseffekte von dir. Und deswegen hört sein Schild gleich auf zu vergammeln. Aber es tut immer noch scheiße weh. Ehrenmann. Kelvin. 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 Okay. Burak, du bist dran. Ich ziehe meine beiden Waffen, greife mit meiner Kralle ethereal in meine Seele und werfe meinen Echo neben ihn und beschwöre einen Echo, das jetzt mit mir kämpft. Dann greife ich ihn mit einer Attack-Action mit meinem Warhammer an. Das ist eine 7. Als Reaktion daraus greift mein Echo mit an. Das ist eine 8. Und ich habe mich schon scheiße gefühlt. Und das endet meinen Zirn. Ja, du holst aus und schlägst also peinlich daneben. Und dein Echo sieht das und schaut dich auch so ein bisschen verwirrt an und greift auch nach seiner Axt oder was war das? Nach seinem Hammer. Warhammer. Warhammer. Und holt aus und will ausholen, aber schlägt sich irgendwie kein Torf auf die Füße und hat das Gefühl, der Hammer ist irgendwie viel schwerer heute als sonst. Ja, der Magier-Kollege ist sichtlich verwirrt davon. Das war nur eine Warnung. Ihr seid euch beide sehr ähnlich. Du und dein Echo. Da ist auch mein Echo, hör mal. War das Absicht? Absicht! Sehr gut. Als nächstes ist wieder Lissi dran. Lissi atmet natürlich gerade schön auf, weil sie doch irgendwie überlebt hat. Und ich glaube, das ist gerade nötig. Castet auf sich selbst False Life, um ihr Leben mal gerade ein bisschen aufzufrischen. Ihr müsst nur kurz gucken, wie die Würfel funktionieren. Ein D4 plus vier. Das ist schön. Das freut mich. Ein D4. Gib mir was. Plus vier sind sechs Lebenspunkte obendrauf. Das heißt, wie viel hatte Calvin mich geheilt? Zehn, ne? Fünf. Zehn? Zehn, glaub ich, ja. Das heißt, zwölf plus. Juhu, ich bin wieder auf guten 22. Und meine Kanone als Bonus-Action hat Bock auf diesen Typen. Und sie steht zum Glück nicht hinter dem Schild. Also bitte, ein großer Feuerschwall. Wo ist deine Kanone nur platziert? Ich glaub, du machst mein Echo damit mit kaputt. Und mich, aber wir wissen eh gerade. Oh, das tut mir aber leid. Also, der Mann steht ja jetzt praktisch da, ne? Ja. Weil der ja sich gemeliertagt hat. Aber meine Kanone steht auf den Gleisen da. Hier? Ja, das heißt, sie würde eigentlich zwischen euch durchgehen. Nee. Er hat sich da vorgestellt. Der Lizard-Kollege. Ich muss ja irgendwo bei... Alles. Und bei Nassanjel. Boah, es ist so voll hier. An der engsten Stelle haben wir gekämpft. Wir haben ihn nicht reingelockt. Ich muss ja auch... Ich muss ja auch... Ich muss ja auch neben ihm stehen. Und mein Echo ja auch, weil wir... Moment, aber wo steht dann jetzt meine Kanone? Weil... Ich habe den Überblick verloren. Wen würde ich mit reinziehen? Nathaniel, mich und mein Echo. Das ist aber sehr schade. Nee, dann mache ich das nicht. Wenn die Kanone da steht, dann mache ich das nicht. Dann macht die Kanone gerade Pause, weil sie gerade raucht. Auch eine Pause. Als Bonus-Action kann ich aber, weil ich ja nicht mehr im Disc-Engage bin, gerne einmal hinter meinen Echsenfreund rutschen. Sodass ich wieder schön weit hinten bin. Halt nicht die Klippe runter. Oder nee, tatsächlich nicht hinter den Echsenfreund, sondern hinter unseren verwundeten Kleriker. Ach so, hinter der Person, die gerade im Sterben liegt, muss erst mal Deckung. Human Shield. Also, da ich noch lebe, ist das gerade ein bisschen wichtiger, okay? Nein, nein. Ich hüpfe über sie drüber und stelle mich hinter sie. Natürlich, um ihr zur Hilfe zu eilen, sobald ich kann. Alles klar. Und dann fände ich zu meinem Zug. Der Mage ist wieder dran. Er schaut sich einmal um und... Scheiße. Casted Flying. Na, bin hier. Bewegt sich hier in die Richtung weg. Der kriegt zwei Operative-Attacks von mir und meinem Echo. Was heißt das? Weil der ist ja von uns wegbewegt, kriegen wir einen Free-Mili-Attack. Okay. Also, der eine ist eine 17, der andere eine 19. Trifft beides, ja. Uff. Dann kriegt er 13 plus 3 sind 6 nochmal, plus 3 von meinem Echo sind 19 Damage. Als ich und mein Echo koordiniert beide eben einmal mit dem Warhammer so boom, ich in den Bauch und er in den Rücken schlagen. Als nächstes ist dran, äh, King Karu. Wenn der tatsächlich jetzt sichtlich flieht, dann lande ich erstmal, um nachzuschauen, wie es Lizzie und Nathani geht. Ist alles in Ordnung. Du, wir müssen gegen ihn kämpfen. Ich bin total safe. Die auf dem Boden, ich krieg das schon hin. Und du kümmerst dich um ihn. Der flieht doch schon. Ja, das heißt nichts. Wir müssen ihm hinterher. Was wollte er von uns? Wer ist das? Gut, 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 gut. Ich fliege hinterher. Und dann starte ich wieder mit ein bisschen Abstand jetzt. Der will mir nur helfen. Flattere hinter dem Magier her. Irgendeine Aktion noch, die du machst? Oder also nur hinterher? Ich bin gerade am überlegen, wenn du es mir noch zugestehen würdest, dann würde ich noch einfach einen Feuerpfeil hinter ihm herwerfen. Gut. Der ist plus fünf. Zack. Und mit einer Acht geht er wahrscheinlich irgendwo in die Wüste. Leise brennen, da kackt es. Hoffentlich breitet sich das nicht aus. Du fliegst ihm hinterher. Du bist aber noch so ein bisschen wackelig, weil du gerade erst gestartet bist. Und wirfst halt so ein bisschen ins Nichts so ein Pfeil hinterher und fliegt halt komplett woanders hin. Ha! Er gibt dir so einen Schulterblick und alles klar. Icky. Ist das jetzt gut, dass ich sie verfolge? Sollte sie nicht lieber hierbleiben? Ich meine, der haut doch ab. Ich weiß nicht. Ich ziehe eine viel kleinere Armbrust, als die Lizzie hat. Das ist immer das. Lizzie mit der kleinen Hälse mit dem riesen Armbrustding. Und ich habe so eine Handarmbrust, die sich aufspannt. Und ich würde, zwar mit Nachteil, weil der wahrscheinlich außer Reichweite von 30, ist auf lange Reichweite schießen. Aber ich würde versuchen, ihm noch einen Bolzen nachzujagen. Und ja, mehr habe ich dann auch nicht auf die Ferne. Das heißt, das eine ist eine 23, aber mit Nachteil ist es nur eine 16. Oh, trifft. Dann gibt es immerhin noch mal 3 plus 4, 7 Schaden. Wow. Ja. Alles klar. Alles ein bisschen beeindruckt, weil du mit dieser kleinen Armbrust tatsächlich superpräzise, superweit geschossen hast. Triffst ihn und du siehst, wie er ins Staucheln kommt. Knapp ihn dir. Alles klar. Ich versuch's. Woof. Leo. Ich brennte rüber. Ja. zu Nathala und stabilisiere sie. Mhm. Medicine-Check, ne? Yes. Eine 12, oder? Ich glaube, ich habe es proficient hier. Ich glaube, 10 langt, oder? Ich glaube auch, bei einer Stabilisierung reicht eine 10. Ja. Also ich nehme sie, versuche ihre Blutung zu stoppen, schnell abzubinden, so gut es geht. Du versuchst schnell erste Hilfe zu machen, aber sie hat quasi durch ihre Stoffrüstung in der Brust wie so eine Art schwarze, sich ausbreitende Krankheitsähnliches Ding. Und du kannst zwar die Blutung stoppen, aber diese schwarzen Adern, die so aus ihrem Bauch nach links und nach rechts gehen, die breiten sich weiter aus. Nein, 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 nein. Okay. Lissi. Wie weit ist der jetzt in der... Ups. Was sagst du? Ich habe Calvin vergessen. Ah, Calvin. Calvin. Ja, der Calvin, der ist auch nur so ein bisschen so ein NPC. Also hat sein Schild da aufgestellt und der hat dich nochmal um fünf gehalten. Okay. Ähm, okay. Nehme ich. Calvin, Calvin, Calvin. Äh, wie weit... Also wenn ich jetzt dran bin, wie weit ist der Otto entfernt? Ich würde sagen drei. 60 Feet komme ich. Ja, das passt. Ja, locker. Cool. Ich caste Katapult und nehme einen der größten Steine um mich herum, die ich finden kann. Der aber natürlich nur bis zu fünf Kilo wiegt, nicht wahr? Ja, denn mehr kann ich nicht tragen. Ich nehme diesen Stein und tue ihn auf meine kleine Maschine, die wie so ein kleines Katapult, wie so ein Tortenwerfer aussieht. Und flrrrnk. Der Stein fliegt und hoffentlich trifft er auch. Er muss allerdings einen Dexterity Saving Throw machen. Also ich muss nicht rollen, sondern du. Was muss er schaffen? Dexterity 14. Schafft er. Och, komm schon. Der Stein fliegt und segelt so. An halbem Schaden. Nee, nee, bei Katapult, der fliegt bis er trifft, der Stein. Also der wird jetzt... Den brennt ein Kaktus wahrscheinlich. Ja. Stuck mich von dem einen Schuss weg. An einem Failsafe kommt der Stein praktisch an dem Objekt an. Also an dem Zauberer ist er angekommen und plumpst dann nach unten. Okay. Nein, Stein. Der Stein macht ihm keinen Schaden, aber der ist natürlich echt groß. Also so fünf Kilo, während er gerade noch schon so sehr wackelig fliegt. Er landet unten auf dem Boden und kriegt Fallschaden. Wie viel ist Fallschaden? Kann man sowas machen? Der Zauberer wurde nicht getroffen, oder? Ich hatte ja... Doch, er wird getroffen. Ach so. Aber er kriegt keinen Schaden. Ah. Aber weil er fliegt und sehr angeschlagen ist, würde ich sagen, dass er aus der Fassung erfällt, kriegt Fallschaden. Da gehen die Bücher auf. Da kommen die Güte. Zehn Fuß sind, glaube ich, ein D6. Ja. Du bist die Chefin. Ei, ei, ei. Ein D6, ja, den nehme ich. Oh, zehn Fuß. Ich weiß nicht, wie hoch der fliegt. So zehn, 15. Aber musst du entscheiden. Schon höher. Also schon höher. Schon... Ja. Und er landet auf dem Boden und bewegt sich nicht mehr. Oh! Let's see! Sind wir auch in der Initiative? Oder sind wir raus aus der Initiative? Das ist rass. Okay. Ich würde gerne runtersprinten instantly und ihn stabilisieren und mit meinem Longsword an seine Kehle halten. Ich würde direkt testen, ob ich Q-Wounds auf... Na schade. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich habe ihn stabilisiert. Sehr gut. Auf den Kleriker würde ich versuchen, Q-Wounds zu machen. Ja, ich knie mich neben dir. Tu was, Lissi! Ich mache ja schon. Das geht halt nicht alles so schnell. Und ich nehme so ein Toolbag raus mit so Skalbellen. Du sollst sie nicht reparieren, du sollst sie nicht reparieren. Was machst du denn da? Das ist ja grauenhaft. Ja, jetzt warte doch mal kurz. Und ich nehme eine kleine Bandage raus aus meiner Tasche. Das ist gut. Ja, und kaste Q-Wounds auf diese Bandage und versuche die so ein bisschen... Und du castest Q-Wounds und du siehst, wie sich so das Loch in ihrer Brust verschließt. Aber diese schwarzen Adern, die reichen dir mittlerweile bis zum Hals. Oh, das ist nicht gut auf die Arme und ja. Ich brülle. Lissi! Ja, ja, ja. Heil den hier unten, behil dich! Nee, nee, nee. Den da heil ich nicht. Ich bin hier noch... Heil dich! Und ich nehme so ein kleines Skalpell raus. Was machst du denn? Vielleicht müssen wir sie aufschneiden. Nein, müssen wir nicht. Wieso hast du eigentlich diese komischen Dinger nicht? Hier, Calvin! Was hast du bei Lissi gemacht, dass Lissi keine schwarzen Adern hat, aber Nathaniel hat schwarze Adern? Ich könnte jede schwarze Ader aufschneiden. Du lässt das jetzt! Wenn sie nicht überlebt, ist das deine Schuld. Das ist auf deiner Kappe gewachsen. Die kann man nicht rausschneiden. Ey, solange wir nicht wissen, worum es geht, ist der ja die Einzige, der uns das sagen kann. Los! Okay, er ist stabilisiert, aber er ist noch ohnmächtig. Ich hopsele hinterher. Kann ich da einfach so runterhopseln? Ansonsten komme ich vorbei und greife dich mit meinen Krallenfüßen und trage dich. Kaka! Schweben dahin. Ja, die Adler kommen. Sehr angestrengte Adler. Ich möchte meine Action halten, dass, falls ich sehe, dass der Mann in Spellkasset sich direkt zuschlage. Mhm. Ich habe meine magischen Bandagen und meine Skalpelle mitgenommen. Und ich caste Q-Wounds auf das Arschloch, das da auf dem Boden liegt und meine Freundin zugerichtet hat. Aber ich habe meine kleinen Skalpelle auch direkt schon, äh, schon bereit. Ähm, Moment, muss ich würfeln bei ihm? Wie viele Harpeter bekommst, oder? Wie viele Harpeter bekommst du, oder? Wie viele Harpeter bekommst du würfeln. Ja, Intelligence ist bei Artifysik. Intelligence, Entschuldigung. Die meisten, die heilen können, haben Wisdom. Ja, deswegen, ich war gerade auch. Ich habe mir das auch nur eingepackt, weil ich das letzte Mal ziemlich gelitten habe als Nono. Ähm, Intelligence. Uh, plus vier, hallo. Okay. Wie smart as fuck. Oh, Elisie? Hm. Okay. Elf. Elf. Sauerbar. Alles klar, ähm, der kommt langsam, äh, wieder zu sich und öffnet sich so die Augen und er sieht so das Schwert, was ihm an der Kehle hängt und sieht so, dass die, 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 ähm, haarigen Arme von Leo, die ihn so, äh, festhalten. Ich, ich fletsche meine Zähne. Heisi da oben, los! Und er guckt so Lissi ins Gesicht, diese Hasenfrau, die halt relativ nahe steht, um diesen Zauber zu casten und ungeziefer, spuckt die ins Gesicht. Und du hast deine Brille nicht auf. Ja. Plötzlich aus seinem Mund ein weißer Schaum quillt und er bewegt sich nicht mehr. Und was sagt er? Was war das? Er dreht einmal aus Wut gegen seinen leblosen Körper, klettert er wieder hoch. Ich halte mittlerweile den Kopf von Nassanel und so ein bisschen die Haare von den Hörnern und so weiter. Es wird immer schlimmer. Wir müssen zurück, schnell. Verstehe ich mit ihm, warum... Ich, 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 ich versuche dich mitzunehmen. Ich packe. Ich packe Lissi wieder. Yes! Das wird zur Gewohnheit. Pass bloß auf. Lässt dich bald nur noch tragen. Er hat uns beleidigt und dann hat er das Unherrhafteste gemacht, was es gibt und sich selbst sein Leben genommen. Aber egal, wir wissen nicht, womit wir zu tun haben. Lass sie uns schnell zurückbringen. Ja, dann versucht Iggy tatsächlich, die Tiefling-Dame zu heben, schafft es aber nicht. Ist einfach zu schwach. Ich supporte instantly, so gut es geht. Danke, Leo. Lass Burak machen. Leo. 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 Wer ist Burak? Ich hieb sie so sanft über meine Schulter und laufe zurück zum Wagen. Okay. Ihr seht, wie Calvin die restlichen Sachen alle in den Wagen packt, sich vorne drauf setzt. Ich hoffe, ihr seid alle eingestiegen. Und ich sitze oben auf der Kutsche. Ich stürme aus der Kutsche raus. Was? Lissi, wir müssen los. Gebt Gas! Vielleicht hat er was dabei, was ihr helfen könnte. Wir haben noch mal nachgeschaut. Gut. Ich packe sie noch mal. Juhu! Das macht sie doch extra. Und sobald wir unten sind, stürme ich los und durchsuche ihn ASAP. Ähm, eine D20 müsste das sein, ne? Fahrt schon mal los, wir holen auf. Okay. Calvin! Ähm, ich kann irgendwie nichts finden. Es scheint nichts dabei zu haben. Du hast die Intelligenz doch recht hoch. Plus Nachforschung. Plus Nachforschung. Investigation, wenn es eröffentlicht ist. Ja, ich hoffe es. Oh, du Retter! Elf! Bam! Okay. Ja, du durchsuchst ihn und, ähm, du findest, ähm, einen kleinen zusammengefalteten Zettel, ähm, den du ihm aus der Brusttasche, also unten hat er das so in seinem Mantel drin gehabt, den kannst du ihm einmal, äh, den kannst du rausnehmen und wenn du den aufklappst, siehst du, dass das mal ein Stück von einem größeren Blatt Papier war, das ist so abgerissen. Ähm, und das Einzige, was draufsteht, sind die Koordinaten von diesem Ort, das heutige Datum und Mittagszeit. Ach, äh, das hilft uns nicht. Ich hab nichts anderes gefunden. Wieso? Was ist denn da? Ich zeig ihr das. Es ist, äh, einfach nur ein Zettelchen. Ja. Und? Nichts. Da steht nichts drauf. Ach, da steht nichts drauf. Gut. Ja. Dann, wir sollten, wir sollten versuchen, ihn wieder aufzuholen. Ja. Ich trete ihn noch einmal gegen das Schienbein und hinterher. Ich trag dich hoch bis auf die Straße, aber dann musst du laufen. Okay. Hopp, 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 hopp. Ja. Bist ja fix, du Häschen. Ich würde in der Kutsche, äh, Nassanel, versuchen, mal Wasser einzuflüßen. Schluckt sie? Oder läuft das alles nebenbei? Du packst es ja in den Mund, aber tatsächlich hast du das Gefühl, sie würde jetzt anfangen zu ertrinken an dem Wasser, weil sie es nicht trinken kann. Es läuft ihr nur in den Mund und, ähm, ihre Atmung wird, äh, schwieriger und holpriger. Na, schau. Ich würde gerne, ähm, musst du sagen, irgendwie versuchen herauszufinden, was das ist. Ist das Madison-Check, Arcana-Check oder ob ich mal von so einer Krankheit, von so einem zaubernden Fluch gehört habe, sowas. Madison-Check versuchen zu machen, ja. Ja gut, da hab ich plus null, let's go. Ja, das ist halt auch irgendeine scheiß Zauberkrankheits-Dreck. Fast schon so, als ob sie wie so Würmer in den Adern hätte, die so überall hochlaufen, ab dem Punkt, wo sie halt verwundet wurde. Eklig und komisch und, äh. Das ist ein ganz übler Fluch, Leo. Hast du schon mal davon gehört? Nee, keine Ahnung. Okay, das ist einfach nur, ich meine, das ist doch nicht normal. Ja, wo bleiben die anderen? Ich guck's aus der Kutsche raus. Und ich hab ihr nicht mal mein Gedicht vorgetragen. Ist es das, was du da die ganze Zeit angeschielt hast? Hm, was? Nee. Hm? Hey, Iggy, ich leg so meine Hand auf die Schulter. Du wirst noch Gelegenheit dazu haben, aber... Okay. Wir müssen uns jetzt beeilen. Zurück nach Stellungs. Und spähe die ganze Zeit so, ob ich die anderen noch sehe. Es ist, äh, nach Stellungs ist es mit der Kutsche auf Vollgas, ähm, circa so ein sieben, sechs bis sieben Stunden, ähm, Fahrt. Und, ähm, irgendwann ab der dritten Stunde, in der ihr unterwegs seid, seht ihr, wie diese schwarzen Würmer, die Nathala in der Haut hat, sie komplett, komplett bedeckt haben, ihr Gesicht zersetzt haben, ähm, ihr Laufen aus dem gesamten Körper an den Stellen, wo es zersetzt ist, wie so eine Art schwarze Gülleflüssigkeit. Äh, sie hat aufgehört zu atmen. Tu doch jemand was! Warum macht er was? Haben wir keine Heiltränke? Haben wir gar nichts? Ich glaube nicht, dass irgendwelche Heiltränke da helfen werden. Das hat ja Zauselbart sogar selbst gesagt. Aber, ähm, aber warum versuchen wir es nicht mal? Die Kutsche fährt noch. Ihr seid auf Vollgas auf dem Weg in die Innenstadt. Hm, wir können sie nur zu... Können wir sie stabilisieren? Sie atmen nicht mehr. Wir können sie zum Tempel bringen. Ich, ja, ich hab ne Menge zurückgelegt. Wie viel kostet das? Was muss man machen, um jemanden im Tempel? Weiß ich nicht. Ich halte sie einfach fest. Weiß ich nicht. Wir finden das raus. Okay. Drei weitere Stunden vergehen. Es ist mittlerweile schon fast dunkel. Ihr kommt wieder in der Innenstadt an. Ja, ihr fahrt in die Stadt und ihr startet erst mal hier oben. Ups, warte. Ihr kommt hier oben wieder zurück in die Innenstadt rein. Ihr seid quasi von links losgeritten. Die normale Herangehensweise ist nach jedem Auftrag eigentlich erstmal ins Schloss fahren. Alles abgeben, Bericht erstatten und dann habt ihr Feierabend. Wir scheißen auf die normale Herangehensweise. Ja, fuck that. Calvin, los! Hauf zum Tempel! Solche Stunden kennen wir später noch. Alles klar. Ihr kommt, äh, äh, der Tempel befindet sich am Hafen direkt innerhalb des Nobelviertels. Ihr kommt hier vorne an die erste Mauer und es stehen dort, ähm, zwei sehr großgebaute königliche Wachen. Passierschein? Machen die ja. Hier, äh, hier, Passierschein. King Karu 067. Ignatius Emerald Somersault 2 041. Wie könnt ihr Zeit haben, euch damit zu beschäftigen? Naja, wir können durch die Station des Tor fahren, nicht wahr? Mhm. Wir können's versuchen. Oh. Tut mir leid, Vorschrift ist Vorschrift. Leo 064, jetzt mach auf. Einmal den Wagen aufmachen, wer ist denn noch da drin? Der, äh, äh, Klippchen. Klippchen kämpft sich auch nach vorne. Ja, ihn weist sich aus, auch. Ich würde mal ein Tuch über Nassaneel ziehen. Ihr müsst nicht unbedingt sehen, dass wir hier irgendwie eine schwarze, also, dass wir was ins Schloss bringen, was vielleicht nicht ins Schloss soll. Ich zieh mal etwas darüber und, ähm. Ja, ich, Lissi kämpft sich nach vorne. Lissi, lauf gut. 085. Wir müssen jetzt hier sofort rein. Mhm, und was ist das da? Das sind die Krist... Diese bedeckte, ähm, die dort liegende Nathala? Das sind die Kristalle. Und ich greife in meine Weste unter die Decke und hole den Kristall raus, den ich in die Weste eingesteckt habe und zeig denen. Das, weswegen wir unterwegs waren. Mhm. Nicht jeder kann hier vorm Stadttor einfach nur stehen, bis die Beine lahm werden. Manche müssen auch arbeiten. Mhm. Und er guckt so... Hebt so dieses Tuch hoch, was du über Nathala gelegt hattest. Stuh! Hat die auch einen Ausweis? Ich fang an. Ich setze mein Lions Raw ein. Mein Daunting Raw. Okay. I'm fucked. I'm fucked up, man. Die machen einen DC-13-Wisdom-Saving-Throw. Äh, okay. Hat die auch einen Ausweis? Das ist unsere Kameradin. Ja, gut. Ist ja gut. Drecksviecher. Macht das Tor auf. Rainer. Vielen Dank. Die Königin wird davon erfahren. Spucke aus dem Wagen hinten raus, werdet ihr durch das Tor fahren. Das ist beim Löwen wahrscheinlich so richtig... Ja, so ein richtiger... Könnte ich mal spucken. Gut gefüllt, Leo. Du weißt das. Ich kann's nicht glauben, dass wir uns... Es hat sich in einem Jahr nichts verändert. Sie hassen uns. Ist ja auch egal. Jetzt verschwendet eure Energie nicht für diese... Kelvin Tempel. Lizzie hat recht. Ja, ihr geht privat mit Vollgas zum Tempel. Über der Straße sind noch Leute. Es ist der Abend, aber es ist noch relativ viel Bewegung in der Stadt. Und alle weichen so ein bisschen der Kutsche aus, die viel zu schnell Richtung Hafen fährt. Und da sind so ein paar Streifenwachen und die schauen euch an und sind so... Aber ihr seid zu schnell dran vorbeigerauscht und ihr kommt hier unten am Hafen am Tempel an. Da sehen wir einen Priest, einen Acolyte, irgendwen, einen Tempel... Ihr geht in den Tempel rein, die Tür ist aktuell noch verschlossen. Also müsstet ihr den Weg klopfen. Ich hämmer gegen. Und du hämmerst und während du feste Gegenschläge merkst, dass die Tür einfach aufgeht. Du gehst rein. Und das hätte auch einfacher gehen können. Kann jemand mir mit Glashange helfen? Ja. Ihr blickt auf eine Runde weißer, bärtiger Männer, die alle da in heller Kleidung stehen. Sie tragen ein Kreuz auf der Brust. Der Tempel ist generell relativ runtergekommen. Das ist schon ein älteres Gebäude, aber wird noch gut besucht, entscheidend. Und die Männer schauen euch abschätzig an und sagen, das ist ein Tempel. Bereicht doch mal zusammen. Was wollt ihr? Hilfe von den Göttlichen. Einer aus der königlichen Garde ist auf Gizarat und Weise verstorben. Leo, Leo, bringst du sie mal her? Ich nehme sie sanft von unten und trage sie mit Obhut. Ja, dann. Und lege sie in den Tempel. Kommt mal mit. Und dann folgt die ihm hinten durch in eine Art Zimmer. Da ist wie so eine große Liege aufgebaut. Alles aus so hellem Marmor. An der Seite ist ein Tisch mit mehreren Schubladen, wo einiges an Besteck liegt. Und er sagt, kann man bitte hier auf die Liege legen, bitte. Leg sie sanft ab. Ja, und was sollen wir damit jetzt machen? Damit, dass ich eine Freundin, ihr sollt sie wiederholen. Wir haben gesehen, dass ihr das macht. Wir sind bereit, auch eine Spende an den Tempel. Wir bezahlen. Oder sagt uns wenigstens, was das war. Denn das war keine normale Magie. Seht euch das doch mal an. Okay. Er macht einen Medicine-Track. Ein eigentlich sehr weiser Mann im Tempel. Da sucht sie und schaut sich so die Wunden an. Er trägt so Handschuhe und fasst das Ganze nur ganz vorsichtig mit so einer Art Pinzette an. Und zieht so ein bisschen von der Haut ab und merkt, dass die schon komplett zerfallen ist. Und er ist so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht für mich nach irgendeinem sehr bösen, magischen Fluch aus. Aber hättet ihr sie früher gebracht, hätten wir sie vielleicht noch heilen können. Aber wir können keine Toten wieder auferstehen lassen. Wir sind so schnell gekommen, wie möglich war. Ja, beim nächsten Mal einfach früher. Beim nächsten Mal? Ich stürme Richtung Schloss. Ich gehe einfach stampfend, wütend aus dem Zimmer, ohne was zu sagen. Und wer trägt sich jetzt raus zur Kutsche? Ich nehme die Füße sehr unwürdig. Ich fasse das nicht an, aber ich gehe trotzdem hinterher. Ja, danke für die Hilfe. Und es wird wahrscheinlich ein nächstes Mal werden, weil die Gefahr kam aus unseren Landen. Wird nicht der Letzte sein. Stimmt, er ist Richtung Osten geflohen, oder? Ja. Ja. Dann zum Schloss. Zum Schloss. Und wenn wir Leo einholen könnten und verhindern, dass irgendjemand den Kopf abbeißt, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, das wäre wahrscheinlich gut. Aber ich muss mit euch reden, sobald wir wieder alle zusammen sind und Leo vielleicht wieder ein bisschen denken kann. Also nie. Ich würde das Daniel zurückbringen ins Viertel. Ich komme danach. Wohin zurück? Im Schloss. Ich komme zu, wo sie gewohnt hat. Ich dachte, wir bringen sie zum Schloss. Achso, wir bringen sie zum Schloss. Also können sie zum Schloss bringen, sie wohnt in der Kaserne am Schloss. Ja, ja, genau. Aber, achso, ich dachte, er wollte direkt zum Schloss, um der Königin den Kopf abzuweisen. Gut, dann mit der Kutsche zum Schloss, ja. Also ja, ich bin auf dem Weg zum Schloss. Ich bin nicht auf dem Weg zu unserer Kaserne, ne? Ja, ja. Gut, er kommt an bei den Schlossmauern. Auch hier ist wieder ein Tor. Die Wachen sind davor. Ich komme als Erster an, ne? Mhm. Ich hole meinen Pyramid raus. Leo, White Soul Star. Hier, um Bericht zu erstatten. Okay, äh, so mal gar nicht. Einmal Abstand nehmen und wie ein zivilisierter, ich sag mal ganz vorsichtig, Mensch, stell dich vor, zeig deinen Ausweis und dann darfst du hier auch rein. Leo, White Soul Star, der Herr. Na, geht doch. Öffnet das Tor. Ich schnaube, weil ich habe im Vorbeilauf, aber nur so. Die ist bestig, also nicht die ist abfällig, sondern einfach die ist normale, was halt so Tiere machen, so weißt du, dieses und gehe rein. Sehr gut. Er schließt das Tor wieder. Du bist auf dem Weg zum Schloss. Joa, ich suche primär, ähm, einen Vorgesetzten or something. I don't know. Oder sind wir direkt unter der Königin? Ja, ihr könnt direkt zur Königin gehen. Also ihr seid wirklich direkt unter der Königin. Ihr seid die, also nicht mal Ritter oder welche anderen, ähm, ähm, Leute am Hof könnten so direkt zu ihr gehen, aber ihr habt direkt Zugang zum Thronsaal. Ihr könnt da hingehen. Ich mach mich dann auch mit zum Thronsaal. Äh, ja. Ja. Kommt's auch da an. Die Königin, ähm, sitzt dort auf ihrem Thron, ähm, sie bespricht was mit ihrem Ehemann. Ein bisschen, scheint eine lockere Unterhaltung zu sein. Ähm, die Königin, sie hat sehr blonde, lange Haare. Sie ist sehr, sehr, sehr schlank. Ähm, und, ähm, ihr merkt, sie ist auch eigentlich was älter. Also so eine 50-Jährige. Sie hat schon ein paar Falten, sieht aber ganz gut aus für ihr Alter, wenn man das so sagen mag. Ähm, sie trägt eine lange beige Königsrobe, äh, mit einer Schleppe und einem hellblauen Kurzmantel. In hellblau ist auch das ganze königliche, äh, Schloss geschmückt. Ähm, das Wappen ist in hellblau, das passt alles, ähm, äh, zueinander. Ähm, sie trägt außerdem noch ein goldenes Diadem um die Stirn. Ähm, und ihr Ehemann, äh, Marenus, äh, steht direkt rechts neben ihr. Er ist ein Halbelf und er hat, äh, dunkle, blonde, kurze, lockige Haare und einen rauschigen Bart. Ähm, der fast, also der ist so rauschig und seine Haare sind so lockig, dass fast schon seine, äh, kurzen, spitzen Ohren davon bedeckt werden. Also es kommen nur noch so die letzten kleinen Zipfel, ähm, raus. Er ist was kräftiger und ein sehr rundes Gesicht, aber ein sehr freundliches Lächeln. Und er ist nicht so schick angezogen wie die Königin. Und er trägt locken, also er trägt eher lockere Kleidung, ähm, so ein bisschen so eine offene, so ein offenes Hemd, bisschen in die Hose reingesteckt, ähm, und, äh, die goldene Brosche, die quasi immer der angeheiratete Königspartner, ähm, auf der linken Brust trägt. Äh, ich knie mich vor ihnen nieder und fletsche meine Zähne. Ah, Leon. Herr und Frau Stelux. Schön, dass du wieder so die anderen. Ja, die kommen gleich. Darf ich mich erheben? Ah, ja, natürlich. Ah, ist was vorgefallen? Ähm. Was ist vorgefallen? Ah, und jetzt setzt das so langsam ein. Ich fang so ein bisschen an zu zittern. Mhm. Wir haben... Natala verloren. Wie, wie, ihr habt Natala verloren? Und du siehst, wie der Königin, sie fängt an zu zittern und dir steigen so die Tränen in die Augen. Und sie so, wie, was, äh, 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 was ist passiert? Wurde die überfallen wegen diesen Edelsteinen? Was ist passiert? Ich, ich... Ich war zu langsam, ich hätte da sein können, ich... Was machen die anderen? Wir waren die Edelsteine schürfen. Oh, sorry. Seid ihr auf dem Weg? Kommt ihr jetzt rein auch, oder? Wir kommen. Ja, ja, ja. Ihr kommt mit ins Schloss, ihr... Wir sind so schnell wie möglich hinter... Selbes Spiel, auch in den Wachen, natürlich, brav mit Nummer und alles. Natürlich. Mit einem Lächeln, soweit. Mit einem ganz breiten Ex-Lächeln. Ich hab'n Schnabel, ich kann nicht lächeln. Ihr ja auch nicht. Äh, 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 du hättest schneller sein können. Okay, ganz ruhig. Ähm, hier, ähm, Butler, bring bitte einfach, ähm, Tee, Getränke, irgendwas für die Armen und Stühle und die Leute bringen Stühle rein, dass ihr euch setzen könnt und die sehen, ihr seid fertig, ihr kriegt einen warmen Tee gereicht und die Königin setzt sich zu euch und ist so, was ist passiert? Erzähl mir alles. Also, wir haben unseren Auftrag ausgeführt, so wie immer, so wie die letzten paar Monate. Als wir von außen einen, 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 einen Schrei gehört haben und ich muss sichtlich innehalten, als wir rausgestürmt sind, war ein Magier da, der einen, 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 einen schwarzen Bolzen auf Nathala geworfen hat. Ich, ich, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war, ich, äh, Lissi, übernimmst du bitte, ich, ich, ich hab keine Ahnung, was das war. Lissi, äh, hat sich natürlich auch hingesetzt und sich, ähm, etwas zu trinken gegriffen, ist sichtlich erschüttert, allerdings versucht sie immer noch, die Clevere zu spielen und, ähm, mit einem Seufzen guckt sie hoch. Nun, es scheint, äh, ich würd gern noch einen Medicine-Check machen, ähm, damit ich will nicht existieren. Habt ihr sie da? Nein, wir haben sie nicht da, aber ich, äh, ich hätte es eigentlich schon vor Ort machen sollen. Hm, hast du aber nicht. Hab ich aber nicht, hm. Ein Wisdom-Check würd ich dann gerne machen, bitte. Mhm, mach das. Beziehungsweise, wo ist sie überhaupt? Wir haben sie doch mitgebracht, oder nicht? Wir haben sie mit ins Schloss getragen. Wir haben sie natürlich immer die ganze Zeit dabei gehabt. Hab wir? Okay. Oder nicht? Wo haben wir sie gelassen? Haben wir sie mit ins Schloss getragen? Ich dachte, bei, bei Calvin in der Kutsche vielleicht, oder? Okay, wir haben sie in der Kutsche gelassen, okay. Solange jemand weiß, wo sie ist. Calvin ist auch. Ich hoffe, dass es nicht irgendwas passiert, aber der ist nicht betroffen. Gut, 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 äh, 3, 16. Du kannst hier so ein bisschen, du hast viel gelesen in deinem Leben und es sah für dich aus wie eine Art nekrotischer, magischer Schaden oder Fluch. Du bist dir aber nicht sicher, was das sein könnte und auch vor allem nicht, warum es so, ähm, so stark war, dass es, äh, sie so aus, äh, so zerrissen hat, direkt. Nun, wir hatten, weshalb auch immer wir diesen Auftrag ausführen mussten, ähm, hatten wir ein bisschen Besuch bekommen, denn, äh, sie war alleine und dort hat ein Magier sie erwischt. Wir wissen nicht, was er war, wir wissen nicht, wer er war. Warum war sie alleine? Deswegen geht ihr zu sechst, damit niemand alleine gelassen wird. Tut mal, nun ja. Oh Gott, Entschuldigung, meine Schaden. Nun ja, sie wollte sich gerade die Beine vertreten und ist dann vor die Mine gegangen und wir hätten es besser wissen müssen. Es ist meine Schuld. Normalerweise bleibe ich mal schön draußen, weil ich diese blöden Steine, die wichtigen Steine nicht abbauen möchte. Es, 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 es war meine Schuld, eigentlich bin ich meistens draußen, aber ich hab die Höhle weiter erkundet, was ich nicht hätte tun sollen und was auch überhaupt nichts gebracht hat. Ist doch egal, wer Schuld hat, Fakt ist, dass wir nicht da waren. Ja, es ist, äh, wohl eher unser aller Schuld, dass wir ihr nicht, äh, befohlen haben, mit uns zu kommen. Äh, allerdings ist das Problem, wir wissen nicht, was sie umgebracht hat. Wir wissen nur, dass es ein Fluch war. Auch mich hat dieser Fluch getroffen. Allerdings war es anscheinend eine schwächere Version und er konnte ganz einfach geheilt werden. Bei ihr hat das nicht funktioniert. Es, es war eine seltsame Magie, die aussah wie ein, 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 wie Blut, wie, wie ein Nebel oder, oder so wallendes Blut um ihn herum. Ja, ein Augenblick, die Königin, äh, geht an so ein kleines goldenes Schränkchen und nimmt so einen Mutizzettel und einen Stift raus und ist so, okay, sag mir also, Blut und wie, 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 wie eine Pfütze oder wie ein Nebel aus Blut und damit hat er auch auf jeden Fall Lissi angegriffen. Wie genau er Nathala angegriffen hat, das haben wir gar nicht gesehen. Und er hat Lissi angespuckt. Er hasst unser Eins. Ja. Mhm. Dazu muss ich noch sagen, die Priester im Tempel haben natürlich mal wieder komplett ihren Beruf verfehlt. Vielleicht sollten die mal ausgetauscht werden. Sie beherrschen nicht einmal die Basis. Sie beherrschen nicht einmal Resurrection. Sie beherrschen gar nichts. Lissi, andere Schäden. Oh, Moment mal. Hast du eigentlich was bei dem Zauselbart gefunden? Habt ihr was bei ihm gefunden? Ihr wart doch nochmal zurückgeflogen. Nein, haben wir nicht. Ah. War da nicht ein... Nein. Ich hab tatsächlich nichts gefunden. Ich habe tatsächlich gehofft, dass ich ein Gegenmittel finde, dass ich vielleicht ein Buch finde, was alles erklärt, allerdings nichts. Ein was war da? Was wolltest du da sagen? Ich schau zwischen Leo und Lissi hin und her. Ich gucke dich mit einem starren, intensiven Blick an. Wenn ihr irgendwas gefunden habt, was mir helfen kann, herauszufinden, wer euch da angegriffen hat, dann... Einen Moment. Alle bitte raus! Und es gehen alle raus und alle Bediensteten verlassen den Raum. und der Ehemann schaut so komisch und ist so, okay. Geht so aus dem Raum und... Während alle aus dem Raum gehen, gucke ich unser Arakokra-Weibchen mit ziemlich bösem Blick an. Bemerken wir das? Ist das schon so offensichtlich? Also... Bemerken das Leo und Iggy? Oder wir müssen das heimlich machen? Also ich versuche ihr einen Blick zuzuschießen, der sie wissen lässt, dass ich das gerade nicht so schön fand, allerdings... Ihr seht das schon, aber ihr wisst nicht warum. Ich gucke Kinkaku weiter an. Also, du wolltest gerade was sagen. Stimmt's? Klappere panisch mit dem Schnabel, hüpfe von einem Fuß auf den anderen und dann... Da war ein Zettel! Ein Zettel und ich wende meinen Blick Lissi zu. Ich weiß aber nicht, was drauf stand. Lissi sagte, da steht nichts drauf. Also war es auch nichts. Also hat Lissi auch recht. Da war einfach nur ein Zettel mit Gekritzel drauf. Da stand nichts. Da stand weder, wie wir diese Misere beheben können, da stand generell einfach nichts draus. Und ich kram in meinen Taschen und suche diesen blöden Zettel raus. Entschuldigung. Und, ähm, zeige den Zettel herum. Mhm. Auf dem Zettel, ähm, stehen die Koordinaten und eine grobe Wegbeschreibung zur Minenhöhle. Ähm, das heutige Datum und Mittagszeit. Ich geb's an Leo weiter. Guck's mir an. Das ist aber ein bisschen mehr als nichts, Lissi. Nun ja, das wollte ich vielleicht nicht vor den Leuten, die hier auch noch im Raum waren. Ich kenne diesen Butler nicht. Mhm. Ihr müsst auch ein paar Mal nachdenken, meine lieben Freunde. Es ist deine Aufgabe. Ja, aber ihr steht mir immer im Witten. Ach, egal. Wieso hast du uns während der Kutschfahrt nichts erzählt? Wir waren am Trauern. Und der da, und ich zeig auf Leo, kann nicht denken, wenn er wütend ist. Das stimmt. Na, wenigstens handel ich, anstatt nichts zu machen. Ich handel auch. Also, ein Zettel, der sozusagen genau den Zeitpunkt, den Ort, das Datum, also den Zeitpunkt, benennt, wann wir in dieser Mine sind. Ja, versteht ihr nicht? Das ist ein Hinterhalt. Jemand hier wusste, wo wir sind und hat einen Auftragsmörder rausgeschickt. Aber warum hast du mir dann gesagt, das wär nichts? Weil wir keine Zeit hatten. Da war jemand am Sterben. Aber du hättest... Egal, wir reden andermal darüber. Ja, Entschuldigung, eure Majestät. Ja, Entschuldigung. Fräulein Stelox. Ich gehe ihr schon mit Respekt entgegen, aber auf eher Augenhöhe. So, weißt du? Fräulein? Vornehmen, aber schon so, ne? Fräulein. Ich neige mich kurz zu. Die sind gar nicht verheiratet? Oder Frau? Ist Fräulein O? Rewind, Rewind. Ich bin nicht damit nicht aus. Hi, Schett. Schau, Entschuldigung, sag ich. Das ist auch Fräulein und wird so ein bisschen rot und ist so... Wer wusste noch von unserem Auftrag? Außer ihn, natürlich. Wenige. Also, das ist ja nicht das erste Mal, dass ihr die Steine holt. Also, die unten in der Fabrik wissen Bescheid, wann immer geliefert wird. Also, die wissen zum Beispiel, dass heute Abend, also, dass immer am gleichen Datum wissen sie, wann die Lieferungen reinkommen, damit sie die Leute reinholen für die Verarbeitung. Alle möglichen Leute, alle Ritter, die mit in der Kaserne wohnen, die wissen ja, wann der Trip geplant ist. Die Leute, die die Kutschen ausstatten, wissen, wann der Trip geplant ist, um die Pferde und die Kutschen und die Kisten bereitzustellen. Also, das wissen alle Leute. Ich weiß, du wirst gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber ich werde danach suchen. Majestät, wenn wir jetzt fragen würden, wer hätte etwas gegen uns, dann wären wir den ganzen Abend wahrscheinlich hier bis alle aufgezählt würden. Angefangen von den Wachen. Das stimmt. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn ich, ich könnte, ich könnte euch jetzt fragen, habt ihr irgendwem was angetan, dass jemand euch auflauern würde, aber wir wissen, dass im Königreich niemand dafür einen Grund braucht leider. Iki erhebt sich und zeigt an, sich runter und dann auf die Gefährten. Ihr habt so viel getan vor einem Jahr mit den Erlassen und mit den Chancen. Und wir sind sehr dankbar, aber gefühlt seid ihr die Einzige, die daran glaubt. Und wir würden es niemals riskieren, indem wir irgendwie jemand angreifen oder so. Da könnt ihr euch sicher sein. Heureka! Und man hört, man hört, das weiß ja, dass die ganze Zeit überhaupt nicht zugehört hat. Wir sind ja so dumm. Wir haben vergessen, ihn mitzunehmen. Ähm, wir hätten ihn mitnehmen können und dann hätten wir herausfinden können, wer er ist. Oh, ja, das, das wäre gut gewesen. Ach. Er hat eine Leiche gelangt. Wieso denkt er nie jemand mit? Deine Aufgabe. Wir müssen zurückfahren und ihn holen. Da wird niemand gewesen sein. Weil er da bestimmt auf uns wartet, weil nachdem... Er ist tot. Stimmt, aber nachdem jemand solche Informationen hatte und sie gegen uns verwendet hat, wird er bestimmt seinen toten Freund dort liegen lassen, um eventuell Informationen gegen uns. Also... Er weiß doch noch gar nicht, dass... Oder? Er wollte fliehen. Das heißt, er wollte zurück, wo er hergekommen ist. Und der Zettel, den hat er sich wahrscheinlich nicht selbst geschrieben, nicht wahr? Das wäre sehr... Ja, manche... Ich bin auch ziemlich vergesslich. Ja, so ab und zu muss man sich sowas aufschreiben. Ich probiere mal eine Schleife um meinen Fingern. Ich möchte auf den Zettel Perception... Nee, Perception wäre doch... Wahrnehmung. Oder wäre es Investigation? Investigation, glaube ich, ja. Ich glaube eher Investigation, ne? Dann würde ich gerne auf den Zettel nochmal Investigation rollen. Habe ich noch bisher gar nicht. Ich kenne seine Originalhandschrift ja gar nicht, oder? Also du hättest ja nichts, womit du das vergleichen könntest. Nee, aber ich würde gerne wissen, vielleicht das Papier, die Schrift, also ob ich die Tinte erkenne. Ich würde gerne wissen, ob man vielleicht noch irgendwas an den Rändern erkennen kann. Generelle Details. Lissi! 17 plus 4, das sind 21. Ja, das ist ein abgerissener Zettel auf weißem Papier, so wie es ein sehr handelsübliches Papier. Die Tinte ist blau, das ist ein handschriftlich geschriebener Zettel. Es ist eine Mischung aus Schreib- und Druckschrift und du kannst erkennen, dass der Zettel abgerissen wurde, aber dass oben und unten auf jeden Fall noch Text ist, weil da noch Tinte ist, aber da, du kannst nicht entziffern, was da noch stehen würde. Du bist dir aber sicher, dass dieser Zettel geschrieben wurde, um den Ort und die Zeit zu beschreiben, in dem ihr euch an der Mine aufhalten würdet. Nun, das hat nicht so viel gebracht. Und ich gucke trotzdem weiterhin und tue so, als würde ich vielleicht irgendetwas daraus. Na gut. Ich glaube, Prost, der Luchs. Lissi! Nassala ist nicht umsonst gestorben. Ich werde mir niemals verzeihen können, dass sie wegen mir gestorben ist. Aber wir sollten eine große Beerdigung stattfinden lassen. Morgen laden wir ihre Familie ein ins Schloss und alle Leute, die mit euch gearbeitet haben, wir machen ein großes Bankett zu ihren Ehren. Dann wird sie auf unserem königlichen Friedhof begraben. Und morgen kann jeder nochmal seine letzten Worte an sie richten. Ich werde direkt Flugblätter verteilen lassen. Sie ist eine Staatsheldin und sollte auch als diese behandelt werden. Für jeden Ritter, der hier drauf geht, machen wir riesige Zeremonien. Das ist das Mindeste. Oh, ihren Gedanken in allen Ehren. Aber denken sie gerade jetzt, es ist der beste Zeitpunkt, um so einen großen Wirbel zu machen? Ja. Ja, es sollen alle wissen, was wir für diese Stadt tun. Ich ziehe mich zurück und lege meine Hand auf Igis Schulter. Nun, Igis Wünsche in Ehren, aber wäre es nicht vielleicht gut, wenn wir das erst einmal geheim halten würden, bis wir herausgefunden haben, was Sache ist? Ja, wir müssen ja nicht die Umstände benennen, wenn es einfach... Eine ehrenwerte Kriegerin ist in einem Königsauftrag gestorben. Und das ist alles, was die Leute wissen müssen. Was Leo sagt. Eine sehr gute Anmerkung. Wir werden ihre Leiche nicht zeigen, wir werden einen verschlossenen Sarg nutzen und den auch verschlossen lassen, damit das keiner sehen muss. Danke, meine Städte. Kennt jemand von euch ihre Familie und könnt ihr eventuell eine Einladung rausschicken? Nein. Ich gucke Iggy an. Fragen? Also, ich habe jetzt... Also, so weit waren wir noch nicht, dass ich die Eltern kennenlernen durfte. Aber ich habe sie schon mal mit zu meiner Mom gebracht. Ja, ich weiß, wo sie wohnt. Also, die Familie. Iggy, ich wusste das gar nicht. Es tut mir... Ich lege die Arme und dann zwei Flügel um ihn. Es tut mir so leid. Umso wichtiger, dass wir rausfinden, wer das war. Ja. Okay. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, vor allem für ihre Familie, das Ganze handschriftlich festzuhalten. Und ich... Danke, meine Städte. Lass das Spiel dann in die Kaserne bringen. Vielleicht schaffst du es morgen bei ihrer Familie vorbei. Bitte, eine Sache noch. Spendet meinen Lohn, bitte den Hinterbliebenen diesen Monats. Okay. Machen wir. Ihr würdet normalerweise alle 1000 Gold für diesen Aufbau weg haben. Ich gebe 1000 Gold ab. Okay. Dann kriegt das ihre Familie. Gut. Dann mache ich das. Alle anderen gebe ich jetzt mal den Lohn so in die Hand. Also Lissi, Kinkaru und Iggy. Moment. Ich gehe so in den Schrank und habe da so sechs kleine Säckchen und gebe die so raus. Und wenn ich Calvin wieder sehe, dann gebe ich ihm das. Und das ist Natalas Gehalt. Weil das würde ich einfach auch ihrer Familie zukommen lassen. Ja, wir brauchen das. Sehr gut. Dann... Ich bedanke mich. Es tut mir leid. Falls ich mir irgendwas für euch tun kann, lasst es mich wissen. Aber es ist schon spät. Lass uns morgen nochmal sprechen. Was haben wir für den Wochentag? Freitag. Ja, dann gehen wir raus. Für 1000 Gold können andere sich wieder belieben. Wann ist nicht 10.000? Ach, was weiß ich. Ich bin kein Magier. Du bist Magierin. Ich bin Zauberin hier nicht gemacht. Auch wieder mal. Ja, du hast recht. Und was machen wir jetzt? Wir haben einen Zettelpapier. Einen Fetzen, der uns nichts sagt. Den habe ich übrigens nicht aus meiner Hand gegeben. Den habe ich schön wieder eingepackt. Darf ich den mal sehen? Ja, sicher. Packen wir da raus. Und ich ziehe einen ziemlich abgenutzten Brief raus. Und halte die demnach, sieht die Schrift ähnlich aus? Tut sie? Nein. Ja? Nein? Nein. Danke. Was ist das für ein Brief? Ein Brief. Was ist das für ein Brief? Wieso hast du dir einen Brief? Du liest doch gar nicht. Der war auch, glaube ich, nicht an mich. Ich gehe so näher dran. Den habe ich schon sehr lange. Wie lange? Also, acht Jahre? Oh, das ist lange. Das hat sicher nichts mit heute zu tun. Garantiert nicht. Alles gut. Alles gut. Ich dachte nur, vielleicht, weil... Das einzige Schriftstück ist, was wir vergleichen können. Wir können ja jetzt schlecht... Nun, ich verstehe nur nicht, wieso du gerade auf diesen Brief kommst. Und ich versuche, ihr so aus den Fingern diesen Brief zu ziehen. Lissi, was macht ihr denn? Geht doch mal auseinander. Leo, mach was. Einfach an. Ich roll a Dexterity. Lieg, flieg. Flatternde Flügel, fliegende Ohren. Warte. Oh. Oh. Bemühe dich nicht. Ich bin zu klein für's. Oh, Jesus. Oh, Gott. Du hältst wirklich nur einfach den Brief hoch. Ja, ich fliehe ein bisschen hoch und halte den Brief aus der Reichweite. Nein, nein, nein. Das ist meiner. Lass ihn dann Ruhe. Und er hat nichts mehr mit sich. Es war eine dumme Idee von mir. Ja, wir vergessen das einfach. Lissi springt hoch und wieder und wieder und wieder. Und plötzlich rutscht sie aus und kracht auf den Boden. Lissi. Na gut. Dann behalt das Geheimnis ruhig für dich. Das ist schon okay. Ich werde es sowieso herausfinden. Ich würde gerne, während das ganze Toho war, Boho machen, einfach unbemerkt Richtung Gossenviertel mich verziehen. Wo ist Leo? Ich war beschäftigt. Ich kann nicht auf alle ein Auge haben. Das letzte Mal, als wir jemanden aus den Augen verloren haben, war sie tot. Ich habe doch nicht in der Stadt. Das wird schon werden, hoffe ich. Sind wir jetzt draußen? Aus dem Schloss, ne? Ja, ich bin da draußen. Ja, ich bin da draußen vom Schloss. Ihr seht da das Schlossvorhof. Es ist relativ eng innerhalb der Mauern. Also da ist nur das Schloss. Da ist eine Kaserne. Da ist eine kleine Stätte, in der normalerweise irgendwie Religion abgehalten wird. Und ein paar Springbrunnen, bunte Gärten. Und außerdem noch diverse Hoherartige, die in ein paar Häusern dort leben. Aber nicht viele Leute. Ich gucke mich trotzdem um, denn die Häuser haben Ohren. Ist irgendjemand um uns herum? Es ist halt der Schlossvorgarten, würde ich sagen. Da sind ein paar Leute, ein paar Wachen stehen, an den Türen postiert. Da sind so ein paar romantische Bänke, auf denen Leute sitzen und den Abend genießen. Aber die meisten sind schon nach Hause gegangen. Es ist schon sehr spät. Okay. Dann ziehe ich die beiden so ein bisschen an mich heran. Ihr müsst aufhören, so viel an die Obrigkeit zu geben. Wir wissen doch gar nicht, ob sie uns helfen will oder nicht. Aber wenn wir der Königin nicht vertrauen, wen können wir denn überhaupt vertrauen? Ach, Vertrauen. Pappalapapp. Wir wissen doch gar nicht, ob sie auf unserer Seite ist oder ob sie uns für Propaganda benutzt. Aber sie gibt uns viel Geld und holt ein Bett und sie ist immer wirklich sehr nett. Und das ist die schlechteste Propaganda, die es gibt. Alle hassen uns. Ja. Ja, aber wenn sie so nett zu uns ist, dann gilt sie als die Gütige, die sogar dem Schmutz noch die Hand reichen würde. Versteht ihr das nicht? Ich fall rückwärts, weil Lizzie hat uns ja runtergezogen auf ihre Höhe. Ich fall auf den Hintern irgendwann und sitze auf dem Stein. Es ist alles so. Heute Morgen war alles noch irgendwie und jetzt ist alles so. Wo ist Leo? Ich weiß es nicht. Und Lizzie, du musst mir sowas vorher erklären. Ich weiß das doch nicht. Ja, das nächste Mal muss ich wirklich daran denken. Aber stellt euch doch vor. Jetzt rein hypothetopraktologisch gesehen. Was? Das ist ein langes Wort. Ich weiß. Tja. Was ist, wenn sie es war, die den Auftragsmord geschickt hat? Weil sie einfach gemerkt hat, dass wir eigentlich gar nicht so sinnvoll sind, wie sie wollte. Wir haben doch die ganze Zeit gemacht. Dann ist Leo in Gefahr. Wir sind die ganze Zeit auf sinnlose Erkundungskuren gegangen. Wir sind irgendwelche Steinchen hauen gegangen. Wir... Leo ist gerade allein unterwegs. Hast du einen Draht? Hast du einen Kupferdraht? Einen feinen Kupferdraht? Hast du einen feinen Kupferdraht? Lizzie, hast du einen Draht? Habe ich einen Kupferdraht? Ihr wüsstet, denke ich schon, dass ich halt häufiger meine Eltern besuchen gehe. Es steht vor dem Schloss und da ist übrigens noch die Kutsche mit Kelvin, der da so ein bisschen wartet und so ein Kreuzworträtsel löst. Das heißt, Kelvin. Habe ich einen Kupferdraht dabei? Ich weiß es gar nicht. Aber bestimmt. Ich meine, ich bin ein Atheitischer. Ein kleines Bastelzeug. Dann nehme ich den halt in Form meiner Echsen-Schnauze. Dreh mich. Es gibt ja nur ein Tor aus dem Nobelfiertel raus, das Große. Ja. Dann drehe ich mich genau in die Richtung, deute hin, denke an Leo und würde Message-Casten und hoffen, dass ich ihn noch erwische. Leo, du kannst mir gleich antworten. Wo bist du, wohin bist du und warum bist du alleine unterwegs? Wie viel ist die Range von dem? 120 Feet. Also so über den... Ja, ich bin jetzt nicht so lange weg. Ich bin gemütlich gegangen. Ich kriege so eine Nachricht in meinen Augen. Während ihr... Also ich antworte internally, ne? Ja, genau. Während ihr wieder eure Spiechen getrieben habt, bin ich schon mal los, um Informationen zu sammeln. Um Informationen zu sammeln. Und ich gehe und die Message brüche ab, weil ich zu weit weg bin. Leo sammelt Informationen. Ich weiß aber nicht, wo. Und Leo, er geht saufen. Das ist sein Wort für saufen. Okay? Aber Leo ist überhaupt nicht gut darin. Er ist groß und laut und haut Leute. Obwohl manche reden dann. Ja, das hat schon mal geklappt. Vielleicht säuft er und dann holt er sich. Lissi, du kennst uns verdammt gut. Ja. Aber wir sollten nicht allein sein. Der schafft das schon. Ihr müsst nur verstehen, es sind nicht alle so freundlich, nur weil sie freundlich tun. Ja, ja. Iggy, ich packe dich rechts und links an den Backen und versuche, beide deine Augen zu schauen, was ziemlich schwer ist. Du kannst doch gut schleichen. Ja, dann geh doch hinter Leo her und pass auf ihn auf. Ach so. Ja, ja. Ich verstehe. Sekunde, wir trennen uns jetzt noch mehr. Das ist nicht gut. Dann gehen wir alle hinter Leo her. Okay, und was machen wir mit Calvin? Haben wir meinen Namen gehört? Nein. Ich kann. Irgendwie wegbringen oder so. Also, ich finde das alles super traurig, aber also. Zumindest aufbaren beim Kasernenhof oder sowas. Mhm, mhm. Machen wir das zusammen, Iggy? Mhm. Wir sollten uns nicht trennen. Wir bringen sie kurz vorbei und dann fliegst du hoch und schaust, wo Leo ist. Ich folge Leo. Alles klar. Und ich versuche, euch im Blick zu behalten. Oder... Komm, Lichy! Ich geh den beiden hinterher. Flattere in die Höhe und drehe meine Kreise in dem Versuch. Ich meine, er ist ein großer Leonin. Den werd ich schon sehen, solange er auf der Straße ist. Ich geb mir jetzt auch keine Mühe, mich zu verstecken. Ich geh halt einfach so voll casual, so weißt du. Ich denk schon, dass du mich relativ einfach spotten würdest. Ja. Ja, ich bin grad so auf dem Weg ins Grosse und Viertel, steh so ungefähr vor dem Tor gerade. Mhm. Dann kreis ich einfach über dir und du hörst höchstens das Rauschen von meinen Schwingen. Ich guck so hoch. Geh ans Tor. Ist da eine Wache oder so? Nö, rein kannst du raus, schwierig. Okay, aber wir schon mit unserer Lizenz, oder? Ja, unsere Lizenz könnt ihr immer rein und raus, ja. Ich geh da rein. Ich hab dir meinen Background geschickt, ne? Mhm. Find ich da jemanden, der so ... Wo gehst du hin? Ich würd einfach so meine normalen Spots ein bisschen abklappern, weißt du? So mein altes Zuhause, die gute alte Taverne, vielleicht so einen kleinen Hof, einen Park, so. Da, wo ich halt so drauf gewachsen bin. Mhm. Du kommst zuerst bei deinem alten Zuhause an. Du wohnst mittlerweile in der Kaserne, bist eigentlich dort fast jeden Tag und das Haus steht leer. Also schaust rein, es ist super staubig. All deine Pflanzen, die du mal hattest, sind schon lange verwelkt und ausgetrocknet. Das war's. Da ist niemand. Du gehst weiter in die Taverne. Da ist noch ordentlich Rambazamba. Im Gossenviertel ist noch immer bis spät nachts viel los. Die Leute sind viel wach. Und du kommst rein und der Tavernenwirt begrüßt dich. Ah, hallo Leo, dass du dich mal wieder blicken lässt. Ja, stimmt. Was darf es denn sein, der feine Herr? Was ist der für eine Rasse? Der ist so ein großer Elefanten-Mensch. Ein Loxodont. Ja, der hat so einen riesigen Grussel und so. Seine zwei Hauer vorne. Der hat, der sieht, also der ist jetzt nicht damaged oder so. Der sieht ziemlich, ziemlich normal aus. Ein Typ, der vielleicht kämpfen könnte, aber das maximal für Armdrücken nutzt. Vollehr gerade ein paar Becher. Ich würde gerne so an die Tavernen, also wir sind ja befreundet miteinander, oder? Er und ich. So schon Kumpels. Ihr seid schon gut miteinander, aber seit du vor einem Jahr angefangen hast, für die Königin zu arbeiten, sind generell die Leute im Gossenviertel so ein bisschen so, jetzt bist du einer von den Reichen, einer von den Menschen. Einige sind damit okay, einige begegnen dem Ganzen mit Missgunst, einige begegnen dem Ganzen mit, ja, du bist jetzt nicht mehr einer von uns. Es ist sehr, sehr durchwachsen und du merkst auf jeden Fall vom Barkeeper so ein bisschen negative Vibes. So ein bisschen passiv-aggressiv. Ja, der feine Herr. Naja, weiß ich ja nicht. Du, äh, wir haben, wir haben eine Kameradin verloren bei dem Auftrag. Was hast du in der Warte, was passieren würde? Äh, es ist halt scheiße alles, ne, aber, ähm, wir wurden nicht von Monstern angegriffen, nicht von einem Drachen gegessen, wir sind nicht in den Lavabecken gefallen. Haben sich in letzter Zeit die Angriffe gegen Tiermenschen, sind die wieder gestiegen? Wie ist die Stimmung im Königreich? Scheiße, wie immer. Weil ich von ein paar Leuten gehört habe, die öfter eben im Handwerkerviertel unterwegs sind und dort Sachen abladen, es ist eigentlich besser geworden. Es ist eigentlich besser geworden. So wenig mir das passt, wie ihr da in euren, äh, Goldhäusern und aus euren Goldbechern trinkt und eure Gold zu Hause anhäuft und uns hier zurückgelassen habt. Das scheint zu funktionieren. Genau, äh, von Anfang an unser Ziel gewesen, euch zu unterdrücken. Stimmt's? Und ich gebe ihm so ein sarkastisches Lächeln. Ah, weißt du, das ist genau der Grund, warum wir da sind, wo wir sind. Während Menschen helfen, Zwerge, Halblinge sich alle verbünden und uns anspucken, umbringen, vertragen sich Leonie und Loxodon nicht. Es vertragen sich, da weißt du was, scheiß drauf. Ich würde dir gerne Geld geben, aber du wirst morgen sehen, warum ich keins habe. Und sei da. Ja, und er weiß dann noch von nix, ne? Ja. Danke für die Info jedenfalls. Ich gebe ihm noch so einen garstigen Blick und Falassee-Taverne. Er zieht so die Augenbrauen und du hörst noch, wie sie sagen, so, ja, abgehoben geworden. Früher war der nicht so. Finde ich, finde ich einen Fan von mir. Ja, vielleicht, wenn du irgendwo hingehen würdest, wo du solche Leute vielleicht finden würdest, ja. Ich begebe mich Richtung, da gibt's bestimmt so einen Pit oder so, ne, wo man so fighten kann gegeneinander. Ja, es gibt eine kleine Arena, die ist relativ zentral und da finden immer alle möglichen Kämpfe und auch Betten statt. Ich wink mal Kinkaku zu mir runter, so. Ha? Ha? Ich lande auf irgendwie einem Balkon oder sowas knapp über dir. Ja? Ähm, vielleicht soll's einfach dabei sein, weil ich nicht der Beste mit Worten bin, wird mir manchmal gesagt. Das fing nicht einfach. Das sagt mir Lizzy auch immer. Ah, Lizzy, ähm. Und dann macht sie weiter und nicht die Beste mit Waffen und nicht die Beste mit Denken und nicht die Beste mit Technik. Aber wofür brauchst du mich? Ah, einfach zur Unterstützung. Wer weiß, was wir hören. Ach so, ich bin auch die Verbindung. Die anderen wollen nachkommen und ich flieg hin und her und versuch, ihnen zu sagen. Und dann hast du Lizzy als Unterstützung, die ist schlauer als ich. Ah, okay, dann. Und Iggy, der kann besser schleichen. Ich hol die schnell, ich hol die schnell. In Ordnung? Ich warte hier, okay. Danke. Ich flieg los und sobald ich die finde. Leo braucht euch. Wir sind ja unterwegs. Wir... Schneller! Wir müssen doch erstmal die Leiche abliefern. Haben wir in der Zwischenzeit. Ah, okay. Habt ihr gemacht. Danke. Gut. Wir waren gerade auf dem Weg zu euch. Wo ist er denn? Folgt mir. Nehmen wir mit so ein paar Flügelschlägen von einem Dach zum nächsten. Da lang. Und jetzt rechts. Und hier. Oh, das ist ein Gatter. Ihr könnt da sicher drüber klettern. Spring. Und da vorne. Nur noch an dem Brunnen vorbei. Sag mal, Lissi, wie ist es eigentlich so, mit ihr zu fliegen? Ach, ist schon ziemlich gut. Aber es tut ganz schön weh, wenn sie einen rankrallt. Wir hüpfen die ganze Zeit über diese ganzen Klappen. Boink. Boink. Band entlang. Leo, 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 Leo. Ich hab sie gefunden. Und ich hab sie mitgebracht. Und jetzt können die Leute helfen, die fähig sind. Kinkaku, du bist... Moment. Helfen? Sekunde. Was sollen wir machen? Erstmal. Leo, was sollen wir machen? Erstmal, du musst ein bisschen stolzer sein. Auf dich. Und das, was du kannst. Okay? Unsere Gruppe würde ohne dich nicht weiter bestehen können. Ich weiß genau, was ich kann. Ich kann Leute in Brand setzen. Und ich kann Leute einfrieren. Und ich kann Leute mit Blitzen in Stücke springen. Denn darin bist du die Beste. Brauchst du jemanden, der Leute in Stücke springen kann? Noch nicht. Ich halte mich bereit. Ich guck mich so rum, ob das gerade jemand gehört hat. Du schaust dich um. Ich lehne mich zu ihm rüber und sag, siehst du, deswegen musst du sie manchmal etwas klein halten. Ihr seid im Fight Club im Gossenviertel. In der Mitte steht so ein bisschen so ein provisorisch zusammengebauter Boxring. An einer Seite ist wie so eine Art Bar aufgebaut, wo es alkoholische und nicht alkoholische Getränke zu kaufen gibt. Aktuell ist kein Kampf da. Der findet erst wieder morgen statt. Aber es sind so die Regulars sind da. Die benutzen das so ein bisschen als Treffpunkt, als Bar, in der sie gerne abhängen möchten. Und ja, sie chillen da. Es ist schon recht spät. Also es geht schon gegen Mitternacht, ein Uhr morgens. Die sind alle schon sehr gut besoffen. Und ja. Das ist tatsächlich da. Hier bin ich so gesehen groß geworden. Sieht nicht gerade angenehm aus. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, wie man mit den Leuten hier umzugehen hat. Aber das Ding ist, hier herrscht eine gewisse Kampfesstimmung. Währenddessen so, da hinten kriegt jemand gerade auf die Fresse. Und warum genau sind wir hier? Gut, weil erstens, ich will nicht aus, was ich jemanden umgebracht haben. Und zweitens, ich will nicht aus, was ich umgebracht werden. Deswegen dachte ich, dass es ganz gut wäre, wenn wir hier zusammen hingehen würden. Während ich versuche, mich mit den Leuten zu unterhalten. Ich habe das als das Sinnvollste erachtet. Ich verstehe. Es wäre gut, wenn ihr euch vielleicht ein bisschen bedeckt haltet. Und die Situation beobachtet. Und falls ihr was Krummes seht. Und ich gucke so auf Iggy. Dass ihr dann einschreitet. Und mich unterstützt. Alles klar. Dann gehe ich mal kurz um die Ecke. Und Iggy verschwindet zuletzt. Der Eidechsen-Schweif. Und als Iggy wiederkommt, ist er ein recht schäbig angezogener Gnoll. Ein Hyaliment Disguised Self. Ich mische mich einfach unter das Volk und bleib in der Nähe. Komm, du kennst das auch. Wie neben Leo plötzlich so eine kleine, sehr kleine Tabaxi-Lady steht. Und ich so, äh, äh, sorry. Ich glaube, ich spreche dir gerade irgendwas. Aber bist du nicht Leo? Wild Soul? Äh, ja, äh, ja, ähm. Ich bin ein Riesen-Fan. Oh, und ich rolle mit den Augen. Alle können das sehen. Das war hey. Und sie postet so ein bisschen so. Ist sie, ich habe eine kurze Frage, das klingt jetzt weird, aber ist sie klein, weil sie klein ist, oder ist sie klein, weil sie under-aged ist? Nichts. Gute Frage. Aber um 9 Uhr im Fight Club ist es sowieso interessant. Ey, ich glaube, da gibt es keine Regeln, da gibt es keine Gesetze an diesem Wort. Eine Regel gibt es im Fight Club. Äh, sie ist, ähm, weißt du nicht genau. Sie ist klein, ähm, sie ist sehr schüchtern und zurückhaltend und, ähm, ja. Hey, äh, ja, ja, das bin ich. aber ich bin schon seit Längerem aus dem Business raus. Freut mich. Wie heißt du? Ich bin Vivian. Hi. Wollen wir vielleicht was trinken zusammen? Oder müsste ich noch so besprechen? Ich habe leider viel zu tun und ich drehe mich um. Wir können in Drinkoil gehen und ich gucke aber während ich Vivian so umarme, gucke schon mal bei der Schulter auf die anderen, um Kontakt zu suchen. Ich rolle noch einmal ganz doll mit den Augen, damit du genau siehst, was ich davon halte. Ich roll doch um die Welt. Okay, darauf achten. Nicht, dass die ihm was ins Getränk tut. Ja, wahrscheinlich wird Leo dann umkippen sofort. Ist das seine Möglichkeit? Also fragt er jetzt Leute aus? Oder ich verstehe das tatsächlich nicht. Fragt dieser riesige Gnoll. Ich habe keine Ahnung. Mit was rede ich jetzt eigentlich? Mit dem Kopf da oben oder da, wo dein Kopf wäre? Mein Kopf ist hier. Aber du redest mit dem Kopf da oben, sonst pflege ich hier auf. Ach so. Was machen wir jetzt? Ihn beobachten oder andere Leute ausfragen? Ich glaube nicht, dass wir ihn beobachten müssen. Also ich meine... Genau, Izzy, was machen wir jetzt? Izzy. Warum guckt ihr mich so an? Sekunde mal. Weil du schlau bist. Ja, aber wir sollten eigentlich gar nicht hier sein. Warum sind wir hier? Weil du uns geholt hast. Weil Leo sagte, er braucht ja Leute, die ihm helfen, dabei Informationen zu finden. Leo macht gerade keine Befragung, meine lieben Freunde. Leo macht was? Was macht? Nun... Dinge. Was für Dinge? Also... Also es sind zwei Katzenwesen. Ihr versteht schon. Applaudiert. Ich verstehe schon, aber das bringt uns ja wirklich tatsächlich nicht weiter. Nun, ja, das bringt uns wirklich nicht weiter. Deswegen, warum sind wir hier? Sollten wir uns vielleicht ein bisschen umschauen? Aber warum sind wir hier? Niemand von den Tierwesen will uns etwas. Ja, aber vielleicht wissen sie was. Aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ich setze mich hier hin und trinke was. Ja, wir trinken jetzt erst mal was, damit wir nicht aufliegen. Denn wir stehen hier ganz schön wie drei dumme Gnolle rum. No offense. Der Marken erhebt seinen Kopf. Was trinken? Was darf es denn sein? Was Süßes? Was Saures? Ich nicht, danke. Das sieht dämlich aus, wenn ich mir das in die Brust kippe. Haben Sie Karottensaft? Nein. Dann nehme ich etwas anderes. Etwas anderes kommt sofort. Der packt einfach so ein paar Getränke ineinander und schüttelt das so. Dann nehmt euch nicht so richtig ernst, weil das nicht ein Ort ist, an dem halt so, stell euch den salzigen Spucknapf bei Spongebob vor. Oh ja. Wir sind taube Nüsschen auf jeden Fall. Und der ist so, okay, und der packt eigentlich ein, drei, das gleiche Getränk hier, was Salziges, was Saueres und was anderes guten Durst. Danke. Ich tauche meinen Schnabel ein und dann in den Nacken. Ich probiere das. Ich denke nicht mehr dran und gieße mich tatsächlich in die Brust und trinke halt. Ich sah Alkohol und ihr merkt langsam die Wirkung. Ihr seid ein bisschen angetrunken. Richtig gut. Das vertreibt den Schmerz. Werfe ab und zu mal den Blick zu unserem Leo. Vielleicht sehe ich ja was. Vielleicht sehe ich aber auch, wie er einfach nur unfassbar peinlich ist. Ich sage mit Vivian und sie so. Heike mir, was willst du trinken? Such du dir was aus. Also so eine wunderschöne Frau hat bestimmt einen guten Geschmack. Also such du was gerne für uns beide aus. Ich meine, Theo, kannst du uns zweimal Sex in the Ring, bitte? Wenn man sich auch nicht so ahnen ist. Oh, das ist ein sehr guter Drink. Hör mal. Ich trinke nicht so oft. Alles cool. Ich bin auch nicht so einer. Sag mal, wie ist es hier so aktuell im Ring? Ich war ja schon länger nicht mehr hier. Irgendwas Neues oder ist irgendwas passiert in letzter Zeit? Die Kämpfer sind alle so lahm und irgendwie, keine Ahnung, ich komme nicht mehr so oft zum Zugucken, weil das ja alles solche Waschlappen sind. Oh, die Getränke, warte. Und die kippt es so mit einem Mal komplett weg. Ähm, ja, äh, 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 es gibt hier noch so einen, ähm, äh, so einen Tortel, der ist ja ganz cool im Kämpfen, aber der war schon richtig lang nicht mehr im Ring, keine Ahnung. Ähm, aber seitdem der nicht mehr auftritt, es finden noch nicht mehr so oft Kämpfe statt. Früher war das ja eher so, fast jeden Tag war ja irgendwer sich am kloppen und, boah, mittlerweile seit so, ja, schon seit ein paar Jahren, ne? Ja, ist irgendwie nichts mehr los. Deswegen, du musst wieder auftreten! Ah, ich, ich bin, ähm, äh, ich nipp an meinem Ring. Ich hab, ich hab, ich hab auch trainiert, wir können ja gleich mal so einfach aus Spaß ein bisschen in den Ring und ich kann dir meine Moves zeigen. Ich würde sie, ich bin witzig. Weißt du was? Ähm, wenn du mich im Arm drücken besiegst, gerne. Okay, dann let's go. Ich würde einfach im Arm drücken besiegen. Oh nein! Brauchen wir Strength gegeneinander? Also, ja. Ein B20 einfach, ja? Was macht er da? Ja, das ist eine Solide 7, ne? Ja, sie greift an der Hand und, ähm, ihr haltet euch die Waage. Das, also, Oh, ich bin überrascht, äh, okay, ich streng mich nochmal ein bisschen an. Wollen wir noch machen? Ja. Er verliert gerade im Arm drücken. Das ist eine Solide 5, ne? Ich muss das sehen. Und, warum auch immer, spornt es sie gerade unfassbar an, gegen ihr Idol und ihren heimlichen Schwarm im Arm drücken zu besiegen und sie klatscht deine Hand auf den Boden. Du machst wie so eine Ruf der Zeit, auf dem Rücken liegst du und sie guckt dich von oben an und sagt, kämpfen wir jetzt? Das war eine nette 20, also. Sie greift ihn an, sie greift ihn an, ich spring auf, ich bin unsicher durch den Eifel. Ich greife nach ihren Flügeln und halte sie unten. Warte, 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 das ist richtig schön peinlich. Hat er das extra gemacht? Ich verstehe das nicht. Nein, das habe ich extra. Ich strecke meinen Arm aus und lasse mir hochhelfen, so. Ich bin fucking in love, Alter. Gerne, gerne, komm, lass uns, lass uns, lass uns kämpfen und der Gewinner hat einen Mund frei. Ich ziehe dich an den Flügeln runter und zwing dich wieder so ein bisschen dich hinzusetzen. Das müssen wir uns jetzt angucken. Haben wir eine wichtige Richtung zu tun? Also ich meine, du legst so einen Finger, so eine Pfote auf deinen Drückst die Zunge an die unteren Das müssen wir uns jetzt angucken. Müssen wir. Aber wenn sie ihm wirklich weh tut, wenn sie auch eine von unseren Feinden ist und ihn angreifen will und das ist alles nur Theater, dann können wir immer noch reinspringen. In Ordnung. Dann noch eine Runde? Noch eine! Ich bin ja schon ziemlich gut. Wieder was anderes, was Süßes und was Sau. Auf der Sonne! Auf der Sonne! Das! Alles drei! Alles klar, der packt wieder einfach alles in den Ding. mein Ding! Guckt euch so an, hat so die Alkoholflasche in der Hand, will eigentlich schon das so macht so und schüttelt das Ganze und ist für die heute nicht mehr so viel. Gibt euch wieder so drei Getränke ein. Okay, wir schwenken wieder rüber zu Leo und Vivien. Ich wollte wirklich nur Informationen besorgen. Ich weiß nicht, dass das eskaliert. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, also was machen wir? Wir kämpfen wir einfach. Mach! Kannst du deinen mega coolen Finisher machen, den du damals gegen diesen, wie hieß dieser Riesen-Loxodon noch mal? Ich weiß nicht mehr. Aber der war gerade... Irgendwas mit Jamin am Ende oder so. Ja, aber den Suplex 3000? Gerne. Gerne. Also ich stehe so nicht so... Ich fange meinen Suplex 3000 an, keine Ahnung. Soll ich einen Athletic-Check machen? Ja, mach. Ja. Der Loxodon war nur eine Woche lang Wrestler. Das ist eine 9. Mhm. Siehst du, das reicht. Das reicht. Und du greifst sie so an ihrem rechten Arm und gehst mit deinem Fuß, kickst du ihr ein bisschen in die Bauchhöhle, hebst sie hoch und lässt sie hinter dir rückwärts auf den Rücken prallen. Wie romantisch. Wie geht's ihr? Ist sie tot? Und sie ist der Hahn und liegt auch im Grunde so... ...ein Bein. Ich helfe ihr hoch. Leo. Greif deine Hand weg. Du wolltest das. Ich. Steht auf und... ...ist so. Und gerät sich wieder zu, den ist so. Was machst du denn gleich noch? Wo? Noch gar nichts. Weiß ich. Wohnt hier in mir. Ja. Es wäre auch sehr, ähm... ...schwierig, eine junge Dame wie dich alleine nach Hause gehen zu lassen. Also... Ich kann dich ja gerne begleiten, wenn du willst. Und, äh... Sie greift dich am Arm und guckt so zu Lissi rüber, weil du ihn die ganze Zeit so beobachtet hast und ist so... ... Reifen wir jetzt ein? Wir wollen da nicht eingreifen, vertraut mir. Ich verlasse mit Vivian DiVenio und gucke nur so ein bisschen verunsichert, so bin mir nicht sicher, was gerade passiert ist. Guckst du zu den anderen. Ich mach doch noch... Ich will heute auch schon eine Performance-Perfassung. Du, Hilfe! Sie machen Performance-Check? 18. Viel Spaß. Die Kamera geht weg von Leo. Ich glaube, wir brauchen keine Hilfe. Okay, die anderen drei, was macht ihr? Also ich bin mittlerweile in drei Uhr morgens. Es ist spät. In... Freunde... Im Pit haben schon die meisten verlassen. Der Barkeeper ist schon am Abräumen. Zwei, drei Gestalten hängen noch rum. Ich lieg mit dem Stapel auf der Tischkante. Das sind sehr, sehr besoffene, raufboldartige Gestalten. Ich sehe wieder nach Iggy aus. Das Geistelfelt nur eine Stunde. Irgendwann schrumpft dieser Gnoll wieder zu. Lass uns doch zurückgehen in die Kaserne. Es hat überhaupt nichts gebracht hier zu schauen, wie Leo irgendwelche Tabaxi durch die Gegend wirbelt. Das war eine Zeitverschwendung und deswegen... 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 Deswegen sollte man immer dem Hasen vertrauen. Nicht dem Wolf. Wir folgen dem Hasen nach Hause. Geh voran, erascht. Also laut meiner Uhr ist es auch schon spät. Wir sind zu spät. Dann los, Hase. Hopp, hopp. Wir sind spät dran. in meine Goldtasche und tue viel zu viel Gold auf den Tisch. Zählen ist in meinem Zustand nicht mehr. Und raufe mich auf, winke den anderen hinterher und es geht durch die Tür nach Hause. Ja! Ich bleib mit deinem Flügel hängen. Was? Immer dieses... Das Holz hat was gegen mich. Lass dir nichts vom Holz gefallen. Du bist stärker als das Holz. Ihr torkelt sehr besoffen zurück Richtung innere Stadtmauern. Bei den Wachen müsst ihr wie immer eure Ausweise zeigen. Es ist die 041 so trockel. Kikaru 067 Schnuckelchen. Ignoriert einfach was die sagen. Die haben keine Ahnung 085 10 Tor auf. Ihr geht rein. Ihr lauft zurück in eure Kaserne. Es ist wie so eine große WG aufgebaut. Ihr habt in der Mitte so ein Gemeinschaftswohnzimmer und eine Küche und von da an gehen sechs kleine Räume weg, in denen ihr eure Schlafzimmer habt. Ihr kommt rein und ihr seht ein kleines Päckchen, was da liegt. Kikaru, du hast schon wieder Post bekommen. Wie immer bekommst du Post? Weiß nicht, der Brief ist ja auch an dich. Der Brief ist 80 Jahre alt. Ich bekomme nicht. Für wen ist das überhaupt? Ihr seid so laut, mein Kopf explodiert. Entschuldigung, du hast die großen Ohren entschuldigt. Ja, ja, ja. Ich nehme einen Schreiche über deine Ohren. Stopp, stopp, stopp. Ich nehme ein Lineal aus meiner Tasche. Ganz, 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 langes Lineal und poke dieses Paket. Treffer bei ihr ist mal daneben, weil ich bin scheiße besoffen, aber ich versuche dieses Paket anzupoken. Vielleicht explodiert es. Wisst ihr? Dann ist es von dir gewesen. Das merke ich mir für morgen. Weiter links. Weiter links. Wie ist es, wie ist es, wenn du die Spitze auf den Boden machst und dann ran schiebst? Hä? Komm, ich halte es fest und du pokst. Okay. Tipp, tipp, tipp. Explodiert es? Nein, es explodiert nicht. Nein. Tipp dagegen, aber es bewegt sich nicht wirklich. Es ist was Schweres drin. Ach so. Es ist wahrscheinlich schon tot wie in der Sahne. Ich gehe zu diesem Paket. Ich habe es immer noch in der Hand hier. Ich halte es dir hin. Und versuche es aufzufimmeln. Wenn wir sterben, sterben wir zusammen. Du bist so geschickt. Es sieht halt alles andere als geschickt aus, was ich da gerade tue. Aber in deinem Zustand findest du, dass meine flinken Pfoten einen guten Job machen. Das ist so auf. Pass auf, das mit dem Bändel. Jetzt bist du hängen geblieben. Aber es sieht gut aus. Ich habe die halben Bändel auf mir. Wer packt denn so ein? Und ich mache dieses Papier auf. Und ihr seht da drin handschriftlich geschriebene Einladungen. Ca. 100 Stück für die letzte Ehre Nathalas. Am Samstag des morgigen Tages um 8 Uhr im Schloss. Jeder eingeladen, ob Tiermensch oder nicht. Nun, das kann ja auch nicht explodieren, nicht wahr? Aber vorsichtig muss man sein. Papierschnitte tun höllisch weh. Was ist es denn? Ich nehme eine davon raus und gebe sie. Ihr? Ja. Und jetzt? In der sechsten Stunde sind wir eingeladen, steht da drauf. Ah. Wieso haben wir 100 Stück davon? Die verteilen wir an die Leute. Wo wir glauben, dass Nathan Elgift sich gefreut hat, dass sie dabei sind. Ah, Nathan das beerdigt. Ja, ja, Entschuldigung, ja. Ach ja, ich vergesse das immer wieder. Was? Dass sie nicht liest. Ach so, ja, das. Gut. Dann lasst uns erst mal long resten, denn morgen ist auch noch ein Tag. Du wirst so lang schlafen, nie da und ich hoffe, dass es Leo gut geht. Ich hoffe, Wenn ihn diese kleine Katze umgebracht hat. Ja, ich glaube, dem geht's noch am besten von uns allen. Wieso? Reine Vermutung. Ich freue mich für ihn. Ich komme da noch hinter. Ich kletter nach oben auf mein Stockbett, ziehe die Matratze hoch, lege meinen Geldbeutel drunter zu ganz vielen anderen Geldbeuteln und rieche das dann wieder fest. Ich freue mich drauf zusammen. Ich habe einen körperkrassen Tresor gebaut neben meinem Bett, den ich mit 300 verschiedenen Handgriffen erst mal antippen muss, damit er irgendwie was macht. Ich tue meinen Geldsack da rein. Ich tue und befummel diesen Tresor wieder und dann schmeiße ich mich in mein Bettchen. Ich habe eine kleine Kiste, wo ich zehn Goldstücke abzähle und auf der anderen etwas größeren Kiste kommt der Rest rein. Da steht Mom drauf. Ihr legt euch hin, verarbeitet die Geschehnisse des Tages. Ihr könnt gar nicht verarbeiten. Oh nein, ich verarbeite gar nichts. Ich bin sowas von weg. Heute passiert ... Ich verarbeite. Du verarbeitest ganz viel, Burak. Ich verarbeite sehr viel. Wir alle schlafen relativ schnell ein. Das war ein langer, schwerer Tag. Burak ist allerdings noch relativ lange wach. Eine Long Rest. Ich habe einen Echo. Ich habe einen Echo noch. Oh nein. Was bewacht? Was mit dir bewacht? Wie läuft das denn? Ach so, ja genau, das bewacht nur, ja. Meine Arme und ... Das meinte ich mit. Ich weiß nicht, ob wir schon diese Bases zueinander haben. Das ist auf jeden Fall eine ... Leo, geht's gut. Können wir uns dabei belassen? Gut. Es ist der nächste Morgen, neun Uhr und Calvin wacht auf und steht in der Küche und brät sich Tofu an. Calvin ist nicht unser Held. Mein angebratener Tofu. Sehr gut. Nur der frühe Hase fängt den Wurm. Deswegen ist Lissi schon aus dem Bett gekraxelt. Aber das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut, was gestern war. Und Calvin steht so neben dir in der Küche und schaut dich so ein bisschen flirty an und ist so Kann ich dir mal ein spezial geheimes Katerrezept machen? Bitte keine Kater mehr. Ich habe gestern zu viele Kater gesehen. Der schneidet so ein paar Karotten zusammen und matscht die, packt ein bisschen Milch oben drauf und irgendwas aus dem Gewürzregal und rührt es zusammen, füllt es in so ein Glas und stellt dir das hin und ist so Danach bist du wie neu geboren. Durch den Kopf. Ich nehme dieses Glas und kippe es einfach runter. Ohne Verluste. Aber es hat einen sehr merkwürdigen Geschmack und Chili? Hast du da Chili reingemacht? Wird Wunder. Ihr seid schon laut. Feuer spucken. Hey. Kann ich was von dem Tofu haben? Ja, klar. Und dann schneidet noch so ein bisschen mehr Tofu zurecht und packt das so in die Pfanne und schnüppelt noch ein paar Karotchen rein und was ihr gerade noch so an Gemüse da habt und macht so eine kleine Tofu-Pfanne. Alles viel zu scharf gewürzt, aber naja. Er packt hier so ein bisschen was auf den Teller. Guten Appetit. Danke. Hey, Kerl. Wo warst du gestern Abend noch? Wir haben Nathala weggebracht und dann war ich hier ganz allein. Ja. Also. Ich dachte, wir halten mal zusammen. Das war scheiße gestern. Das stimmt. Wollt ihr noch Tofu oder so haben? Nee. Meine Zunge fühlt sich an, dass wir ihn noch dicker. Ist Leo zurückgekommen? Ja, das wäre eine gute Frage. Leo ist noch nicht zurückgekommen. Ich frage Calvin. Achso. Ähm, Leo. Oh, wo ist denn Leo geblieben? Äh. Er kriegt Informationen von einer Tabaxi. Ja. Ganz toll Informationen. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Und ihr seht, wie so seine Ohren sich so aufstellen und er so mit dem Fuß so ein bisschen nervös wird und so Okay, ja, verstehe. Er packt sich was von diesem Karottensaft und äh, ich gehe trainieren. Tschüss. Warte, warte, warte. Und ich stecke Calvin eine Einladung zu. Die kam gestern an. Ah, war das in diesem Paket drin? Ich hatte es gesehen, aber ich wollte es nicht ohne euch öffnen. Beste, Beste. Hm. Scheiße. Müssen wir wieder vorbereiten oder so? Ich hab, also, ich, ich will, ich hab was. Ihre Majestät sagte, dass wir vielleicht ein paar Worte sagen sollen. Hm. Und ich finde, Iggy sollte auf jeden Fall was sagen. Hm, ja, ich überleg mir auch was. Alles klar. Okay. Oh, jetzt geht's auch viel. Das Ding raus, also ist mit dem Thema gar nicht vertraut, merkt ihr. Ach, Calvin. Tja, ich, 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 hab mir so ein Packen Einladung, ein paar verteilen, von denen, die ich weiß, und dann ein paar Luftpost. Und, ähm. Gerne, wenn du mir sagst, wohin? Ich, ich bring sie überall hin. Naja, nein, ich würde sagen, Leute, die wir einladen wollen, nicht wahr? Unser Ermeschen. Also, wen du kennst. Ich kenne niemanden. Ich kenne euch. Also, ich schläg meine Mom ein. Und ich, dann hab ich ja Zeit für irgendetwas anderes, denn ich muss niemanden einladen. Ich bin glücklich, so wie es ist. Du hast uns. Ja, genau, ihr seid eingeladen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, ich. Okay, wir schwenken einmal rüber zu, äh, zu Leo. Und wieder zurück. Und, oh, du wachst auf und, äh, deine Nase schmeichelt, ein lieblicher Geruch von Fleisch. Rattiertem Fleisch. Ich guck mich um, lieg ich allein im Bett? Du liegst allein im Bett? Du bist in diesem Haus von dieser Tabaxi-Lady. Es ist eine absolut runtergekommene Bruchbude. Ähm, und du blickst umher und das Schlafzimmer ist so ein bisschen, es ist so ein Einzimmer, All-in-All-Wohnung, ähm, das Bett, ähm, ist auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen die Couch und, äh, da stehen noch so zwei Hocker. Hinten ist noch so, äh, so ein paar Tische aufgestellt, die so als Art Küche fungieren und, äh, da hat sie wie so einen, äh, kleinen Ofen, ähm, auf dem sie dir gerade ein großes Stück Fleisch brät und sie guckt drüber und sagt, guten Morgen, Schatz. Ich dachte, ich dachte, also, ich hab mal gehört, dass du am liebsten ein T-Bone Steak isst und, hm, hm, sie guckt mich das jetzt für dich zu bereiten. Ich hatte das so lange in meinem Schrank. Auf den Tag hab ich gewartet, dass du hier endlich vorbeikommst und sie reicht dir so ein Steak und es ist frisch angebraten, aber es stinkt und es ist ein bisschen grün. Ich streichle ja immer lieber die Wange. Ach, nachdem ich dich gestern hatte, dünnst es mich jetzt nur nach Wasser. Aber, äh, das Steak nehme ich gerne mit und, äh, es ist unterwegs, ich muss nur unbedingt zurück. Wie, du musst zurück? Ich dachte, wir könnten vielleicht heute noch was unternehmen oder, oder wie ist es jetzt? Ähm, tatsächlich, kurze Frage, ähm, an, an DM, ähm, wie ist das jetzt im Gossenviertel? Kommen die Leute aus dem Gossenviertel nicht so einfach raus? Die können schon. Also, wenn ich jetzt sagen würde, Jodas in ein Handwerksviertel gehen, ging das oder eher nicht so? Das könnt ihr schon machen. Also, ihr kommt schon, ihr kommt schon rein und raus und, ähm, da ist zwar ein Tor und da steht manchmal eine Wache, aber nicht wirklich, weil wirklich verbieten, euch in der Stadt umzuschauen, können die nicht, aber ihr seid halt in den meisten Lokalen nicht willkommen, ihr seid in den meisten Geschäften nicht willkommen und deswegen bleiben, bleiben die meisten Tiermenschen unter sich im Gossenviertel. Im Gossenviertel kann man auch Handwerksgüter kaufen, also da gibt es alles, was es auch am Marktplatz gibt, aber in kleiner, weniger guter Qualität wahrscheinlich und, ja, ihr könnt raus, aber, dass die euch was verkaufen, ja, vielleicht. Ähm, wir könnten uns nachher in einigen Stunden im Handwerksviertel treffen, aber wenn du willst, ich müsste vorher wirklich in die Kaserne und zu meinen Kameraden zurück, das verstehst du doch, oder? Was will ich denn da holen? Ähm. Sie macht es so sauber, fühlt sich so dreckig und ist so. Hast du was gegen die Menschen? Oder gegen Menschenähnliche? Was? Das fragst du gerade ehrlich? Weißt du, Politik ist ein bisschen wie Kämpfen. Wenn man sich immer nur gegenseitig attackiert, hat man keine Zeit zum Heilen. Oder? Ich scheiß drauf. Mein letztes Haus ist abgebrannt wegen diesem verdammten Feuer und glaubst du, das war wegen dem Wetter? Nein. Bin mir sicher, das waren die Menschen. Habe ich noch Moneten von meinen? Oh, das habe ich. Ja, du hast Geld. Wie viel habe ich noch so von meinen alten Aufträgen? Also hast du alles dabei? Ich werde jetzt nicht alles sagen, ich würde zumindest einen Monatslohn hätte ich schon mit dabei gehabt. Dann hast du schon so 2000 Gold. Junge, wir sind rich as fuck. Richtig, richtig, richtig Asche. Junge. Der Königin untergeordnet, ihr kriegt richtig, 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 richtig viel Geld. Deshalb hast du dich bei mir mit Blümchen. Wirklich, ihr schwimmt in Geld, ihr habt echt gut Kohle. Das Problem ist nur, so ein Heiltrank kostet halt für einen Menschen wahrscheinlich so 30 Gold. Heute halt schon eher so 100. Also das Leben ist auch teurer. Auch so ein Haus kostet vielleicht so im schicken Viertel 50.000 Gold. Für euch, die verkaufen euch das nicht. Also ich könnte ja nicht anziehen. So funktioniert das Ganze. Also auch wenn ihr viel Geld habt, könnt ihr damit nicht unfassbar viel ausrichten, weil die Menschen halt oh, es ist ausverkauft. Wie schätze ich Vivian ein? Ist sie so ein, also ich würde vielleicht Insight checken oder einfach nicht fragen, was Leo so vielleicht mitbekommen hat. Ist sie so jemand, der, also ich würde gerne überprüfen oder versuchen zu wissen, ob sie jemand ist, der auf Ideale achtet. Keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall ein Tabaxi. Also ich habe mir zwei gerollt. Ja, sie ist ein Tabaxi. Du kannst, also sie hat halt saunegativ reagiert, als du halt von Menschen angefangen hast. Und sie steht auf dich. Ja, das ist, I guess. Ich wühe so ein bisschen in meiner Tasche. Äh, das wird dir nicht alles lindern können, aber davon sollst du jetzt zumindest einen guten Start schon mal machen können. Und ich werfe hier so einen kleinen Minzbeutel mit 150 Gold zu. Ähm. Ich bin doch keine Hure! Ich wüsste, dass das kommt. That's fair. Es geht darum, dein beschädigtes Haus. Wir hatten recht. Niemals deinen Helden bremst. Du bist. Was ist denn los? Okay. Ich ziehe meine Schuhe an. Einfach unfaced, basically. Ich bin kind of froh, to be honest. Sammle mein Geld ein. Das ist das Ding, was sie eigentlich für dich genommen hat. Und es so, für mich jetzt. Lass mich nur ein Arschloch. Gott. Das habe ich noch nie erlebt. Wirklich so. Ich verlasse das Haus und gehe jetzt zurück zur Kaserne. I guess. Ja. Ich hoffe, ich stört mich an dem Steak. Du willst einen Schmuck schmeißen. Na gut. Was machen die anderen? Tatsächlich, ähm, mit schnellem Frühstück, äh, Einladung ausgeben. Also im, im, im Gossenviertel. Ich will so viele aus dem Gossenviertel ins Nobelviertel zur Beherrligung bringen. Oh, das ist ein guter Plan. Dann fliege ich auch von einem zum anderen zu den Vogelmenschen und so etwas und verteile die da. Dann halte sie ihn hin, gerne auch mal falsch rum, mit der Rückseite nach oben. Hier. Perfekt. Ich tinker tatsächlich hier ein bisschen in der, in der Kaserne rum. Also, ähm, ich möchte nur ungern in das Gossenviertel gehen, ähm, deswegen, äh, bereite ich für unsere nächsten Aufträge schon mal ein bisschen was vor. Okay. Äh, Leo, wo bist du? So ein Weg in die Kaserne? Auf dem Weg. Ja, ich bin, also ich gehe in gemütlichem Tempo. Also mir geht's gut so. Ich hab zwar gerade ein abgefucktes Erlebnis da mit dir gehabt, aber mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich gehe entspannten Schrittes zur Kaserne. Okay, du bist angekommen und du findest, ähm, Lissi, die da in ihrem Zimmer wie immer irgendwas rumschraubt und die anderen sind nicht da. Äh, Lissi, wo sind die anderen? Ja, die bringen gerade die Einladung weg, du weißt schon. Ach nein, du warst ja nicht. Ah, 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 also war's schlecht. Kein Problem. Jedenfalls, ganz viele Einladungen bekommen und die dürfen wir jetzt austeilen, damit wir, ähm, ein paar fürs Begräbnis, ein paar Leute fürs Begräbnis ranbekommen. Damit das so keine Trauerfeier wird, damit die Königin sich darin rühmen kann. Magst du sie nicht besonders, oder? Nein. Naja, jedenfalls, ich bin sehr neutral zu ihr eingestanden, aber denkst du nicht manchmal, dass das vielleicht ein bisschen Propaganda ist? Ich bin kein Marketing-Experte, aber ich glaub, für Propaganda hättest du dir andere Individuen gesucht als uns. Also, was hätte sie davon? Du musst ja so rumdenken. Nun, ist es nicht immer schön, als eine Heilige da zu stehen? Tut sie ja nicht. Von den Menschen wird sie gehasst, weil sie uns unterstützt. Von den Tiermenschen wird sie gehasst, weil die Menschen uns hassen. Sie hat an sich die schwierigste Rolle in dem Ganzen. Hm, ich glaub, es ist etwas schwieriger, als du es siehst. Naja, vielleicht seh ich die Sachen aber auch einfach so, wie sie sind und verkompliziere sie nicht. Hm, ich mach mich mal auf den Weg zu den anderen oder versuch sie zumindest zu finden. Ich hab übrigens ein paar Infos gefunden, tatsächlich. Wie tief waren sie denn drin? Sehr tief. Und was hast du so gefunden? Informationen. Danke für deine Mitteilung. Ich werde dann wohl hier mal weiterarbeiten. Ich lehne mich ein bisschen vorne zu dir zurück, äh, zu dir hin. Ähm, auf Flüsterreichweite. Äh, anscheinend ist im Handwerksviertel ein paar Leute, die wohl ein bisschen unwohl wollen gegenüber uns. Also Tiermenschen haben da mehr als sonst noch. Deswegen will ich mich da mal umschauen. Hm, soll ich mitkommen? Lass uns zuerst die anderen suchen und dann zu viert dahin. Und... Dann lasse ich meine Handwerkssachen dort liegen und versuche die alle schön zu verstauen und gebe die mit. Also wir suchen jetzt die anderen. Ich glaube, die anderen sind im Gossenviertel. Ja, perfekt. Aber gut, ihr sucht im Handwerksviertel nach denen, na super, dann noch mal. Nee, ich würde einfach so planlos ein bisschen durch die Stadt schlendern. Wir haben ja keinen Zeitdruck gerade so. Ich würde einfach so ein bisschen angucken. 18 Uhr geht die Geschichte los? Ich würde sagen, mittlerweile haben wir schon so 12. Ja, irgendwann werden wir wahrscheinlich auf der Hauptstraße auch wieder kommen. Ich habe wie viele? 100 Einladungen, die sind dann verteilt postbotenmäßig. Und dann würden wir Richtung Mittag wahrscheinlich auch eher Richtung Lass uns doch mal auf den Markt gehen. Oh, das ist eine gute Idee. Da ist ein Stand, der macht so kleine Teilchen. Die sind aus ganz vielen Schichten Teig und dann ist da Honig drauf. Ist das die Möglichkeit? Ja, dann Hauptsache irgendwas essen. Ich habe, glaube ich, heute Morgen zu wenig gegessen. Ich hätte auch von diesem Karottenzeug essen sollen. Ja, nein, 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 da hätte niemand essen sollen. Wir kommen jetzt einfach hinter euch auf. Oh, dir geht's gut? Ich habe gerade noch so mitbekommen, dass ihr darüber redet. Ja, mir geht's gut. Ich habe ein angewidertes Gesicht drauf. Nein, 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 sei einfach froh, dass du nichts davon gegessen hast. Du schleicht ja mittlerweile besser als ich. Nein, du achtest nur nicht auf deine Umgebung. Weil ich trauere. Äh, Kinkaku, bitte auf seine Weite. Danke für deine Fürsorge. Kinkaku, sorry. Ist alles gut bei dir? Ja, Kinkaku ist dieser andere Typ mit der Flasche. Äh, ja, alles in Ordnung bei dir? Äh, ja, ähm, ich gucke mich so ein bisschen um und gucke, ob es so Leute nur mittelbare Hörreichweite gibt. Hm, ihr seid mitten auf dem Marktplatz, also es sind überall Leute. Es ist, ich ziehe uns so in eine kleine Gosse. Es ist halt Samstagmittag, also Primetime für Shopping, saufvoll. Gutes Wettbewerb. Kann ich uns in so eine kleine Gosse ziehen oder so, wo uns so niemand stören würde? Könnt ihr machen, also nicht jeder, nicht jeder schaut euch an, also es ist eher so ein bisschen Stadt, aber ja, kannst du machen. Ja, ich, ich gebe euch das so Deuten. Ja, ist ja gut, sag mal Leo, seit wann hast du den Namen auf dem Rücken? Oh, nee, das sind keine Namen, die vergehen auch. Ascho. Okay, hoffe ich. Äh, auf jeden Fall. Äh, ich hab ja nach Informationen gesucht und, äh, ich hab mich ein bisschen umgehört, ob's aktuell mehr Feindseligkeit gegenüber Tiervölkern gibt als sonst schon. Anscheinend ist es wohl so, dass die generelle Stimmung aktuell sich wohl bessert, auch wenn ich davon nicht viel mitbekomme, wenn ich ehrlich bin. Aber, dass einige Leute auf dem, im Handwerksviertel wohl sehr großen Unmut gegenüber Tiermenschen und Tierrassen, äh, spähen, hegen, pflegen. Ich bin nicht gut mit Worten, ich bin gut mit meinen Fäusten. Deswegen, ja? Aber warum? Wahrscheinlich, weil wir geboren worden sind? Keine Ahnung. Warum jetzt? Überraschung, das war doch schon immer so. Ja, eben. Ich hab nur das bisher herausgefunden. Ich glaub, das Beste, was wir machen können, ist, die Leute direkt zu befragen. Hm, wir könnten vielleicht versuchen, einen Auftragsmord zu organisieren. Oder wir gehen hin und sprechen mit ihnen. Nein, versteht ihr das nicht? Wenn wir jemanden suchen, der für uns jemanden umbringen würde. Du müsstest dich nur als Mensch verkleiden. Kein Problem. Als reicher, adliger oder so. Und dann, du meinst, dort finden wir die Leute, die den Magier beauftragt haben. Ja, genau. Aber nach der Beerdigung. Nach der Beerdigung. Oh, hier, Leo, ich reich dir einen zerknüllten Zettel. Ich. Mit der Einladung. Und ihr seht wieder so eine Trauer, die Leo versucht hat, zu, ein bisschen zu überspielen, zu verdrängen. Aber er fängt sich schnell wieder. Ja, ähm, danke. Wir sollten, also, ich will nichts sagen, aber, vielleicht solltest du dich sauber machen, bevor wir mit der Königin und ganz vielen, ja, genau. Oh, ich. Das war, was hast du gemacht? Äh, Iggy, erklärst doch, ich gehe mal zurück duschen. Kann er nicht einfach Katzendusche machen? Das ist rassistisch. Sag mal, Lischi, hast du Kontakte hier im Handwerkerviertel oder wo bekommst du dein ganzes Material her? Ach so, Handwerker, natürlich habe ich Kontakte im Handwerkerviertel. Ähm. Also, bevor wir deinen Plan angehen, könnten wir vielleicht sogar schon ein bisschen, was ist, was suchst du? Was ist denn? Ähm. Du hast, kennst hier keine Einschgen. Nein. Oh, verstehe. Hätte ja sein können. Aber, ich könnte gerade mal, Villa, wie viel Zeit haben wir noch? Und ich mache so meine Uhr auf, bis die, bis die Beerdigung anfängt. Ähm, also, zwei, drei Stunden. Fantastisch, wir haben noch zwei bis drei Stunden. Ihr macht, euer Ding und ich suche meine Kontakte. Gut, wenn du dazu keine Hilfe brauchst. Nein, ich bin schneller alleine. Ich kann springen und so und laufen. Okay. Ja. Mhm. Genau. Wir sehen uns auf der Beerdigung. Ja. Verfolg sie, beobachte sie. Lufteinheit. Gut, ich, 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 ich kreise mit etwas Abstand über das Zene. Ich bring dir ein bisschen von diesem Honigzeug mit. Ich gehe zum Markt. Danke. Ich habe Hunger. Ja. Wie leicht sieht man so einen Arakokra? Schon deutlich. Also, es ist halt ein riesiger fliegender Vogel in einer Stadt, in der nicht viele Tiermenschen gerade unterwegs sind. Eigentlich fast keine. Wenn man in die Luft guckt. Wenn man nach oben guckt, würde einem das deutlich auffallen, ja. Ich fange an zu rennen. Ähm, sehr unauffällig natürlich. Ich fange an zu rennen. Und du rennst und drückst dich so überall entgegen und alle sind so, hey, was soll, hey. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und flitze in eine sehr dichte Gasse. Vor allen Dingen eine Gasse, wo auch das Dach drüber ist. Also praktisch, wo Dächer zusammen kommen, sodass man mich auch nicht mehr sehen kann. Dächer, meine eine Schwäche. Und ich quetsche mich durch diese Gasse durch. Die Gassen sind teilweise sehr eng, weil einfach, einfach gebaut wurde wie sonst was. Wo bist du? Immer noch im Handwerkerviertel? Ich bin immer noch im Handwerkerviertel, genau. Sobald ich mir absolut sicher bin, dass man mich nicht sehen kann, ziehe ich mir einen Umhang an und verstecke vor allen Dingen meine Öhrchen unter dem Umhang. Es ist ein schwarzer Umhang mit einer ziemlich tiefliegenden Kapuze und man sieht eigentlich praktisch fast gar nichts mehr von mir. Vor allen Dingen sieht man nicht, dass ich ein Haarengorn bin. Das ist das Allerwichtigste bei der ganzen Sache. Dann bin ich sehr verwirrt, dass du da drunter verschwunden bist und nie wieder rauskommst. Und such nach Iggy, um ihm das zu berichten. Sie hat sich aufgelöst. Echt? Was? Sie ist einfach weg. Sie ist unter einen überdachten Bereich gegangen und dann kam sie da nicht mehr raus. Und irgendwann habe ich reingeschaut und sie war weg. Weg? Wie? Na, Janelle? Nein, nein, einfach nicht da. Ich glaube, sie hat mich abgehängt. Das macht dich nur umso verdächtiger und ich stopfe mir diese Teighonigdinger in den Mund und kauere ein bisschen drauf hin, als wäre es Sherlock Holmes. Ist das mit Nüssen? Oh ja, ja, ich habe dir auch welche mitgebracht. Danke, danke. Gut, dann hat sie wohl ihre Geheimnisse. Wer hat sie nicht? Darf sie ja. Ja. Ich gehe mir den Schnabel polieren. Und das ist kein Euphemismus! Ich weiß nicht mehr, was ein Euphemismus... Ich kann nicht mal euphemismus aussprechen. Gut, ich komme mit. Okay, Leo, was machst du? Ich gehe duschen. Okay, du gehst duschen, ja. Verstehe. Ja, und dann will ich mich einfach wieder zurück zum Handwerkshütte machen. Ich brauche ja nicht so lange ein Gäste. Ja, also, du bist nach Hause gegangen, in die Kaserne, hast dich geduscht, frisch gemacht, bist wieder zurück. Du bist jetzt noch so... Höre besser, was Maucki machen möchte. Ach, Lissi. Lissi ist jetzt praktisch inkognito unterwegs und bewegt sich auf die Gossenviertel. So heißt das. Auf das Gossenviertel zu. Beziehungsweise, ich weiß ja, wo man höchstwahrscheinlich Dinge herausfindet. Oder? Also, ich meine, ich weiß ja, wo meine Kontakte sind. Würde ich sagen. Es gibt so ein bisschen so ein Untergrundtreff im Gossenviertel. Da hängt das, also... Da hängt das Pack vom Pack ab. Und die wissen immer sehr viel. Dann würde ich gerne zu dem Pack gehen, das höchstwahrscheinlich Ahnung hat über magische Dienste. Auftragsmörder und so ein Bums. Kannst du pingen, wo das wäre ungefähr? Ich würde sagen... Ihr. Ah ja, okay. Oh, das ist ganz schön tief im Gossenviertel. Ich bin natürlich nicht verwundert, denn ich weiß das ja. Und ich gehe da in den Untergrund und schaue mich erst mal um. Sind da Leute? Sind da Leute, die ich kenne? Schmierige Gestalten. Fast alle Leute haben ihr Gesicht verdeckt. Aber du kannst eine Person pinpointen, die du schon von früheren Aufträgen kennst. Und der steht da rum. Und so ein schmaler, kleiner, dünner, also ein relativ hochgewachsener, aber sehr schmaler Echsenmann mit einem sehr, sehr langen Gesicht, was halt vorne aus der Kapuze noch so leicht rausragt. Bruce. Bruce! Ja, sein Name passt nicht zu seinem Aussehen. Ich gehe auf ihn zu und er wird mich wahrscheinlich direkt an meiner Kapuze und meinem Auftreten erkennen. Vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen kleiner bin als die meisten, die hier rumlaufen. Und ich stupse ihn an. Ey, Bruce! Was machst du denn hier? Hab ich nicht mehr gesehen. Ja. Läuft das Geschäft nicht mehr über die Königin? Müssen wir das immer wieder aufwärmen? Ich hab meine Gründe. Du hast deine Gründe, hier zu sein. Wir müssen das nicht immer wieder tun. Sag mir, ich hab da eine Frage. Ich bräuchte vielleicht eine kleine Einsicht in die Lage der Dinge. Hättest du ein paar Informationen, wie es gerade aussieht? Irgendwelche Attentäter unterwegs? Irgendwelche Leute, die uns was Böses wollen? Äh, nein. Das war ein sehr zögerliches Nein. Was willst du wissen? Stell mir eine Frage, ich gebe dir eine Antwort. Aber das ist ja Wischi Washi hier. Attentäter. Irgendwelche unterwegs. Sag doch einfach, mein Gott, wir sind doch Freunde. Oder hast du jetzt auch Geheimnisse von mir? Nein, ich würde niemals Geheimnisse von irgendjemandem haben. Raus mit der Sprache, erzähl mir eine Geschichte und ich gebe dir eine Antwort. Ach. Wir waren auf einem Auftrag. War alles schön und gut. Aber dann kam ein, ich weiß nicht, Blutmagier, ein Hexenmeister, irgendein Arschloch mit irgendwelchen Flüchen und hat eine unserer Kameradinnen erwischt. Und ja, heute um sechs gibt es das Begräbnis. Aber was nützt mir das, wenn ich nicht weiß, ob wir die Nächsten sind? Okay. Ich kenne keinen Blutmagier. Kennst du Leute, die Blutmagier kennen? Scheiße, Mann, das ist super selten. Haben wir irgendwelche Necromancer in der Stadt? Das ist doch verboten. Also, ich würde sagen, niemanden, den ich kenne, der so stark wäre, dass es einen von euch umhauen würde. Also, tut mir leid. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass von uns hier, ja, Leute haben keinen Bock auf euch. Ihr habt halt einen Scheißhaufen Kohle und lebt da das Leben in Saus und Braus und wir sind gefangen in diesem Drecksviertel. Aber antun wird euch von hier niemand was. Kennst du jemanden bei den Menschen? Der... Jeder! Naja, aber die meisten sind Trottel. Machen wir den an. Ja, da bin ich schon dran. Scheinheiliges. Aber Propaganda, alles Propaganda. Aber die anderen glauben mir nicht. Ja, ja, sehe ich aber genau. Meine Meinung, meine Meinung. Ich traue niemandem. Die ganze Welt ist böse. Auf jeden Fall. Aber meinst du, meinst du, du kennst irgendeine Gilde, einen Clan, einen irgendjemand, der vielleicht zu hochrangigen Magiern Verbindungen hat? Ah, ja, jetzt wo du es sagst. Es gibt diese, ähm, dunkle Bruderschaft. Die, äh, bündern Leute in der Stadt um. Ähm, ausschließlich Blutmärchen. Ich mach einen Witz, keine Ahnung, wo ich jetzt im Blutmärchen zaubern soll. Mein Gott, ey. Verschwinde dann doch nicht meine Zeit mit irgendwelchen Märchen. Du verschwindest meine Zeit mit irgendeinem Scheißdreck. Ich krieg einen Scheißhaufen Kohle für den Scheiß. Wenn mal jemand draufgeht, dann muss man damit leben. Mein Gott, seit wann bist du so weich geworden? Wann ich weich werde, ist immer noch meine Sache. Mhm. Ich gehe. Das macht ja hier scheinbar keinen Sinn. Du warst mal sinnvoller. Du warst mal nützlicher. Mhm. Und du warst mal bodenständiger. Man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich drehe mich um und gehe. Mhm. Nutzloses Pack. Gut, 17.30. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Mhm. Wenn ihr pünktlich kommen möchtet. Ich verstaue meine kleine Kapuze ganz tief in meinen Taschen. Ähm. Wo ist der Rett? Finde ich die beiden auf dem Marktplatz? Also ich... Ja, du bist noch auf dem Marktplatz. Also für dich ist es noch etwas früher. Was machst du auf dem Marktplatz? Also ich finde die beiden jetzt erstmal nicht. Beziehungsweise die drei. Ich weiß jetzt nicht, wo die hin sind so. Mhm. Ähm. Ich würde mich einfach mal so ein bisschen bei den Ständen umhören wollen, bei denen ich weiß, wo die Gossenviertel-Leute einkaufen. Da habe ich ja einen Tipp bekommen vom Barwirt. Mhm. Ne? Und ja, ich würde erst mal zu den Ständen gehen. Da, wo die Gossen wird. Gossenviertel-Leute einkaufen gehen. Der Markt ist sehr groß und relativ schick. Es ist alles beflastert. Ein paar Grünflächen. Und es sind relativ wild alle möglichen Stände aufgestellt. Und drumherum sind eher so feste Einkaufsläden. Dir fällt an jedem Stand ein kleines Zeichen auf. Nämlich ein kleiner Kopf mit Ohren dran. Und dann ist das entweder durchgestrichen oder nicht. Damit wollen sie sich interessieren, ob sie Bock auf Tiermenschen haben oder nicht. Finde ich da einen Alchemisten? Mhm. Ja. Hat der so ein Antitiermenschen-Logo? Nö. Du kannst da hingehen. Okay, ich wäre so oder so reingegangen. Ich gehe mal rein. Mhm. Ja, wen? Also, was sehe ich denn da für eine kuriose Gestalt? Du siehst da einen kleinen, dicken und sehr, sehr, sehr alten Halbelfen. Er hat wie so einen kleinen Schnauzbart und so ein kleines Ding hier unten und noch so ein Goatee? Er hat so ein Goatee-Bart und sieht ein bisschen aus wie DJ Bobo in kleiner und breiter. Er steht da in seinem Laden, guckt so über die Theke drüber und ist so Ich kann Ihnen helfen. Guten Tag. Haben Sie Hailtränke im Repertoire? Arbeiten Sie nicht für die hier Königsgarde? Ja. Ich habe ja einen richtigen Superstar in meinem kleinen Laden. Was darf es sein? Hailtränke. Ja, wir haben kleine Hailtränke. Halten Sie um 10 Leben. 40 Gold. Oh, Hailtränke, die halten Sie um 20 Leben und nicht Gold. Ich hätte gerne zwei jeweils. Haben Sie eine Portion of Invisibility? Ja. Eine. Oh, die ist teuer. Ich schaue dich so hoch und runter. 400 Gold. Die sind selten unterherzustellen. Das wäre insgesamt 680. Ich würde Ihnen alles für 550 abnehmen. Mengenrabatz. Bin ich hier? Ist es hier? Mag schrei? Schrei ich? Hallo, hallo, Tränke umsonst, kauft viele, kriegt einiges umsonst. Nein, 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 nein. 80. 600? Ein bisschen entgegenkommen. Sie haben doch gesagt, ich bin ein Superstar, also. Superstar. Oder? Und so ein bisschen, so ein bisschen. Schau mich an. Er zeigt sehr auf sich, hat so sehr durchschnittliche Kleidung an, zeigt so in seinen Laden, der so Innovierung vertragen könnte, so schlimm ist es nicht, aber eher bodenständig. Möchtest du mit mir verhandeln, Mister? Ich arbeite für die Königin höchstpersönlich. Es ist das höchste Rang im Land, den wir hier vertellen können. 680 Gold oder verpiss dich? 680, aber nur, wenn du da nicht mehr redest. Ist das ein Deal? Er macht so mit dem Mund so einen Schlüssel zu. Ich weiß den. Ich werfe mir das so einfach auf die Theke, nehme mir die Tränke und verlasse den Laden. Also es waren zwei Miner, zwei große und eine Invisibility, Yes. Und ansonsten würde ich mich auf dem Marktplatz gerne bei einem Schneider umgucken. Das müssen wir auch nicht roleplayen. Ich würde einfach gerne eine schwarze Robe kaufen und mich adrett anziehen für später. Wie teuer werdet es? 10 Gold. Weil du ein Teammensch bist. Aber dann will ich das wenigstens auch Seider haben. Also ist das... Ist schon ein gutes Robe so, aber Leute haben halt gar keinen Bock, dir was zu verkaufen. Deswegen können die den Teammensch hier nicht treffen. Aber ja, 10 Gold. Okay. Okay. Ja, und dann das war's. Dann gehe ich mich für Iggy und so umgucken weiter. Okay, perfekt. Iggy, Kinkaru, was macht ihr? Ja, zeitlich zurück. Also tatsächlich. Ja. mit einer der ersten, die dann am Friedhof sind oder da, wo die Festität stattfindet. Ja, im Schloss. Ja. Bin auch auf dem Weg. Du hattest doch ein Gedicht für sie. Ja. Willst du das vielleicht dann jetzt lesen? Wie, jetzt? Jetzt? Oder bei der Beerdigung? Hm. Dann hört sie es vielleicht noch. Hm. Warte, ich weine gleich. Ja. Kriegen wir hin. Wo ist die anderen eigentlich? Ich weiß es nicht. Leo verschwitzt. Die hat doch eine Uhr. Und dann kommt der verschwitzt wieder und hat Informationen bekommen. Ich würde mich ja, also ist da schon eine Menge an Leuten oder sind da noch nicht so viele? Also es ist jetzt 17.30 Uhr. Wollt ihr sagen, dass ihr geht jetzt alle schon mal zum Schloss nach vorne? Ja, 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 ja. Ich würde da schon mal hin. Okay. Dann ihr kommt am Schloss an. Es ist circa 18 Uhr. Die Schlosstüren sind noch verschlossen, aber draußen tummeln sich schon einige Leute. Ein paar adlige Menschen sind tatsächlich gekommen. Einige vom Schloss Stuff, die dabei stehen und aus dem Gossenviertel sind nicht besonders viele gekommen. Ihr seht eine kleine Gruppe mit Tieflingsmenschen. Ihr könnt glauben, es ist wahrscheinlich Natalas Familie. und ja, so, das war es eigentlich schon fast. Meine Mom? Oh ja, deine Mom ist auch gekommen. Die ist dann da und die hat sich so ein bisschen zu der Tieflingsfamilie dazu gestellt und er ist so, hey, ja, das ist ganz krass hier, wie das hier aussieht. Wow, dass wir hier sein können. das sind ja traurige Umstände, aber krass. Ist die Queen da? Schon oder ist die noch nicht da? Die ist noch nicht da. Ich geselle mich zur Party und ihr seht, wie ich adrett, frisch geduscht, in angemessener Kleidung tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ihr mich ohne Waffen seht und ich komme auf euch zu. Gut, siehst du aus. Ja, danke. Iggy, hast du was vorbereitet? Ich finde, du solltest die Ehre haben. Die Königin ist zu lächelig. Das wirst du schon. Das ist das Stichwort, die Tore öffnen sich, die Königin tritt nach vorne, neben ihr steht ihr Ehemann. Sie sagen, hallo und herzlich willkommen. Danke, dass sie es so kurzfristig einrichten konnten, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Eine Gedenkfeier für Nathala, die ehrenwerte Kämpferin, Klerikerin und geschätzte Freundin für uns abzuhalten. bitte, kommen sie herein und sie geht vor und an der Tür stehen ein paar Wachen, an der eigentlich fast jeder problemlos vorbeikommt. Außer ihr. Ihr müsst noch mal euren Ausweis zeigen. Ernsthaft? Iggy, mach einfach. Ich gucke zur Königin rüber und schüsse einfach nur Fragen in den Kopf. und sie ist ihr unangenehm. Sie macht nichts? Ja, darf es rein, darf es rein, darf es rein. Schaut sich diese Tieflingsfamilie an, ist so, habt ihr eine Einladung bekommen? Herzeigen. Die Familie ist ganz aufgelöst und so die Einladung raus und zeigt ihr und ist so, hier, einmal Taschen aufmachen, wir müssen durchsuchen, was ihr dabei habt. Ich stelle mich vor die Familie. Warum hast du die anderen davor nicht durchsucht? Ihr habt königliche Genehmigungen, die nicht. Wer weiß, was die hier reinstehen. Die gehören zu uns, die Verantwortung übernehmen wir. Die gehören zu der Toten. Was wir durchsuchen und ihr hört, wie die Königin zukommt und so, hey, geht's noch? Lass es gut sein. Und dann sind die Wachen so, okay, lassen euch durch. In einem Platz, es ist, oben ist ein, wie so eine kleine Bühne aufgebaut, auf der ein Sarg mit vielen blauen Blüten. Der Sarg besteht aus weißem Marmor und ihr habt am ganzen Raum verteilt, sind mehrere kleine Tische und da könnt ihr Platz nehmen. Es ist gedeckt für Essen. Oh, oh, die Schokolade, ich nehme einen. Ich sitze, ich schwingte. ich habe mich sowieso ein bisschen dazwischen gemogelt, damit niemand so richtig auf mich achtet. Meine Hasenfrau, du fällst wirklich auf. Ja, ich weiß, aber damit meine Gruppe nicht so richtig auf mich achtet, damit die nicht jetzt doofe Fragen stellen und stelle mich eher so mehr so hinten an. Okay. Die Königin bei ihrem Mann? Nee, die steht im Raum und begrüßt ein paar Gäste. Der Mann ist da auf dem Thron und quatscht ein bisschen. Ich würde mich gerne zur Königin begeben, aber jetzt nicht so feindselig oder so, sondern einfach wirklich so casual. Oh, hallo, hallo Leo. Wie geht's dir? Ich verbeuge mich einmal respektvoll und miete an ihrem Blick. Naja, wie soll's mir gehen? Ich wollte eigentlich nur über Hör mal, ich nehme mich so ein bisschen vor auf Whisper-Reichweite. Iggy ist am meisten von der ganzen Sache mitgenommen. Könntest du in deiner Ansprache vielleicht, keine Ahnung, ein paar nette Worte finden und ihm dann den Rest überlassen und ich bin nicht gut in sowas. Tut mir leid. Mach mir nur Sorgen um ihn. Mach ich. mach ich. Ähm, ja, ich hab mich umgehört und egal, was die nächsten Tage passiert, bitte versprich mir, dass du die Augen und Ohren offen hältst für mich. Ich verbeuge mich still. ein bisschen länger als es eigentlich nötig hätte. Ich muss los. Sie klopft jetzt auf die Schulter und streichelt so den Arm und geht so weg nach vorne. Und ist so, meine lieben Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten. Dies ist eine Gedenkfeier für Nathala, eine ehrenhafte Klerikerin, die für uns in unserer Abenteurergruppe Unfassbares bewirkt hat. Ich hatte leider nur ein Jahr, um sie kennenzulernen, aber sie ist für uns alle schon zu einem Teilfamilie geworden. Ich würde hier oben das Podium freistellen für jeden, der vielleicht etwas sagen möchte. Bitte. Sie geht auf Seite und wer möchte, könnte nach vorne. Ich gucke ganz kurz zu Nathalas Familie. Die sind so ganz zurückhaltend, so ein bisschen wie sie, sehr zurückhaltend, vorsichtig. Wir sind schon hier drin. Ist Calvin da? Calvin ist da. Sollen wir alle was sagen? Alles gut, Calvin, schön, dass du da bist. Ich schaue zu den vier Gefährten und zeige so einen Zettel, auf dem nur so drei Zeilen stehen. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben. Dann mach das, auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht alle hochgehen und sagen ein, zwei Worte und dann du? Ja, los, das ist gut. Okay, 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 okay. Ja, ich gucke auch mit nach oben. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt alle nacheinander, oder wollen wir jetzt alle als zusammen? Ja, zu fünft gehen wir jetzt da hoch, ja. Okay, I guess, dann machen wir das, let's go. Komm, Leo, komm. ihr schaut ins Publikum und Nathalas Familie sitzt da und ist am Bein und ihr habt ein, im Publikum ist die Stimmung sehr gemischt, also ein paar von den Menschen, die zu Besuch sind, trauern und die sind sehr, sehr traurig und sehr betroffen davon. Einige weniger sind etwas kühler und eher so, keine Ahnung, Staatsmitglied gefühlt ist gestorben, ist eine Pflichtveranstaltung, den Vibe geben sie euch und ein paar Leute sind da, weil sie glaube ich da sein müssen, sonst würden sie hier nicht anwesend sein. Die sind sehr, 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 ja, nicht besonders angetan von der ganzen Geschichte. Ich gucke mich in meiner Party fragend um und sonst würde ich als Start sprechen. Ich nehme die Hände so ans Podium. Ja, meine, meine Lieben, das ist doch scheiße. Ganz egal, aus welchem Grund ihr hier seid. Ob ihr sie, ob ihr Navala persönlich kanntet, ob sie eine Kameradin war, eine Freundin, ein Kollege, ein Bekannter oder ein Teil der Familie. Für uns und ich gucke zurück in unsere Party, war sie all dies und noch viel mehr. Auch wenn wir uns nur ein Jahr kannten, es ist so, dass sie ehrenvoll im Dienst gestorben ist und dafür möchte ich ihr mit jedem Haar auf meiner Pracht, auf meiner Mähne danken und ich suche den Blick zur Familie und verbeuge mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass wir nicht da sein konnten. Danke und ich drehe mich um. Calvin klopft dir auf die Schulter und macht so einen Schritt nach vorne und ist so Nazala war sehr nett, eine sehr geschätzte, ehrenwerte Kameradin. Ich mochte es immer, wenn sie mich in Kämpfen geheilt hat, das hat mir sehr geholfen. Wir werden sie alle vermissen. Ruhe in Frieden mit freundlichen Grüßen. Calvin Ich glaube, das ist zu so. Lequenteste, was ich je von ihm gehört habe. Und ihr seid alle ein bisschen stolz. Die Hand landet auf Calvins Schulter und schüttelt so kurz. Ich streiche ihm so über sein weiches Fell. Er hat so gut gemacht. Jetzt erst seit einem Jahr können 내� Nathala und wir der Krone dienen und wir sind der Königin höchst dankbar dafür. Aber das ist sehr wenig Zeit, um seinen Platz zu finden und Nathala hat ihn nun schon wieder verloren nach nur einem Jahr. Und vielleicht hätte sie noch viel mehr gefunden als nur eine Arbeit. Vielleicht hätte sie noch eine Familie gefunden und sie wäre sicherlich auch in Zukunft sehr, sehr wichtig gewesen für ihre Majestät und für uns, weil sie uns immer, sie stand uns immer zur Seite, sie war immer freundlich, sie war immer fröhlich, aber was mich traurig macht, ist nicht nur, dass sie nicht die Chance hatte zu hören, was Iggy gleich für sie sagen wird, was zu spät kommt, sondern auch, dass sie sich geschäbt hat dafür, was sie ist. Sie hat immer versucht, ihre Hörner zu verbergen und ich finde, das hätte sie niemals tun sollen, sie war, sie war wunderschön, so wie sie war und ich wünschte, sie hätte noch die Zeit gehabt, den Platz zu finden, wo sie auch darauf stolz ist, was sie ist. Leo sagt mir immer, ich soll stolz sein auf das, was ich bin und ich hoffe, er hat es auch Nathala gesagt und ich wünschte, sie würde noch die Zeit haben, die Jahre in Zukunft, das zu lernen und zu sagen zu Iggy, was sie denkt über das, was sie sagen will und Witze machen mit Lizzie und Leo trinken gehen und mir Lesen beibringen und das ist das, was ich mir gewünscht hätte und das wird nicht sein und das wird nicht sein, weil Leute sie gehasst haben und uns und dieser Hass tötet. Du siehst nicht im Publikum. Vergess das nicht! So, ich gehe von der Bühne, sehr klein. Ich würde dir so eine offene Haltung anbieten und ich... Ich komme hin und lege meinen Vogelkopf so seitlich hin und ich streife dir so ein bisschen rüber wie so ein... Nein. Ah. Ishi? Ja. Ja, ich auch. Ich trete auf das Podest, schaue die Leute an, die mich gerade ein bisschen gelangweilt und teilweise gähnend, teilweise total genervt anschauen, noch jemand, der eine Rede halten will. Und zuerst fällt mir eigentlich gar nichts ein, ich habe nämlich gar keinen Zettel dabei. Aber das, was mir schon die ganze Zeit auf den Lippen brennt, ist... Ich will nur eine Sache sagen. Eine Sache und dann seid ihr mich eigentlich schon wieder los. Ich weiß, dass da draußen noch jemand ist, der diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Und ich weiß genau, dass diese Worte dich irgendwann erreichen werden. Vielleicht bist du ja sogar im Raum, wer weiß das schon. Und ich drehe mich um... Entschuldigung? Drehe mich wieder zur Menge. Aber wir werden dich finden. Und wir werden deine Machenschaften auf jeden Fall beseitigen. Calvin, ich bin das so. Das ist eine Gedenkfeier. Jeder trauert anders. Ich habe sehr lange keine Freunde gefunden. Sehr lange habe ich niemandem vertraut. Und Nathala war eine der ersten Personen, die ihre Hand zu mir ausgestreckt haben. Und du hast mir diese Person genommen. Wir werden dich finden. Und das ist auch alles, was ich sagen will. Und ich gehe von dem Podium runter und schaue niemanden an. Aber ich bin wirklich pissen. Calvin kommt dir hinterher. Iggy, du bist jetzt alleine noch auf der Bühne. Ich... 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 Äh... Ja, leg meine Handschuhe auf den Sarg. Es ist von mir für dich, aber von uns für dich. Na, Salah, seit wir uns trafen, gilt mir die Fähigkeit zum Schlafen. Ich sehe, wenn ich die Augen schließe, deine Gestalt. Und ich genieße jede Nuance deines Seins. Wir sind so zweit und auch gleichzeitig eins. Deine Hörner wild geschwungen. Dein Schweif so grazil. Deine Haut war wie Feuer, was mir sofort gefiel. Dein Gemüt ist so rein wie nie zuvor gesehen. Und wer dich nicht kennt, der wird es nicht verstehen. So herzensgut und unvoreingenommen. Du kannst unmöglich aus den Höllen kommen. Ich spüre bis zu meinem Kamm mein Herz leist klopfen. Könnte ich schwitzen, würden Schweißtropfen tropfen. Wenn wir uns wie jetzt gegenüberstehen. Und ich stelle wieder fest, du bist wunderschön. Verzeih mir die Frage, ich werde dich stellen müssen. Aber darf ich es wagen, dich... Verzeih mir die Frage, ich werde dich stellen müssen. Sehe ich dich wieder. Wir werden dich vermissen. Und dich werden wir finden. Und fang an zu applaudieren. Auch die Leute, die vorher gegähnt haben, sind ergriffen von dieser Rede und applaudieren. Ich versuche zu applaudieren, aber ich habe sehr falsche Fotos. Ich würde Iggy gerne entgegenkommen. Und dir von der Bühne helfen. Und ich würde tatsächlich versuchen, in der Trauer und der Wut, die auch Lissis Rede mit angefacht hat und die alle Reden vorbereitet haben, verschiedene Blicke in, nicht zu den Tieflingen, nicht zu denen, die aus dem Rossenviertel kamen, sondern zu denen, die sonst da sind. Und würde gern mal Inside, Motive erkennen, flach reinwerfen. Wenn ich darf. Ja. Bin ich nämlich nicht besonders gut, weil meine Weisheit ist miserabel. Wir sind alle stupide, das fuckt bis auf Lizzie. Intelligenz habe ich gut, aber Weisheit minus zwei ist geil. Damit komme ich auf... Dumbstep. Wie viel hast du? Aber ich gucke böse. Wie viel hast du? Auf acht. Acht habe ich guckt. Acht. Ja, du schaust dich um. Du kannst deutlich erkennen, wer da ist, weil er da sein muss und wer da ist, weil er da sein möchte. Dann schließen wir die mal aus, die da sein möchten tatsächlich. Die Königin kommt auf die Bühne und sagt, vielen Dank für eure tollen Reden. Nun, lasst uns, lasst uns speisen, lasst uns trinken, lasst uns sie in Frieden gehen lassen. Und das ist in diesem Königreich, in diesem Land sehr üblich, dass wenn jemand stirbt, man ein großes Fest veranstaltet, zu Ehren dieser Person. Also von allen Seiten kommen Kellner rein, mit Tellern, auf denen so eine Haube drauf ist, sie servieren sie unter allen Leuten und ihr bekommt Essen, ihr bekommt diverse Flaschen Wein, Wasser, alles mögliche auf den Tisch gestellt und ein Streichquartett positioniert sich oben und fängt an, Musik zu spielen. Die Königin setzt sich an den Tisch, sie dürft essen und sich unterhalten. Das war wirklich sehr schön, Iggy. Danke. Das war wirklich sehr wortgewandt. Ich hätte es früher. Ich habe das schon ewig bei mir. Ich bin mir sicher, die Worte haben sie erreicht, so wie sie uns erreicht haben. Danke für eure. Und ich denke, sie hätte ja gesagt. Also auf den Teil, den du nicht mehr vorgelesen hast. Und ich stimme euch komplett zu. Woher weißt du, was er nicht vorgelesen hat? Oh, weil es sich gereimt hätte. Wie? Ach so. Ach so. Ja, 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 ich weiß schon, schon gut, schon gut, schon gut. Ich lege Calvin so die Pfote auf die Schulter und sage, ja, lass gut sein. Deine Pfoten sind echt weich, Mann. Ja. Deine Rede war auch schön. Danke, Calvin. Ich habe mir ein Buch ausgeliehen, wo drin stand, wie man Briefe schreibt. Die haben ein bisschen in der Mitte geändert, aber ich glaube, das klang schlau. Ich glaube, die haben gestimmt. Ja. Ich versuche aktiv die Familie von Nazala zu meiden. Also blicktechnisch, aber auch alles andere. Mhm. Und ich glaube, das würde euch auffallen. Ich fasse es nicht, dass wir jetzt hier stehen und essen und trinken. Mal einen kurzen Moment. Das ist auch eine Art des Respekts, aber das musst du nicht, Lissi. Wir gehen dann das an, was du versprochen hast. Mit aller Kraft und Gewalt, die wir haben. Ja. Und ich stehe mit dir zu. Wer immer das war, könnte auch hier sein. Ich bin zu acht. Ich habe mich noch nicht mit den Leuten beschäftigt, die hier sind. Es ist mir gerade ein wenig schwer nachzudenken. Ich bin einfach so wütend, versteht ihr? Mhm. Es muss ja jemand gewesen sein, der wusste, wann wir da sein würden. Also, wir hatten es ja schon mal. Jemand, der in der Verarbeitung arbeitet. Jemand, der von den Plänen der Königin weiß. Davon waren eine Menge Leute hier. Wollen wir respektzeiber den Abend im Jetzt verbringen. Bevor wir darüber unterhalten, was folgt. Ja, sicher. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das? Dass wir uns auf die Trauerfeier konzentrieren. Ich bin traurig. Was sind wir alle? Die geht auf und geht nach vorne und klampelt an die Glas. Meine lieben Damen und Herren, ich habe noch für uns alle eine kleine Aufmerksamkeit vorbereitet. Ich habe mich erkundigt, was es denn vor allem in der Kultur der Tieflinge gibt, was wir vielleicht heute integrieren könnten, um Nathala noch ein wenig mehr Respekt zu zollen. Und wir haben herausgefunden, dass bei Tieflingsbegräbnissen immer eine spezielle Art von Schnaps verteilt wird. Wir haben den per Eidekurier importieren lassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir den alle miteinander teilen und trinken könnten. Und die bringen so, ja, einige Flaschen rein. Die Flaschen sind wie mit so Hörnern umrungen und tiefrot. Und die Kellner schütten jedem etwas ein. Und die Königin schüttet sich auch etwas ein. Für Nathala. Ich möchte einen Check machen, bevor ich trinke. Okay. Wir wissen, ob etwas komisch ist an dem Zeug. Dann wahrnehme ich mir. Aber wüsste dein Charakter, ob da was komisch ist, wenn noch nie so ein spezielles Exaktiv macht? Nö, aber ich würde trotzdem gerne schauen. Also ich bin ja auch, ja, erstens feines Näschen, zweitens, ich bin ja, hab ja sehr viel Wissen. Nö, also vielleicht habe ich es ja in meinem Leben schon mal getrunken. Ja, das ist aus dem Leben gejietet worden. Ja. Mit einer sexy, keine Ahnung, was haben wir gemacht? Fünf? Ja, fünf. Ich hab dich gebar nie und Prost. Riechst man, es ist ein bisschen ein stechender Geruch in deiner feinen Nase. Starker Alkohol. Riecht, als ob es Chili oder sowas drin wäre. Irgendwie scharf. Let's go. Zum Wurz. Auf der Vorder. Also es ist einfach nur starker Alkohol gewesen. Es war eine Aufmerksamkeit von der Königin, die sich ausgedacht hat. Dann aber fängt die Königin plötzlich an zu husten. Entschuldigung. Eure Majestät. Und fällt zu Boden. Fucking knew it. Heiler! Heiler! Ihr Ehemann rennt sofort hin und greift sie am Arme so. Sie hat aufgehört zu atmen. Wer? Wer? Und ähm... Ich hole einen Priester! Einer aus, äh, aus der Garde, ähm, den Wachen widerstehen, sagt, diese Tiermenschen. Gnautsche! Ist das die Wache für eure verstorbene Fuck, Alter. Ergreift sie! Die Tore schließen sich. Die Wachen stürmen auf euch zu. Was möchtet ihr tun? Wir geben uns. Also. Fuck. Hau rein, Alter. Wie fast. Oh boy. Kann ich mich schnell umgucken, um zu sehen, wie die anderen Leute reagieren? Sind die alle schuck? Oder ist einer so, haha, the gift finally worked, so mäßig? So, weißt du was? Lass mir mal und schau dich um. Einen Perzeptionscheck würde ich gerne machen. Yes. Ja, eine 18. Also ohne mal eine Feuer. Oder? Warte, vielleicht hab ich plus zwei. Du siehst da... Ja, ich hab 20. Oh, ja. Ich hab 20. Es sind alle geschockt. Also, es war ein Riesenschock für alle. Alle schauen hin, sind überrascht. Und es ist eine komplett aufgelöste Stimmung. Keiner lacht. Keiner schreibt sich die Hände. Alle scheinen betroffen und erdrückt zu sein. Und manche Leute sind so, warum die? Manche Leute sind so, ja, die waren's. Und Angst um die Königin. Ich chuck ihr eine... Also ich versuch hier eine Potion in den Mund zu chucken. Ich hab eine Healing Potion! Okay. Also geht das? Hört mich jemand auf? Die Waffen halten dich fest. Du kannst mal werfen. Mal versuchen. Was wirft man da? Der König und dich sind doch so, oder nicht? Also der König und dich sind doch so, oder? Weiß ich nicht. Athletik? Athletik würde ich sagen, ja. Aber das ist eine Acht. Also it's not bad. Ich bin proficient at athletics. Okay, ja. Du nimmst diese Healing Potion, du machst sie auf und du wirfst in Hoffnung, dass es ihren Mund trifft. Und es trifft sie am Kopf. Und der König schaut und schaut sich diesen Trunk an und ist so ganz aufgelöst. Also er weiß gar nicht, also kippe ich das jetzt hier in den Mund? Möchtest du die Potion? Während ich so... Potion. Er kann's gar nicht einschätzen. Und ihr seht, wie der Staatsmagier, der auch immer mit am Start ist, seine Hand hebt. Und ein blau leuchtender Rubin an seinem Ringfinger aufleuchtet und euch wird schwarz vor Augen. Kann ich während das Healing Potion ist noch sagen, ihr Glas! Ihr Glas! Ja, haben sie gehört? Ihr werdet trotzdem ohnmächtig. Und ähm... Also jetzt geht's actually los, liebe Freunde. Ach, das war's Intro. Oh Junge, let's go. Wir haben sehr lange gebraucht, um in das Intro reinzukommen. Ja, ich will viel auch suchen und machen und tun, aber finde ich gut. Eigentlich wollten wir die so direkt vergiften, aber wir haben uns halt Zeit gelassen. Liebe Freunde, ihr befindet euch im Kerker. Ihr seid gefangen worden. Kinkaru, du bist an einen Stuhl gefesselt. Gegenüber ist eine Wache. Du bist gerade zu dir gekommen. Er hat dir ein Glas Wasser ins Gesicht gekippt, wenn man so möchte. Leo, du bist in einer Zelle, du kannst dich ein wenig umschauen. Du siehst, dass gegenüber die Zelle von dir leer ist. Und du kannst nach rechts spielen, aber nicht viel erkennen. Iggy, auch du bist in einer Zelle, auch du kannst gegenüber sehen, dass die Zelle von dir leer ist. Aber einen der anderen siehst du auf den ersten Blick nicht. Und Lissi, auch du bist in einer kleinen Zelle. Neben dir ist eine Leiche. Also der liegt da schon recht lange, der Kollege. Du bist aufgewacht direkt neben ihm. Du kannst dich so ein bisschen nach links und rechts umschauen, sich so eine Zelle gegenüber. Alles recht ungemütlich. Kann ich ihn durchsuchen? Ja. Wird wahrscheinlich nichts sein, aber besser als nichts, ne? Cool. Okay, vergesst es. Ich such sowieso nicht. Du greifst die in die Jackentasche und es krabbelt eine kleine Maus raus, die dir in den Finger beißt. Und dann verschwindet. Übrigens, euch wurden alle eure Sachen abgenommen. Also ihr habt weder Waffen noch Ausweise noch Geld. Ihr habt eure simple Kleidung an, die ihr vorher anhattet. Wo bin ich? Was soll das? Ist das Blut? Was ist passiert? Du sagst mir besser, was du weißt, sonst kriegen wir hier Probleme und glaub mir, ich kann das den ganzen Tag machen. Ich weiß nur, dass die Königin umgefallen ist und dann hat jemand auf uns gezaubert. Pass auf. Ja. Ich mach den Scheiß schon seit 20 Jahren. Was für einen Scheiß. Diesen Scheiß. Wir unterhalten uns. Ich stell dir Fragen. Am besten kommst du weg, wenn du mir einfach antwortest. Ja. Ein Insider hat mir gesteckt, dass ihr Rache üben wolltet für eure tote Freundin, weil sie bei dem Auftrag draufgegangen ist. Scheiß, dir voll. Wir hätten sie gerecht, wenn wir rausgefunden hätten, wer sie umgebracht hat. Wer das veranlasst hat. Und dann habt ihr das bei der Königin ausgelebt. Nein? Die Königin hatte damit ja nichts zu tun. Na gut. Der platziert ein kleines Gerät an deinen Metallfesseln mit ein bisschen Strom drauf. Du kriegst einen Schadenspunkt. Ja! Ich komm wieder, wenn du weichgekocht bist. Er nimmt sich seinen Schlüssel, schließt auf und geht raus. Sehe ich Kinkaro, während die Tür aufgeht, während sie dort leidet? Könntest du reinschauen. Okay. Schließt er wieder ab? Ja. Scheiße. Warte, ich muss noch kurz was durchlesen. Er hört so ein bisschen gelächter. Als ob sich da jemand irgendwie amüsieren würde. Ich würde mich gerne so in der Zelle so ein bisschen hier ranquetschen und gucken, haben die Blick auf mich, die hier? Die können nicht sehen, nein. Nicht? Ne. Die Zelle dann auch nicht, ne? Die hier? Ne, würde ich auch sagen. Dann manifestiere ich hier mein Echo rein und switche mein Place mit ihm. Oh, smart. Okay. Also ihr seht, niemand von euch sieht und hört etwas. Aber ich beschreibe es trotzdem einfach, weil ich es cool finde, ja? Ja, mach das. Ich greife ihn wieder in meine Seele, halte konzentriert Ausschau in die Zelle dort vorne und es manifestiert sich eine perfekte Kopie von mir. Als ich einen Schritt nach vorne setze, ist praktisch plötzlich die Position komplett geswappt. Mein Echo steht jetzt in meiner ursprünglichen Zelle und ich jetzt in der neuen Zelle. Okay, ich mach dasselbe mit der Zelle. Da sieht denn da auch nichts, ne? Mhm. Und walk mich praktisch da rein. Boah, das ist doch keine Limitation, hat das so krass. Und ich halte direkt Iggy. Oh. Damit er nichts sagt. Iggy hat sowieso sich gemutet, also er würde sowieso nichts sagen. Das stimmt. Okay, hier gibt es auch irgendwie nichts Neues, ne? Ich halte Blickkontakt, aber ja, verstehe natürlich. Und die andere Zelle ist leer und so sind bei mir Pipiflecken in der Zelle. Die Details, Anni, fantastisch. Hör mal, bei mir sind Blutflecken. Ich weiß nicht, was du hast. Ich finde das sehr viel beunruhigender. Frage ist, sind es deine Blutflecken? Sind es meine Pipiflecken? Ich gehe mal an die Zellentür und schaue mal in diesen Wachraum. Da ist ja der Folterknecht gerade bei mir vorbeigelaufen wahrscheinlich. Und gehe mal so nah ran und streche den Kopf raus. Du, ich zeig's dir. Du kannst so ein bisschen rausblicken und du siehst, dass da zwei Wachen stehen am Tisch, ein bisschen Bier trinken, ein bisschen Karten spielen. Die haben nicht so wirklich Bock auf ihren Job. Ich guck Iggy an und zeige Richtung Wachen und zähle dann einfach so ab und so. Ich zeig auf die Wachen. Ja, ich hoffe, du hast verstanden. Ich soll mir eine Uhr kaufen, damit ich weiß, wann ich schlafe. Ja, genau, weil ich will auf deine Gesundheit aufpassen. Okay, Lissi, was machst du? Die Sache ist, habe ich bisher irgendetwas gehört? Also gehen irgendwelche Geräusche zu mir hin, weil ich bin sehr weit außen. Du hörst, dass jemand schnaubt? Schnaubt. Okay, dann habe ich jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Ich lehne mich aus der Zelle und versuche, weil ich halt recht zierlich bin, so weit wie möglich rauszuschauen. Links, rechts, geradeaus. Ich halte vor allen Dingen nach Calvin Ausschau. Wie geht's dem eigentlich? Wie geht's dem eigentlich? Ich kann hier alles erblicken. Das heißt, ich sehe Calvin nicht. Hm. Hm. Verrückt. Tja, was mache ich? Ich kann auch nicht zu den Wachen reinschauen, weil da höchstwahrscheinlich eine Tür ist, ne? Also die ist jetzt nicht aufgedeckt, aber ich denke, das ist eine Tür. Kannst du nicht weitergucken, genau. Okay. Und die haben mir alles abgenommen. Kann ich mich durch die Gitter zwängen? In irgendeiner Art und Weise? Ich bin ja relativ dünn. Ich würde einen Akrobatik-Check erlauben. Okay, Akrobatik. Das ist eine Akrobatik, wenn man sich so durchquetscht, ja, oder? Ja, ich glaube, es gibt nichts anderes, oder? Ja, oder? Great Dexterity, aber Akrobatik gibt's sonst. Ja, weißt du was? Ich geh auch einfach jetzt zu Hause so. Das war ne saftige Trauerhaft, Maja. Du hast richtig viel Kuchen gegessen. Was hast du für ein Pech heute? Aber das Spiel ist ja grad nicht zu holen, ne? Dabei hast du vier Hasenpfoten. Ja, ich hab vier Hasenpfoten, aber auf dem Boden etc. liegt nichts. Könntest du dich umschauen? Ich würde mich umschauen, gezielt vor allen Dingen vor meiner Zelle schauen. Da liegt zwar wahrscheinlich nichts. Und ich würde vor allen Dingen auch unter der Leiche schauen und unter diesem Bett, wo drauf die Leiche liegt. Hm? Das ist immer noch ein bisschen gegnt. Bring! Weißt du was? Also langsam geht's mir hier auf den Kuchen. Aber das ist doch okay. Hast du da? Kriegst du was drauf? Nein, du bist doch smart. Warte, warte, warte. Elf plus... Ah, zum Glück vier. Also haben wir 15. Das sollte schon was reichen. Du schaust dich auf dem Boden um und du findest ein bisschen Faden. Du findest ein paar kleine Steinbrückchen, weil der Boden so ein bisschen aufgebrochen ist. Du findest ein paar tote Käfer und ganz am Rand ist wie so ein kleines Drahtgeflechter, ob da mal Strom gelegt war. Also wie so ein Kabel, wo so Draht rauskommt. Das könntest du dir abreißen. Also das könnte ich schon einstecken. Dann stecke ich das ein. Die ist mine now. Und dann würde ich gerade an jemand anderen abgeben, denn ich muss gerade denken. Hey, oh! Hey! Ich mach mich bemerkbar. Ich mach einfach nur so. Ja. Hey, was machst du denn da draußen? Ich wirke Silent Image in den Gang zwischen unseren Zellen und lasse Leo von hier aus dann nach hier hinten rennen. Wie bist du rausgekommen? Und lasse das Silent Image weglaufen. Hä? Weggelaufen? Scheiße, guck du mal. Ja, und Leo, der Feig-Leo-Leute bis hierhin und schaap! Einen zurück. Ich halte von nur mal her. Ich will ihn, also das ist das, was ich jetzt verstanden hab von dir. Ja, das war der Punkt. Ich versuche ihn zumindest. Krieg ich Adventsch, weil der es nicht erwartet? Ja, würde ich sagen. Wollen wir mal. Nice. Uh, ja, das ist eine 23. 23, ja, perfekt. Du hast ihn fest im Griff. Du hast den Mund. Ich halte direkt mal. Ja, genau. Und er hat auch einfach Angst, weil die haben jetzt nicht viel mit Tiermenschen zu tun. Es ist der normale Knast, die sind ja eher im Gossenviertel für sich. Und er hat einfach, also es ist auch ein guter Intimidator von deiner riesen Pranke, die er hier im Mund hat. Ich strecke meine Klaue durch die Stäbe und aus den geschuppten Klauen wird eine spektrale Blaue, die langsam, aber sicher in Richtung Gürtel geht und den Schlüssel sich holen möchte. Schaffst du? Dann würde ich Leos Schloss aufschließen, dass er rauskommt. Während der Silent Image Leon übrigens vor der Wache tanzt. Äh, das ist, äh, was, was, hey, hey, was macht ihr hier? Ich, äh? Scheiße, was macht man da? Fuck. Okay. Der nimmt sich so einen Axtspieß und ist so, rein! Was soll der Scheiß? Dann geh ich ein Stück... Nee, mach du mal. Nee, 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 du, deine Tür ist offen, mach mal. Achso, ich würde einfach so ein bisschen am Hals drosseln, dass er ohnmächtig wird. Also ich will ihn non-liefly praktisch, ich will ihn schlafen bringen. Weißt du, was ich meine so? Die Luft abwürgen, geht das, ginge das? Oder ist das ein Check? Ich würde sagen, du hast ihn in der Hand, du bist stark. Ja, okay, ich würde ihn praktisch die Luft abschneiden, bis ich so merke, okay, er gibt nach, er gibt nach. Und dann wird er so langsam ohnmächtig. Ich will ihn nicht aktiv umbringen, das ist mir für wichtig. Er stirbt nicht, er wird ohnmächtig, ja. Lass das Silent Image, was eben noch getanzt hat, auf den anderen Typen zulaufen mit breiten Krallen. Es ist halt still, aber es läuft ein Leo jetzt auf den anderen Typen zu. Ich würde... Nach hinten aus. Er ist so besoffen, du lest so, scheiße. Wie viel Friseinzeit bei. Wie viel ist hier von euch? Warte. Ich caste meinen Echo Night genau vor ihm. Das reicht bis hierhin. Dann kommt also noch ein Leo raus. Wer ist der echte? Dann würde ich dich gerne mit drei Leos intimidaten. Schickst Advantage drauf, roll mal. Geil. Ich schließe inzwischen mit der Mage Hand meine Tür auf. Uh, nice. 15 plus? 16. 16 habe ich insgesamt. Okay, der Kollege schaut sich an und ist so, guckt so auf seinen Bierkrug. Guckt dich wieder an, ist so, guckt wieder auf seinen Bierkrug. Scheiße. Ist intim, er bewegt sich nicht, starr vor Angst. Ich mach mit ihm dasselbe, ich lege ihn schlafen. Ruhig, ne? Funktioniert. Der liegt jetzt. Okay. Und seid beide draußen? Mhm. Okay. Gute Idee. Wo ist der Rest? Ich hab King Karo dort hinten gesehen. Die sollten wir als nächstes holen. Na los. Warte, warte, warte. Hast du das auf ein paar neue Waffen? Ähm, ich bin nicht so, also ich kann eigentlich nur mit dem, was ich hab, aber ich... Was tragen die beiden Wachen so? Die tragen Kettenrüstung und einen Helm und einen Schlagstock bei sich. Der eine hat so ein Spießgabel-Ding bei sich. Ja. Wie du meinen Typen... Ach, das passt mir alles niemals, nur mein, vergiss es. Ähm, ich nehm mir einfach den Schlagstock mit, ähm, ich würd die aber komplett entwaffnen. Mhm. Und in die Zelle? Ja. Ja. Genau, genau. Ja, wir schieben die in die Zelle, sehr schön. Und, ähm, ich werde mit Disguise-Self zu dem Folterknecht. Oh, smart. Okay, und ich, äh, beam mich mit Echo Knight wieder in eine Zelle, sodass ich halt gefangen bin, weißt du? In meine ursprüngliche Zelle beam ich mich wieder zurück. Hey! Weiß jemand, kommts. Dann schließe ich deine ursprüngliche Zelle auf, aber lass die Tür zu. Und öffnet dann die Tür, äh, um Nachikau zu sehen. Ich weiß nichts! Ich weiß wirklich nichts! Ich hab, ich kann mich nicht erinnern, wir haben nichts getan. Und der Königin schon gar nicht. Die Königin war immer wirklich, wirklich sehr gut zu uns. Warum sagt mir, was tun? Dann werde ich dich wohl freilaschen müssen. Ach, verdammt, ich kann meine Scheme halt nicht mehr stellen. Was kann ich da tun? Ja, und ich komm auf dich zu. Ich bin's, Kick. Kick und schließe auf. Was haben sie dir angetan? Noch nicht, gar nicht so viel. Es hat nur ein bisschen. Es ist, äh, äh. Nein, ist okay. Ja, ist okay. Wir sind, wir sind noch nicht draußen. Wir müssen unbedingt noch Calvin und Lizzie finden. Aber Leo ist frei. Also, durchatmen. Die Haare kriegen uns nicht klein. Wir haben ein Versprechen abgegeben vor, ich weiß nicht wie vielen Stunden. Und wir müssen, shit, die Königin ist tot. Und die haben ihr Glas vergiftet, weil wir haben alle aus derselben Flasche getrunken. Los, komm. Es ist jemand gewesen, seit der ganzen Jahre, in der ihr ist. Mhm. Ich geh nochmal zu dem Tisch oben. Ähm. Ist da noch etwas offensichtlich, ähm, neben den Sachen, die, also ist er... Mhm, du findest eure Ausrüstung. Ha. Oh, okay, cool. Ausgezeichnet. Ihr findet auch Calvins Ausrüstung. Okay, okay, okay. Äh, Leon. Dunk, dunk, dunk. Wir brauchen starke Arme. Hast du mich gerade Leon genannt? Egal. Leo. Nicht der Zeitpunkt. Ich mach meine Tür auf, gehe zum Tisch und helfe halt beim Armen rüsten und zieh mich wieder an. Ja. Okay. Äh, wir gehen in eine wichtige Sache noch, ähm, ich weiß nicht, wann wir die nächste Gelegenheit dazu haben. Äh, die Königin. Als ich mit dir gesprochen habe, hat mir Folgendes gesagt, Leo, egal was passiert, halte deine Augen und Ohren offen. Und das wirkt mir sehr verdächtig. Da hat sie was geahnt. Vermutlich, aber wir sollten Lizzie so schnell es geht finden. Ja, und wir sollten ihr ihre paranoide Verschwörungstheorie austreiben, denn die Königin ist jetzt tot. Außer, sie spinnt es natürlich weiter zu dem großen Plot, das sich die Königin setzt. Ach, am Ende, am Ende sagt sie auch noch irgendwie sowas wie, keine Ahnung, unser Kontinent ist flach oder sowas. Wie dem auch sei. Ist er nicht? Ist er nicht? Gerade du, du fliegst doch. Ah, wir. Wisst ihr was? Nicht der Zeit. Wie sieht das alles flach aus? Nicht der Zeit gut. Ich muss Lizzie finden. Unbedingt. Ähm, ja, was sehen wir hier unten? Genau, da wollen wir jetzt hin. Äh, warum klappt das nicht? So. Klamm. Ähm, ist das eine Tür? Mhm. Ja. Große, fette Eisentür. Ja, große, fette Schlüssel. Passt nicht, passt nicht, passt nicht. Passt nicht, ah. Warte, warte, warte. Du solltest erst mal allein durch die Tür gehen, weil wenn ich wissen, ob dahinter noch jemand ist. Oh ja, ich bin ja der Tür. Oh ja. Kinkaru, wir warten hier vorne. Ja. Ist klar. Ihr wartet, äh, ups, sorry. Ihr wartet beide hier noch so ein bisschen in diesem, in diesem Ort. Du bist gerade durch die Tür getreten und du siehst viele kleinen Zellen. Ähm, einen langen Gang, den ich dir jetzt, ähm, ertüllen werde. Einen wachen Kollegen, der da spielt mit dir. Und, ähm, ja. Hey, ey, was, was macht ihr hier? Ich bin getrunken. Ups, ja. Aber die Herrsinn ist jetzt dran. Jetzt werden dir die Ohren langgezogen. Hm, mach mal, bitte, räume mal bitte auf, was ist das? Performance. Performance. Oder Performance. Oder Reception, ja. Du hast ja auch schon, oder, oder, bitte? Was du lieber möchtest. Ich würde sagen, Performance passt für mich besser. Äh, bin ich auch, bin ich auch dafür. Kommt auf selber was bei mir. Äh, 15. Äh, als wenn ich mal der verkleidet ist. Also ich hab da 15. Ähm, okay. Ja, scheiße. Habt ihr mir was übrig gelassen von dem Tropfen? Und ich muss halt hier Gang stehen. Ach, der Chef ist halt so. Ja, nee. Komm, dann lass den Gang mal. Oben ist auf jeden Fall noch ein Tropfen für dich. Und ich mach die Tür auf. Schnapp dir einfach den Rest, der in der Flasche ist, Freund. Hm. Schreicht laut. Ach so, okay, ich mach mich bereit hier vorne und warte dort. Übernimmst du meinen Posten, das ist sehr hübsch. Aber hallo, viel Spaß und lass dir schmecken. Ihr läuft jetzt hier rein. Ja, ich mach die Tür wie jetzt. Oh, hier würde ich genau dasselbe Spiel machen. Ich würde den hier vorne grappeln wollen. Ich würde gerne rollen, ob du's schaffst. Du darfst mit Advantage rollen, so. Was ist das? Ist das ein Strength Check? Ja. Ja, grapple. Ja. Ähm, ist sogar Athletics Check tatsächlich. Ähm. Das ist so. 17 reicht mir, klappt. Der Typ ist kompliziert. Ihr habt das Gefängnis einfach auseinandergenommen, sofort. Der legt sich auch schlafen zu. Ich stehe zu den anderen, werfe ich den so rein. Das ist auch. In einer sehr seltsamen Pose, bitte. Oh, no. Ich wende King Karu zu mir und gebe so zu deuten, let's go. Na, kleine Herrschin. What the fuck? Ich hänge in dieser Verkleidung an dem Dings. Ich komme von hinten und gebe den Klaps auf den Hinterkopf. Sei nicht gemein. Ich bin nicht gemein, entschuldige. Das, was soll das? Wir lassen dich raus. Das ist Iggy. Ja. Ich habe immer noch einen dröhnenden Kopf von der ganzen Sache. Klink, klink, klink. Weißt du, wo Calvin ich? Nein. Ich habe bisher noch gar nichts gehört und gesehen. Wieso war ich? Bleibt hier oben. Ich gehe noch mal den Zellengang runter, um in die anderen Zellen zu schauen. Du schaust dich um. In dem Gang, in dem... Also den drunter im Süden. In dem Gang, in dem Lissi ist, findest du tatsächlich nichts. Die Zellen sind leer. Ein paar verstaubte Skelette. Du siehst am Ende des Flurs, geht es nach links und rechts. Und es gibt noch eine kleine Tür, die sogar offen steht, wo man reingehen könnte auf der rechten Seite. Hier. Ah ja, so. Ja, jetzt. Also die Zellen sind sonst leer. Bis auf Leichen. Die können hier auch ruhig mal aufräumen. Was ist denn das eigentlich? Also ist Calvin nicht da? Nein. Calvin. Calvin ist allein zu Hause. Er ist zu Hause? Ich hab letztens ein Katerstück gesehen, das genau so ist. Nein, Calvin. Nein, 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 nein. Oh, hat jemand mitbekommen, wie Calvin umgekippt ist? Ich hab gar nichts mitbekommen. Ich hab nichts mitgekriegt mehr. Nein, es wurde mir einfach schwarz. Wenn jetzt die Verschwörungstheorie dahin geht, dass Calvin daran schuld ist, also nichts gegen Calvin, aber er kann zwei Zeilen schreiben. Nein, nein, nein. Calvin. Calvin war wahrscheinlich nur ein Teilhaber, aber... Calvin ist irgendwo noch hier. Jetzt hört doch auf. Der König war es. Was? Wieso das denn? Weil er es gehasst hat, dass die Königin uns so gut behandelt hat. Dann haben wir aber ein ganz schönes Problem, das zu beweisen. Er wollte... Warum sollte... Warum sollte der König nicht regieren? Es ist normalerweise... Weil er dazu... Okay, erstens ist das sehr sexistisch. Und zweitens, er wurde dazu geheiratet, ja, also... Ja, dazu geheiratet, aber er würde gerne der Herrscher sein. Sollten wir das woanders besprechen? Ich sag ja nur... Nicht der Zeitpunkt. Mach's richtig. Ich sag ja nur, überleg das, während wir hier rausgehen. Es ist ausgesprochen und im Kopf. Es ist ausgesprochen und im Kopf. Gott. Hey! Oh nein. Ja, jetzt hört einmal auf! Okay, äh... Hoch in die Folterkammer. Und er dreht sofort weg und läuft. Hol ich dir als Folterkammer? Kann ich ihm ein Stück von diesem Stuhlbein einen Kopf werfen als Improvised Reppin? Ich möchte Katapult benutzen. Ja, ja. Ich glaube, alle machen gleichzeitig irgendwelche Zaubergesten. Okay, ich hab keinen... Ich glaub nicht, dass es trifft. Ähm, elf. Ich hab keinen Proficiency auf Improvised Reppin. Das ist nicht, nein. Ja, aber er sieht diesen Stuhlbein auf sich zu und weicht so aus. Während er ausweicht, würde ich aber ganz gerne Katapult benutzen. Ja, ein Rettungswurf für ihn. Bitte, lieber Gott. Achso, das wäre ein Rettungswurf. Stimmt, stimmt. Ich vergesse es immer wieder. Anni muss wieder Dexterity gegen 14 schaffen. Ja, ignoriere meinen Fünfer einfach. Du werfst auch mal einen Rettungswurf. Okay, noch irgendwelche Versuche? Anni, du musst einen Rettungswurf gegen 14 schaffen. Gegen Dexterity von dem Typi. Zehn. Bäm. Das macht Schaden. Kaboom. Übrigens, ich kann jetzt... Ich muss jetzt tatsächlich... Lass mich nur gerade einmal gucken. Ja, im Moment. Aber ich hab doch gewürfelt, oder bin ich blöd? Was hast du gewürfelt? 18. Ach, 18. Ich hab 15 verstanden, Entschuldigung. Ich hab 10 verstanden. Ich aber auch. Sorry. Wir haben alle verstanden, was wir hören wollten. Oh, eine 24. Wie das? Okay. Dann ist mein letzter Versuch, einen Eispfeil hinterher. Einen Eisstrahl hinterher zu schicken. Der würde ihn verlangsamen. Ist gut, ja. Eine 22. Oh. Das passt. Aber meine Wachen haben auch nicht so viel HP. Menschen haben ja nur so, keine Ahnung. Haben wir einen Schaden? Ein normaler Mensch hat 3 HP. Ein W8 Schaden und er wird um 10 Fuß langsamer. Für die Runde. Fünf Schaden. Der Typ liegt dann am Boden. Die Schnäuze. Und er versucht so wegzukriechen. Ja, okay. Ich stelle hinterher. Gut gemacht. Alles gut gemacht. Leck ihn schlafen. Das ist auch wieder die... So ein Kissen im... So ein riesiger Löwe, der dir ein Kissen ausgezübt hat. Sei ruhig. Alles wird gut. Ich hoffe einfach, dass es jetzt oben und unten keine weiteren Wachen gibt. Aber wenn ja, wäre es echt blöd. Glück gehabt. Da ist kein weiteres Wachen. Okay. Ich lege ihn schlafen und tu ihn in die andere Zelle mit den anderen. Schleif, schleif, schleif. Ich öffne mal die Tür da unten. Oder was heißt, ist er noch die Tür da unten? Reingehen, ja. Genau, hier gerne rein. Also ich schlug erst mal rein, aber ich bin ja eh... Ah, oh, ich geht, ich geht. Während ich ihn so wegschleife... Reinge ist hier mit dir. Ich will, während ich ihn so aneinanderschleife so... Gut gemacht, King Karo. Und einfach so weiterlaufen. Er lebt noch? Lebt nur. Ich würde mich auch ganz gerne umgucken. Einmal, ähm... Einmal unten da, wo diese andere Leiche liegt. Mal reingucken, kennt man die? Könnt man irgendwas? Und dann, ähm... Ich suche unser Equipment. Oh, Entschuldigung. Das hat Leo. Was? Leo hat schon deins mitgenommen. Ja, dann her damit! Entschuldige. Ich bin gerade beschäftigt. Die hat einen in der Hand. Diesen Typ noch in der Hand. Nachdem ich ihn abgelegt habe, gehe ich wieder zurück zur Party so... So... Hallo! Hm? Oh, ja, ja. Und ich gebe dir so dein Zeug. Also hier ist nichts, nur Folterkeller. Ich bin tatsächlich negativ überrascht, dass so viel unter der Herrschaft der Königin... Vielleicht ist diese Theorie von Lissi gar nicht so... fern mit dem König. Welche faires Königshaus hat Kai? Wollen wir denn jetzt schon wieder darüber diskutieren, während gleich wieder jemand auf uns zukommt? Calvin! Hm? Ja, stimmt. Wir sollten Calvin suchen. Calvin. Ähm, äh... Gut, wir... Hier üben oben drüber einen großen Längstgang. Ähm... Es gibt eine Tür, die noch in einen Raum reinführt. Eine Tür, die wie das Außentor aussieht. Und, ähm... Noch zwei Zellen und um die Ecke kannst du nicht ganz blicken. Du hast zuerst die hier gucken, oder? Ja, ja. Die, die nicht nach außen führt. Mhm. Ich öffne sie wieder als erstes in Verkleidung. Ja. Schau kurz rein. Ah, okay. Ein kleines Büro. Mit Folterbank. Was hat Büro gesagt? Folterbank. Es ist nass. Die brauchen Information. Da wird Rechnungswesen betrieben. Ich würde da auch gerne reingehen. Sind wir gerade eigentlich im Krieg? Ja, da muss die Steuererklärung gemacht werden. Das ist die eigentliche Folter. Ich würde gerne da reingehen und schauen, ob ich vielleicht irgendwelche Unterlagen finde, die uns betreffen. Vielleicht irgendwelche Briefe oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, dann schau mal, was du findest. Würfel mal bitte. Ja, weißt du was? Jai, jai, jai. Und daneben ist die 20, weißt du? Ich hab nur 6. Ähm, ja, du durchsuchst ein bisschen was. Du findest ein paar Folterinstrumente, also ein Messer, ein Hammer und irgendwelche komischen Geräte, wo du dir gar nicht ausmalen möchtest, wofür die sind. Ähm, Pisse auf dem Boden. Ähm, neben... Neben dem Tisch ist so ein kleiner Sekretär aufgebaut, ein Buch ist darauf aufgeklappt, aber einfach nur Foltermethoden vor Dummies. Ähm, da sind so einmal die Basics drin beschrieben und auch mit vielen Bildern, damit es auch sehr leicht nachzumachen ist. Und, äh, oben drauf liegt auch ein Schlüssel, wahrscheinlich ein Schlüssel für die Zellen, die es hier gibt. Ähm, und das war's. So viel findest du nicht, leider. Ja, war doch schon mal für einiges. Ähm, wenigstens wissen die, was sie tun. Das ist ja schon mal etwas. Naja, laut dem, wo sind sie Dummies, also. Ja, aber... Ich würde gerne das Blut hier erstmal mindestens checken. Ich will einfach wissen, also ob ich erahnen kann, wie alt das ist. Weißt du? Oder musst du das überhaupt mindestens checken? Also, weiß ich nicht. Ich würde Investigation checken. Du kannst mal anfassen, ob's nass ist oder trocken oder... Einmal dran lecken. Ähm, 16. Ähm, ja, es ist relativ trocken. Also du meinst das hier in dem Raum. Ja, genau. Äh, es ist relativ trocken. Es ist wohl was älter. Also, nicht frisch. Also, länger habe ich schon nicht mehr benutzt. Okay, vermerkt. Ja, nach oben, oder? Ja, dann den letzten Gang nach oben. Ein Blick in die Zellen, hast du gesagt. Ähm, ja, ihr wollt direkt reinlaufen und alles anschauen. Ich schlau wieder vor, ich bin ja immer noch, äh, ich hab eine Stunde lang die Verkleidung. Ja, so sieht's davon aus. Zwei leere Zellen, ähm, und vorne liegen noch ein paar Karten, ähm, ein paar Bierbecher. Und das vermeintliche Ausgangsturm. Alvin ist nicht hier, das gibt's doch nicht. Ich würde immer gerne das Kartenset einpacken. Kannst du mitnehmen? Geil. Die The Wizard. Meint ihr, dass er tatsächlich uns verraten hat? Nein, 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 nein. Also, ich glaube, Kevin ist nicht smart genug dafür. Ich vertraue. Ich vertraue. Niemandem. Nein, ich vertraue euch. Aber ich vertraue niemandem, der nach einem Anschlag nicht mit uns eingesperrt ist. Das ist echt was, was mir tatsächlich Kopfschmerzen bringt. Und vertraust du, also, nee, ich sag's nicht. Was? Was? Nein. Alles gut, lasst uns raus. Sag mir, was du sagen willst. Naja, laut deiner Logik, äh, ist die Familie, äh, von unserer Freundin auch nicht vertrauenswürdig, was aber keinen Sinn ergibt und blasphemisch ist, oder? Wieso ist das blasphemisch? Naja, was Leo sagen möchte, ich... Weißt du mal, was das Wort bedeutet? Wenn man nicht sehr viel Gesichtsfarbe hat. Nein. Doch, oder? Ich überlege schon ein bisschen. Blass. Hast du die Wörter verwechselt? Blass, blass, ich dachte schon, ja. Ich bin auch nur von Leuten mit wenig Denkleistung umgeben, oder? Die dich alle mögen. Ja, ich hab euch auch lieb. Aber! Iggy wollte mir gerade recht geben. Das hab ich genau gehört. Und wir wollten alle hier raus. Ja. Das hab ich richtig. Das ist richtig. Ja. Ich geh an die große Tür. Öffne sie und Luke mal vorsichtig raus. Es fühlt sich, ähm, das ist quasi der Platz vor dem Kerker. Oh. Viele Wachen. Was sind denn zwei Wachen? Viele Wachen. Also du kannst... Viele Wachen. Schauen, zwei, vier, sechs, sieben. Puh. Aber wir sehen jetzt schon, dass wir, äh, in unserem Königreich, in unserem... Also wir wollen jetzt nicht irgendwie random messen zu irgendeinem anderen Kerker transportieren. Wir kennen den Platz. Der Platz kommt uns... Okay. Weil wir wissen ja nicht, wie lange wir ausgenockt waren. Ja, 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 genau. Shit. Okay, Tür wieder zu. Zwölf mindestens. Ich weiß nicht, wie viele. Der Platz ist voller... Wie spät ist es? War es dunkel? Ich würde sagen, ja. Es ist wirklich nie der Nacht und der Platz ist voller Wachen. Laut meiner Uhr haben wir die Uhrzeit... Ah. Sehr gut. 20 Uhr. 20 Uhr. Ja. Es ist Winter. Winter. Dann waren wir mindestens eine Stunde weg. Es ist nicht tiefschwarze Nacht, aber es ist Dämmerung. Dann waren wir eine Stunde ausgeschaltet. Also da draußen sind sehr viele Wachen. Ich komme hier raus. Ich weiß nicht, wie ich euch rausbringen kann. Ich komme hier auch raus. Ha. Ich kann fliegen und... Aber die haben Armbrüste. Ich kann sie alle anzünden und gegen die Wände schleudern. Das ist nicht gut, um unsere Unschuld zu beweisen. Verlockend, aber auch nicht unterstimmt. Wir werden auch nicht unsere Unschuld beweisen. Egal, was wir tun. Was tun wir denn dann? Hm. Wir könnten uns absetzen. Wir könnten abhauen und uns absetzen. Nein. Du weißt, was jetzt hier passiert mit allen. Ich weiß, dir ist sonst niemand wichtig. Und das meine ich nicht böse. Aber meine Mom lebt noch in dieser Stadt. Und ich habe jetzt ein Jahr lang dafür gespart, dass wir endlich genug Geld haben, das Haus zu renovieren, das beim Brand niedergebrannt wurde. Und ich kann sie nicht im Stich lassen. Nicht so wie ich jemand anderen schon im Stich gelassen habe. Und wir lassen alle im Stich. Auch die, die uns nicht mögen. Das ist richtig. Aber wenn jetzt die Einzige, die uns den Rücken gedeckt hat, ist tot. Gut. Das heißt. Ja, das ist ein guter Einwurf. Du hast recht. Wir sollten das nicht tun. Andererseits wissen wir das nicht, ne? Vielleicht wurde sie geheilt oder liegt nur im Koma. Vielleicht hat sie den Angriff ja auch. Wenn du jetzt sagst inszeniert bei Bahamut, da werde ich mein Löwengebrühe rauslassen, sodass ich direkt sterben kann. Ich habe nichts gesagt. Wir sollten versuchen, in den Palast vorzudringen, um festzustellen, ob sie noch lebt und was ihr Mann sagt. Ich weiß nicht, wo wir sonst hingehen sollten, um mehr herauszufinden. Ich würde gerne, während wir uns hier alle unterhalten, also zeitgleich ungefähr, würde ich gerne die Wände hier ein bisschen abtasten. Und gucken, ob ich große Ziegel oder so finde. Vorzug nicht an der Nordseite. Ja, an der Südseite. Ich mache einen Investigation Check, Perception Check. Ja, mach mal. Was von beiden? Die Investigation, würde ich sagen. Das ist doch ein hübscher Eins. Das ist kein Eins. Doch, das ist tatsächlich ein Eins. Das ist doch eine schlanke Sieben. Ich dachte, das wird eine Null, aber ich hatte Glück. Ich habe noch nie so ein solides Gefängnis gefunden. Das ist alles super solide. Du hast das Gefühl, es gibt nur den Haupteingang, um hier rauszukommen. Scheißen, Dreck. Was ist denn, wenn wir uns durchbuddeln? Was ist, wenn wir einfach alle umbringen? Selber Punkt. Das ist nicht gut für unsere Unschulds... Also für... Was müssen wir immer nur drei auf einmal holen? Hey, drei auf einmal sollten wir es schaffen. Das sind nur Menschen. Die haben es nie hart gehabt. Das ist richtig. Die haust du einmal und die fallen um. Wir gehen da jetzt raus und machen die fertig. Nein, wir locken sie rein. Okay, also erst mal. Genau wegen solchem Denken gibt es diese Spaltung zwischen Tiervolk und Menschenvolk. Nein, ich denke so, weil es die Spaltung gibt. Die haben es einfach. So. Das stimmt. Die machen es nicht einfach. Iggy, was sagst du? Du bist die ganze Zeit so ruhig. Ihr habt alle recht. Ja, ja. Die haben es einfach und die machen es sich auch einfach. Denn wenn irgendwas schief läuft, dann sind wir es. So einfach könnten wir es sonst nie machen. Okay, wie wäre es? Aber ich will es auch nicht sein. Verstehst du? Ich will es nicht sein. Wie wäre es, wenn ihr mir eine Minute Zeit gebt und ich versuche etwas herauszufinden? Du hast eine Minute. Ab jetzt. Wie willst du eine von den Wachen ins Bettchen holen? Ich ignoriere das. Ich ploppe einfach meinen Potion of Invisibility. Chuck den weg und bin Puff, bin gone. Ich würde gerne diese Minute. Also ich sage dir das jetzt einfach so, was ich machen wollen würde. Ich würde auf jeden Fall am Ende der Duration wieder zurück sein. Das ist mir einfach wichtig. Ich würde gerne so ein bisschen ums Eck gehen und gucken, ein bisschen reinhorschen, worüber die reden, wie ist so die Stimmung. Halt so 40 Sekunden scouten und dann wieder zurücklaufen und reinkommen wie auf einen anderen. Praktisch. Moin. So, weißt du, was ich meine? Das wäre so mein Ziel. Du bist unsichtbar, aber du machst trotzdem Geräusche, während du läufst. Ähm, ja, ich müsste einen Stealth-Check machen. Mhm, nochmal einen Stealth-Check. Aber mit Advantage, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich natürlich, äh, eine 10. Also ist solide, I guess. Kommt drauf an, wie aufmerksam die sind, wenn die miteinander unterhalten oder den Platz auffällt. Äh, du kommst jetzt raus und direkt vor, ähm, dem Haupttor stehen zwei schwer bewaffnete Männer, ähm, moin, äh, die nehmen ihren Job auch irgendwie relativ ernst, viel ernster als die hier drinnen waren, ähm, ähm, dann hast du so einen relativ langen Gang, ähm, wo ein paar rumlungern, ähm, wenn du jetzt so grob abgezählt hättest, würdest du sagen, circa 20 Wachen sind dort, ähm, äh, der lange Gang führt aber nach draußen auf den Platz und dann befindet ihr euch im Arbeiterviertel. Ähm, in der Nähe vom Hafen. Aber es hat... Du dich auskennst in der Stadt, aber du bist nicht so weit gelaufen, aber, ja, rausgeguckt, ist gesehen, okay. Ja, ich geh wieder zurück. Ja. Und bin, plupp, bin wieder da. Meint ihr, Leo hat uns jetzt einfach im... Oh, da ist er ja wieder. Das war eine Minute, das ist okay. Guck, ich geh erst mal so ein bisschen enttäuscht an, so. Ich konnte mir nicht erklären, wie du das gemacht hast. Wie hast du das gemacht? Äh, es gibt was, äh, Potion. Wofür gebt ihr euer Gehalt aus? Hast du noch vier weitere, dann kommen wir hier raus. Ja, Punkt genau, null. Ah, warte, das stimmt nicht. Äh, äh, hier. Und ich gebe Iggy eine kleine Healing Potion. Und da hab ich noch zwei. Ja. Und gleich wie jeweils Lizzie und King Karo eine Superior Healing Potion. Oh. Und was ist mit dir? Hast du auch welche? Ähm, ja. Ah, okay. Okay. Ähm, aber das Usi-Sperre, also, na gut, nein, das mit dem Fliegen hätte nicht geklappt, wahrscheinlich. Ich berichte denen, was ich draußen erst gesehen hab. Also praktisch, das hast du mir gedacht, ja, zwei Wachen, die sind voll gemein, 20 Leute, Stimmung, ich berichte das einfach. Also, so wie ich das sehe, können wir hier nicht unbedingt raus. Aber wir könnten vielleicht eine der Wände aufsprengen. Hm. Können wir? Nun ja, also, folgender Plan, meine lieben Freunde. Wir verstecken uns in einem der Räume, sprengen eine Wand ganz hinten auf, und während alle an uns vorbeilaufen, laufen wir raus. Hm. Mach mal einen Intelligent-Check, Marky, bitte. Bitte? Mach mal bitte einen Intelligent-Check. Ich liebe es, wenn der, wenn das sagt, weil das heißt normalerweise sowas wie, dein Charakter weiß, dass du nicht dummes Facken wirst. Nein. Nein, weiß sie nicht. Das ist 12. Machst du 12? 12 oder 13? 12. Du hast so ein Bauchgefühl, was dir sagt, ich laber, ich laber grad echt kranke Scheiße. Ich hätte es nicht gemacht. Es war gar nicht so doof, finde ich. Hm. Hm. Vielleicht, vielleicht ist das auch etwas zu groß. Ist das hier Pisse oder Erde? Pisse, oder? Pisse, ja. Die großen Fragen im Leben. Was hier Pisse oder Erde? Ja, weil, guck mal, also ganz kurz, weil ich dachte, hä, wenn das Erde ist, kann man das verschieben, vielleicht ist da drunter ein Loch so. Aber das ist ja Pisse, I guess so. Ja, wollt ihr mal, wollt ihr mal alle Investigation rollen und mal gucken, ob irgendwer was bindet? Ja. Ja, ich würd sagen, wir nehmen uns mal die Zeit. So holen wir das alles mal ab. Smart, 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 smart. Oh, du Scheiße. Oh, sorry, ja. Oh, okay. Moment. Äh, ich hab eine 21. 23. Okay, ihr seid viel krüßig. Nein, Chinkau, das ist eine Wand. Das ist eine Wand, die haben wir schon angeguckt. Okay, also. Ich suche meinen anderen Schuh. Ja, Chinkau hört eine der Innenwände ab und ist so, ich glaub, die ist hohl, ich glaub, die ist hohl und guckt auf die andere Seite und ist so, oh. Das stimmt, auf der anderen Seite ist ein Raum. Ich hatte recht. Iggy und Lissi schauen sich um und gehen nochmal alles ab und suchen alles auf und merken, dass, ähm, wenn sie da über den Teppich laufen, der Boden irgendwie komische Geräusche macht, als ob da irgendwie was vielleicht drunter wäre. Ich reiße den Teppich hoch. Äh, lass mich doch erst mal runter. Nein. Nein. Eine verschlossene Falltür. Der Klassiker. Ah, Mist. So ist doch gut. Ja, natürlich ist das gut, aber wir hätten schneller drauf kommen können. Das ist, ach, das ist egal. Ich bin zum ersten Mal im Gefängnis. Ich, äh, versuche die, ich versuche die Tür hochzureißen. Hm, sie ist Metall. Kann sie nicht. Äh, ja, ich probiere nicht. Aber bewegt sie sich leicht, oder? Die gibt schon keinen Millimeter nach. Also ist ein Schloss davor? Mhm, ist ein Schloss dran, ja. Ich rufe alle zu uns. Wir haben alle möglichen Schlüssel von allen möglichen Räumen, die wir jetzt ausprobieren können. Ja, viel Spaß. Gut, ihr probiert alle Schlüssel aus. Die Schlüssel nehme ich nicht, aber vielleicht den Schlüssel, der bei dem Büro war zum Beispiel. Du, ähm, ich hocke mich neben dem, du kannst das doch sicher auch knacken, oder? Mit Spucke geht's schon mal nicht. Meine Mom sagt, mit Spucke geht alles besser. Und dann beginne ich tatsächlich ein bisschen rum zu kabüspeln mit meinem Diebeswerkzeug. Hm. Moment. Ich bin währenddessen Mau Mau oder so. Also wenn das alles nicht funktioniert, können wir es auch aufsprengen. Das ist gar kein Problem. Ich krieg das hin. Ja, nee, das sollten wir nicht machen. Ich komm auf diese Sache zurück. 22 auf Schlösser knacken. Ja, das reicht mir. Das sollte reichen. Ähm, Iggy holt aus seiner Brusttasche wie so zwei komisch geformte Drähte und packt das Innenschloss rein, hört so ein bisschen und dreht so ein Minütchen daran rum. Und ihr denkt euch alle so, was, was tun ich so? Wir wissen, also, und dann plötzlich, und die Tür springt auf. Ein ungeheurer Gestank kommt euch entgegen. Nice. Und ihr seht eine metallene Treppe, die nach unten führt. Oh, Freunde, ich glaube, wir haben die Kanalisation gefunden. Oh, nein. Und ich mach mich direkt daran, da runterzukriechen. Ich hab ja keine Berührungsängste mit der Kanalisation. Gar nicht. Und kraxel runter. Wieso ist sie so euphorisch bei sowas? Aber, bevor ich irgendetwas mache... Oh, sorry. Mach du zuerst, Leo? Ach so, ich wollte einfach die Tür noch hinter uns abschließen. Und da hab ich dir gesagt, du bist scheiße, weil du die Kanalisation kriegst. Ähm, aber bevor ich irgendwie weiter runtergehe, ähm, benutze ich mein Magical Tinkering. Weil es wird wahrscheinlich dunkel sein, da ist keine Helligkeit. Da ist kein Licht, nein. Super, ich mache mein Magical Tinkering auf... Was hab ich denn an mir? Röterplatte? Rüstung? Räubchen? Viel besser. Leuchten in der Nase? Bitte? Leuchten in der Nase? Nein, viel besser. Ich habe immer noch meinen Enterhaken. So kommt alles zurück. Magical Tinkering auf meinen Enterhaken. Was sagst du? Oh, ich dachte, jemand hätte geredet. Ähm, und dann habe ich fünf Fuß Licht um mich herum, ein Radius. Das heißt, ich muss auf jeden Fall vorgehen. Kannst du sogar dreimal, oder? Und das Licht machen. Theoretisch, ja. Ja, doch, tatsächlich. Ich kann ja vier Stück... Niemand hat Dunkelsicht von uns, oder? Nein, ich. Das ist das erste Mal. Ich habe noch nie eine Klasse mit Darkvision gespielt. Ich habe das erste Mal Darkvision. Ich bin so glücklich. Ja, also ich glaube, ich habe keinen Darkvision. Ich auch nicht. Aber ich habe den Cantrip Light. Das heißt... Ah ja, perfekt, dann... Wunderbar. Okay, da haben wir genug Licht, denke ich. Dann haben wir auf jeden Fall genug Licht mit einem... Mit einem glühenden Enterhaken. Ich verzaubere gerne, was auch immer ihr mir gebt. Sehr gut. Ich würde sagen, du nimmst meinen Warhammer. Oh ja. Ich verzaubere nur kurz meine Blase, denn die möchte gerade... Denn die muss platzen. Muss ganz kurz ficken. Thunder Wave auf die Blase. Oh Gott. Ich würde gerne dafür sorgen und sicher gehen, dass all diese Stühle, Tische, whatever, praktisch gegen die Tür gestemmt sind. Und so gut es geht, dafür sorgen, dass diese Tür so schwer es geht, aufgeht, weißt du? Abschließen. Und dann halt runter machen. Können wir eine generelle 5-Minuten-Pause machen, maybe? Ja. Auch ganz dringend Pipi. Können wir machen. Alle können pissen gehen. Befreit euch. Bis gleich. Ich muss gar nicht. Und jetzt? No. No. Aufregen. Wie findet ihr es bisher? Auch Chad, wie findet ihr es bisher? Let me know. Ich finde es super. Ja? Also ich habe echt eine Menge Spaß und also wenn ich nicht wüsste, dass es das erste Mal ist, dass du leitest, würde ich es nicht erraten. Ganz ehrlich. Ich weiß, viele Checks sind so nicht, aber ja. Das heißt einfach nur, dass du D&D nicht auswendig kannst, weil wer kann das schon? Aber nein, einfach grundlegend das Handwerk vom Leiten, vor allen Dingen deine NSCs. Cool. Freut mich. Ich habe Geld für das Herz geschlossen, wenn der der Verräter ist, weiß ich nicht, was ich tun. Ja, war das zu krass mit so einem Tod direkt am Anfang oder? Nein. Nein. Cool. Nein. Das hat uns zusammengeschweißt. Und für den Chat auch vorher wurde besprochen, beziehungsweise Anni hat uns gefragt, gibt es No-Gos? Ja, also wir hatten da auch vorher die Möglichkeit zu sagen, nö, ich möchte jetzt aber nicht, dass überall Pisse im Kerker ist. Dann hättest du das nicht gemacht. Nein, das ist sehr, sehr cool, Anni. Und guck, der Chat überschlägt sich. Cool. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja, Storytechnik haben wir gerade so 10 Prozent. Das heißt, wir machen eine weitere Sitzung? Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Ja. Ja, cool. Ja, cool. Also, ja. Oh nein, wir machen eine weitere Sitzung. Das ist eine. Ja. Ja, ich kann ja gar nicht einschätzen, wie lange das alles dauert. Es ist so krass. Das ist super krass. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ihr vor dem Typen wegrennt, weil der ist eigentlich viel zu stark gewesen für euch. Aber ging noch klar. Aber es hat alles an sich schon in die Länge gezogen und Marki musste noch 500 Leute befragen. Und ich war so, das war eigentlich nur die Einleitung. Ich dachte, das ist eine halbe Stunde, dann ist es gegessen und dann geht es schon los im Kerker. Und das ist eben auch die Lektion. Es ist fast immer so. Die Königin stirbt ganz am Atmen. Du hast einen hyperparanoiden Charakter in deiner Party. Du hast so paranoid, jeder ist böse. Tony schreibt schon die nächste Staffel simultan mit. Oh Gott, Reef weiß ja, was noch alles kommt. Ja, Tony weiß noch, was alles kommt. Und ab jetzt geht es erst weiter. Okay. Aber das ist, finde ich, das Schwerste, das, was erst wirklich mit viel, viel Übung kommen kann. Dass man weiß, wie lang etwas ungefähr dauert, wenn man so und so viele Leute in der Runde hat. Das ist... Ja, vor allen Dingen, da weißt du ja nie, du darfst den Leuten eigentlich gar keine Möglichkeit geben, in der Stadt rumzulaufen. Weil ansonsten sind die stuck. Und das wäre dann wieder sehr starkes Railroading. Von daher... Ja. Alles richtig. Aber ich will stuck sein. Also das ist genau das, weswegen ich die Indie spiele. Ja. Junge, du hast erst mal... Du hast erst mal einen Tabaxi abgeschleppt. Okay, guck mal. Also, guck mal. Mein Background ist Agrobat. Stuck. Und ich kann Fans finden, die mir Informationen for free geben, in meiner Heimatstadt. Wenn ich mich auf einmal bangen will, kann ich ja auch nichts dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, die hat dir echt eine Menge mehr auf for free gegeben. Ich will stuck sein mit der Tabaxi-Frau. Bei der war ich stuck, Alter, die ganze Nacht. Du verstehst, was ich meine. Nicht drüber nachdenken. Ich bin Agrobat. Weißt du, wer die Königin getötet hat? Und weswegen? Wir wissen es jetzt. Wir wie ihr. Oh, das wäre der krankste Platz. Das ist der persönliche Rache. Ey, ist es okay, wenn ich währenddessen ein bisschen esse? Ich habe noch nichts gegessen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, finde ich überhaupt nicht. Das passt nicht zum RP. Dann passend jetzt zum Essen. Ihr seid die Treppe runtergeklettert und ihr findet euch in einer Kanalisation wieder. In der Mitte ist ein langer, wie so ein flussartiges Becken mit Wasser. Es riecht nach krank, ekelhafter Scheiße. Also ein Geruch von Müffeln und vor allem ihr mit euren feinen Nasen. Und es fällt euch nicht leicht, da unten entlang zu gehen. An den Seiten gibt es zwar so Stege, an denen man entlanglaufen kann, aber das ist gar nicht zum Entlanglaufen gedacht. Also es ist sehr schmal. Ihr müsst da so entlanghangeln. Und ich würde jetzt ganz gerne von jedem einen Akrobatik oder einen Akrobatik-Check, ob ihr reinfallt. 13. Ich wusste, dass Akrobatik der... Ach komm schon, ich werd mich langsam... Ich hab noch nie so viel Akrobatik in einem Pen & Pepper gebraucht. 11. 20. Ja, die Gruppe hangelt sich entlang und Lissi rutscht plötzlich auf ihren Pfoten aus und sie sind zu weich, da ist kein Grip dran und rutscht in die Gülle und ist jetzt in diesem Wasser. Sie kann nicht stehen, sie muss schwimmen. Ähm, ist einmal mit dem Kopf auch untergetaucht, kommt hoch und hat das ganze Gesicht voll mit so braunen... Äh, und ähm... Ja. Sagt einfach nichts. Sagt einfach nichts. Willst du versuchen, wieder rauszukommen? Oder willst du darin schwimmen? Ähm, ich versuche rauszukommen. Mhm. Iggy steigt rein in die Brühe. Und hilft, äh, Lissi von, äh, raus, hebt sie mit an. Okay, darfst du mit Advantage würfeln? Sechs und? Nochmal würfeln. Achso, ich? Ich unterstütze dich helfen, äh, mit Vorteil, ja. Achso. Ja, let's go, Malki. Ja, du, du versuchst Iggy's Hand zu greifen und, ähm, es klappt nicht ganz, du rutschst wieder ab, du landest wieder in der Gülle, du, es kommt ein bisschen was von dir. Von diesem Dreck in deinen Mund. Hm. Ähm, ja, Gott, ah! Ich schwimme jetzt einfach weiter. Gut, ähm, äh, Lissi, du kennst dich ein bisschen hier aus in der Kanalisation. Also, ähm, du kannst, äh, auf jeden Fall sagen, dass ihr euch im Arbeiterviertel in der Nähe des Hafens befindet. Ähm, und wenn du möchtest, könntest du den Weg weisen, wo es lang geht. Das mach ich auf jeden Fall. Ich teile den anderen auch natürlich mit, wo wir uns befinden und in welche Richtung wir gehen. Ähm, die Sache ist die, wo wollen wir überhaupt hin? Wo wollen wir überhaupt hin? Äh! Das, ähm, nicht Armenviertel? Wie hieß das? Gossenviertel. Gossenviertel, hätt ich gesagt. Gossenviertel, okay. Dann, dann... Ja, so an der ersten Anlaufstelle. Äh! Äh, dann, folgt mir! Äh! Und ich paddel einfach wie so ein kleiner, jetzt sehr, sehr, sehr nasser Hase, äh, vor mich hin. Ähm, ihr wisst, also du weißt, du könntest jetzt, ähm, relativ schnell aus der Kanalisation rauskommen und dann im Arbeiterviertel ungefähr am Hafen hochkommen. Oder du müsstest quasi über den Kanalisationsweg bis hin zum Gossenviertel, aber schwieriges Terrain, ihr müsstet auf jeden Fall da übernachten. Ähm, ähm, der Knast ist ungefähr so hier. Ähm, und ihr könntet bei der Kanalisation ungefähr hier rauskommen. Ähm, wir waren im Arbeiterknast, wir waren nicht mal im Nobelknast. Nee. Ich bin empört. Ähm, aber ihr könntet quasi den Fluss bergauf quasi kanalisationsmäßig entlang gehen, ähm, und könntet hier hochkommen. Ähm, aber wie gesagt, ihr müsstet dann da unten irgendwie übernachten. Eben in der Kanalisation? Mhm. Äh, wir... Das ist zu weit, also ihr kommt ja kaum voran, ihr müsst ja so ganz langsam entlanghangeln. Das ist eine große Stadt, also man wird ja schon so drei Stunden laufen zu Fuß. Äh, wir steigen, wir steigen hier aus, wir steigen nach oben, säubern uns im Fluss und bleiben unter einer der Brücken. Ist ja jetzt auch nichts Ungewohntes für uns. Aber ist es nicht auffällig, wenn vier Tiermenschen nachts, wovon zwei voller, ähm, Parfüm sind, sich im Fluss baden? Nachts sind alle Leonin grau. Hm. Ja, ich weiß dran. Sogar. Hm. Also... Unter einer Brücke, man wird uns nicht sehen. Aber ja, ich verstehe die Vorsicht, ähm, geht's hier direkt hoch ins Arbeiterviertel? Ja. Über uns? Dann mach ich meinen, äh, letzten Zaubern, Disguise Self mich nochmal als eine Stadtwache. Also ich hab so einen Helm, so einen Topfhelm auf und sowas und so vielleicht, ja, wie, als wär ich grad so auf Kanaldienst und hätte da unten mal nach Raffen geguckt und so weiter. Und klettere noch einmal in Verkleidung hoch, um einfach zu schauen, dass wir ungesehen rauskommen. Du schaust dich um, du bist, ähm, mitten im Arbeiterviertel, hier sind einige Häuser, du siehst, äh, in der Entfernung die Mauern vom Kerker, aus denen ihr rausgekommen seid, ähm, ihr seid direkt am Hafen, es riecht nach Fisch, ähm, und Richtung Hafen sind echt viele Leute, ähm, die dann noch bis spätabends arbeiten. Und in die Lagerhallen, die ganzen Sachen rein- und raustragen, ähm, aber es ist schon spät, also ihr seid eine Weile durch die Kanalisation gekrabbelt, es ist jetzt so gegen 23 Uhr an einem Samstagabend. Und, ähm, ja, es sind nicht mehr viele Leute auf den Straßen. Dann würde ich immer, wenn ich sehe, dass wir tatsächlich unbemerkt sind, würde ich einen hochwinken. Und dann wirklich schnurstracks da unter, unter die Brücken irgendwie sich verstecken am Fluss. Neune Nacht und alles in Ordnung. Und Leon als letztes. Kanal wieder zu. Klunk, klunk. Perfekt. Ähm, ja, ihr könnt, ähm, geradeaus hochlaufen und, ähm, versuchen, über den Zaun zu klettern, ähm, schwierig. Ähm, oder ihr geht außenrum bis zum Tor, aber weiterer Weg. Und wachen. Ich fliege über den Zaun. Ich verstehe, was das Problem ist. Ihr seid noch nicht am Zaun, ihr müsstet da erstmal hinkommen, einfach nur für euch, für die grobe Orientierung. Äh, der Zaun ist nicht, ähm, äh, ist nicht, nicht easy. Der ist schon so vier Meter hoch, muss halt schon hochklettern können. Oder. Wir sind ja sowieso erst unter der ersten Brücke. Hier wären wir doch jetzt. Genau, ihr seid noch unter der ersten Brücke. Ja, ja, genau. Ist die Frage, wollen wir heute Nacht bis nach vorne? Wahrscheinlich besser, weil tagsüber werden wir wahrscheinlich gesehen, ne? Die Frage ist, wie weit sind die Nachrichten bereits verbreitet worden? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es direkt an die große Glocke hängen würde, wenn das Staatsoberhaupt einfach mitten im Schloss ermordet wird. Gute Frage, ja. Ähm, ich mach so einen kleinen Perception-Check. Ähm, einfach um zu gucken, wieso die Stimmung auf der Straße ist. So, äh, hast du das gehört oder macht jeder einfach sein eigenes Ding so besser? Es ist gerade niemand auf der Straße. Achso, ich dachte, ah, okay, da unten meinst du, sind viele Leute. Unten am Hafen sind wieder Leute. Könntet runterlaufen zum Hafen. Ähm. Nee, die werden nicht. Wir sollten, wir sollten heute so weit wie möglich kommen. Wir sollten wenigstens versuchen, ins Gossenviertel zu kommen, denn wenn wir bis zum Morgen warten, dann... Also am Fluss lang? Ja. Und währenddessen könnt ihr euch... Ja, ich steig schon in den Fluss an der Seite zumindest und... Ja, ich auch. Okay, ihr geht Richtung, ähm, Norden zum Gossenviertel. Die kommt an der zweiten Brücke an, als ihr plötzlich hört, wie, äh, eine Truppe Wächter, ähm, mit Fackeln in der Stadt rumlaufen. Sie scheinen etwas zu suchen. Reden die bei irgendwas? Hm? Reden die bei irgendwas? Ich könnte mal versuchen, ob ihr was hören könnt. Ich will machen. Hm? Okay. Eine neue Perception. Hm, nö. Die suchen auf jeden Fall nach irgendwas. Eine 16 in Wahrnehmung. Ähm, du siehst, ähm... Scheiße, Alter, mit einer Nacht, dann am Samstag haben noch eine Nachtschicht. Drecksviecher sind ausgebrochen. Aber weit können sie nicht sein. Die wissen, dass wir nicht mehr im Gefängnis sind. Oder die suchen wir uns. Also... Und... Unter die Brücke. Okay, ihr seid unter der Brücke. Ich verstecke dir den Fässer. Ein Stealth-Check. Mit Advantage. Weil ihr gehört habt, dass die euch suchen und die sind unter der Brücke. Herz. Mit Advantage sogar. Hm. Zwei mal zwölf. 13. 21. Ach. Nice, ich glaub, vielleicht rettet ihr uns. Hm. Ihr seid... 20 sogar. Ihr seid safe. Ihr seid safe. Die laufen entlang. Die blicken immer unter die Brücke, aber laufen weiter. Muss man ja hier erkennen können, wenn die hier rumlaufen. Kann ich mich, ähm... Erinnern, ob es irgendwelche Spots gibt, an denen ich mich heiden könnte? Oder Spots, die ich kenne von meiner Arbeit als Akrobat oder so? Schwer zugängliche zum Beispiel? An denen du dich heilen könntest? Heiden. Verstecken. Ach, heiden. Verstecken. Ähm... Na ja, ihr seid direkt am Flussufer. Ihr könntet schwimmen im Fluss. Da wird man euch wahrscheinlich nicht sehen. Da ist kein Licht. Ähm... Aber das ist ein totales Wohnviertel. Also da sind viele, viele Häuser. Und wenn man da jetzt laut wäre, vor allem abends, ähm... Würden bestimmt Leute aufmerksam werden. Gerade suchen auch die Wachen durch die... Durch die Straßen suchen sie. Und, ähm... Deswegen... Wir müssen ins Bossenviertel, Leute. Und ich weiß auch wo. Wir gehen ins verbrannte Viertel. Unser altes Haus. In der Ruine werden wir übernachten. Da sucht uns niemand. Zu meiner Mom können wir nicht. Die bringe ich nicht in Gefahr. Ja. Das ist eine gute Idee. Gut, dann müssen wir nur über den Zaun, oder? Beziehungsweise... Erstmal wir hinkommen. Ja. Dann das letzte Drittel. Okay. Ihr lauft vor. Ihr seid, ähm... Seid ihr im Wasser? Also ich immer, ja. Nee, ich laufe so am Wasser entlang. So sneaky. Aber ich bin nicht im Wasser. Mhm. Okay. Ich hab mich nur grad gewaschen. Und dann bin ich auch rausgestiegen. Mhm. Gut. Ihr kommt am Zaun an. Der Zaun geht mitten über den Fluss drüber. Circa vier Meter hoch. Ähm... Ihr müsstet da jetzt drüber einmal. Oder drunter. Ich würd tauchen. Ich kann meinen Echo Night beschweren. Wie lang kannst du tauchen? 15 Minuten. Oh, das war's. X-Mench! Hold Brassels. Dann... Kannst du mich rüberfliegen? Ich versuch's. Lass mich kurz... Geh mal ein Stück weg. Wir brauchen einen Anlauf. Damit ich nicht senkrecht hoch muss. Und dann nehm ich wiederum an, lauf, schwing mich in die Höhe, pack sie mit den Füßen und versuch irgendwie mit ihr über den Zaun zu kommen. Ich würd mal... Mach mal einen Strength-Check, ob du's schaffst. Ich seh den Albatros von Bernhard und Bianca gerade. Athletik oder nur Stärke? Ähm... Ich würd sagen Stärke, aber mit Nachteil. Ihr seid grad ausgebrochen. Ihr seid stundenlang mit der Kanalisation gekrochen. Ihr fühlt euch nicht geil. Ihr fühlt sich nicht in deiner besten Verfassung. Mit Nachteil. Also, entweder eine Zwei oder eine Sieben. Wir fliegen gegen den Zaun, schätze ich mal. Ihr fliegt gegen den Zaun. Im Schock lässt du Lissi fallen. Du kannst sie nicht mehr packen. Es ist zu anstrengend. Lissi, du fällst am Zaun entlang. Du kannst mal... Du kannst mal Dexterity würfeln. Einfach vielleicht, ob du dich festhalten kannst. Ähm... Oder ob du abfällst. Oh, das war eine wilde Reise. Wie viele Einsen hast du jetzt schon gewürfelt? Ich weiß es nicht. Sind Hasen nicht normalerweise für ihr Glück bekannt oder so? Oh mein Gott. Hast du nicht irgendeine Volksfähigkeit? Und hast du eine Eins-Revoid? Warte, halt, halt! Es ist eine Dexterity-Saving-Throw, ne? Du hast Dexterity gesagt. Ja, Dexterity. Was kommt drauf? Ich kann tatsächlich mit Lucky Footwork einen... You can use your reaction to roll a d4 und add it to the safe. Das ist... Well... Du kannst das versuchen. Den hebe ich mir auf, liebe Freunde. Na, wobei, was kriegst du denn drauf? Also maximal... Vier. Vier. Das heißt, ich hätte eine Fünf. Ich glaube nicht, dass das großartig ausbringt. Ach so, Dexterity-Saving-Throw. Ich dachte, du kriegst noch plus zwei. Okay. Ähm, ja, Kinkaro, du greifst sie hinten im Fels. Schon so ein bisschen... Ne? Sie windet sich so ein bisschen, weil du viel zu tief reingegriffen hast. Du schwingst dich mit aller Kraft hoch, versuchst, am Zaun hochzukommen. Aber, ähm, oben angekommen, ähm, oder nach zwei, drei Metern in der Luft merkst du, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin so im Arsch. Äh, du lässt sie fallen, ähm, und stößt selber einmal gegen den Zaun, ähm, und kannst dich grad noch so in der Luft halten, aber Lissi lässt du fallen. Und sie versucht sich noch mit aller Kraft irgendwie in den Zaun festzuhalten, aber es hilft nichts. Sie fällt flach mit dem Rücken auf den Boden und du kriegst... Fünf Schaden. Oh. Ähm, kann ich als Reaction den Zaun festhalten, dass er nicht so durch vibriert? Das ist schon ein stabiler Zaun. Ach so, okay. Ich hab jetzt so einen Boyz-Platz-Song gedacht. Nee, nee, nee. Dann können wir die einfach so aufschneiden und raus. Ja, ich steh auf, komplett benommen für einen Moment. Äh, guck nach oben, schau, ob, ob, äh, ob da oben war es so. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Schon okay. Schon okay. Ich versuch's vielleicht nicht nochmal. Wie wär's mit... Ich mein, vielleicht kann ich einfach der Echsenmensch durchziehen, Iggy, wenn er jemals wieder auftaucht. Der anderen Seite. Ich flieg jetzt einfach auf die andere Seite. Ja, wie hoch ist der... Okay, liebe Leute, ich, ähm, starte einen kleinen Timer. Ähm, fünf Minuten. Und ihr seht, ähm, wie hinten am Zaun ein paar Wachen entlangkommen mit Fackeln und den Zaun absuchen. Ich möchte, ähm... Nice. Ich möchte bitte... Wie hoch war der Zaun? Vier Meter. Was wolltest du sagen? Magical Tinkering. Anwenden. Und ich möchte, ähm... Ich möchte... Keine Ahnung, ich hab bestimmt irgendwas an mir. Das ist eine Schere oder so. Und wirf nicht einen Enterhaken. Oh, einen Enterhaken. Enterhaken, du weißt schon. Dein Leuchten, Enterhaken, wirfst du den, ja? Aber mach das Leuchten vielleicht zuerst weg. Ja. Also, ich Magical Tinkering auf meinen Enterhaken, äh, der zum Glück eine relativ lange Schnur hat. Ähm, und ich entferne das Licht, aber ich, ähm, füge etwas hinzu. Und zwar eine sechs Sekunden lange Nachricht. Und zwar... Ich hoffe, dass ihr das nicht hört, aber ich sag, schnell hier entlang! In diesen Enterhaken hinein. Okay. Und ich nehme diesen Enterhaken und werfe den Enterhaken so weit wie möglich zu den Häusern. Hm, zu den Häusern? Also, es sind doch da Häuser, oder nicht? Ja, ja. Genau. Also, so, dass halt, es geplant ist, es ist in einer Gasse. Mhm. Aber... Dann, ähm, wirf mal bitte einen, ähm... Performance? Performance wahrscheinlich. Dexterity, oder? Ja, habe ich Dexterity, ja. Dexterity? Ja. Also, musst du wissen, wenn ich für die... Machen, ja. So. Sie lacht jetzt schon. Ja! Perfekt! So, Dexterity plus null. Perfekt, 17, aber trotzdem. Äh, du triffst Dachziegel, ähm, von einem der Häuser, die runterfallen und, ähm, tatsächlich siehst du, wie die Wachen, die hinten am Zaun immer näher kommen. Ähm, hinschauen und er schickt einen Kollegen los, die sind nur noch zu zweit. Okay. Okay, ich echo night. Der Interhaken ruft, hey, hier lang, ne? Also, dieses Recording wird ja dann wiederholt, sozusagen. Hey, hier lang, hey, hier lang. Okay, ich echo night mich rüber, bin wieder auf der Seite von Lizzie, gehe auf die Knie, komm jetzt, und geh wieder zu deutlich, was er auf meinen Schultern soll. Auf deine Schultern klettern? Fuckin, Mauki, natürlich klettern! Was soll ich denn? Okay. Zwei Minuten. Lizzie klettert auf deine Schultern. Ja, damit überbrücken wir ja schon zwei Meter oder so. Ah, oh, Sekunde. Ich würde, ich würde, dann, halt dich gut fest. Du musst dich festhalten, du bist auf die Schultern. Nein, 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 nein. Halt dich gut an den Stanken fest. Denn ich benutze Rabbit Hopp. Ah. Und, ähm, ich möchte springen. Ja, bitte. Rüber, einfach rüber mit dir. Ist mir egal, wie. Wie FC. Und zwar, hier steht leider nicht, ob man das würfeln muss oder nicht, weil das ist as a bonus action. Ich schätze mal, das ist einfach. Kannst du einfach machen. Also, das ist wahrscheinlich Movement, oder? Ja. Ich würde dann einfach hoppen. Ja. Ja, dann hopp mal. Wie hoch hoppst du denn damit? Äh, zehn Feet. Ich weiß halt nicht, wie das übertragen in unsere Meter-Angabe ist. Boah. Ist mehr, mehr als zwei Meter. Das ist mehr als zwei Meter auf jeden Fall. Also, du bist drüber und auch wieder runter. In drei Meter. Perfekt, okay. Die zwei Meter haben wir gefehlt. Perfekt. Ja, und während sie, hopps, gehe ich wieder rüber und fange sie so auf. Perfekt. Jesus, fuck. Was für eine Geburt. Okay, äh, die Wachen kommen mal näher. Was tut ihr? Ja. Also, ich hab hier... Wo lang? Wo lang? Wo ist er hin? Ich gucke auf Iggy. Ich suche eine Nostra. Kaputtenbrücke und dann ins Brandviertel. Wir treffen uns an der Kaputtenbrücke. Okay, dann laufen wir zur Kaputtenbrücke durch dieses Waldstück dort, was dort ist. Ja. Perfekt. Ja. Ähm, ihr seid an der Kaputtenbrücke angekommen. Oh. Da. Ha. Da kommt schon ein Sek. Wissen wir, wo lang es geht. Wir wissen es wahrscheinlich auch, ne? Also, Ben, denke ich, weiß, wo lang es geht. Ach, wenn ich... Also, ich fühl sie dann genau. Ich fühl sie dann von der Kaputtenbrücke weg in das tatsächlich niedergebrannte und nicht mehr aufgebaute Viertel. Da hat dann einfach jeder gesagt, ach, schade, das Gossenviertel ist gebrannt. Who cares? Und zwar in der offizielle, äh, Antwort darauf, warum es gebrannt hat. Interessant. Waldbrände. Ja. Das müssten wir ja mitbekommen haben, oder? Waldbrenn. Ach so. Man kennt's. Ja, und dann führe ich sie tatsächlich zu einem, äh, ausgebrannten, wo die Grundmauern und so ein paar Stiegen noch sind, ähm. Und, ja, hier hab... Hier haben wir gewohnt. Äh, die Familie Summersoul. Mein Dad. Ja, eine übrig gebliebene Ruine von einem Haus, was eigentlich wahrscheinlich ganz nett ausgesehen hat, ähm, weit und breit steht kein wirkliches Haus mehr mit irgendeinem Dach, es ist alles niedergebrannt, ähm, alle Bäume, die ihr dort seht, sind komplett verkohlt und verbrannt, auch die Erde ist noch relativ schwarz. Das Feuer ist schon viele, viele Jahre her, aber trotzdem, ähm, es sieht noch so präsent aus, also nie hat jemand Kraft, Zeit oder Willen sich dem ganzen... anzunehmen, ja. Ihr könnt reingehen und, ähm, es gibt ein paar Stellen, die überdacht sind, ein paar Stellen weniger. Und, ähm, da könntet ihr es euch gemütlich machen, wenn ihr möchtet. Ich setz mich mal hin. Ich setz mich auch hin. Wahrscheinlich sollten wir wohl kein Feuer anmachen. Ist es eigentlich Winter oder Sommer? Ist es Herbst? Ist es Frühling? Ich rechne die ganze Zeit mit so einem Frühlingswetter. Also Samen ist schon kalt. Okay. Ich hab ja mal eine schwarze Robe, die ich mir zur Trauerfeier angezogen hab. Und, ähm, Iggy, ist dir kalt? Ähm, mir noch nicht. Ich bin das Wasser gewöhnt, aber Lissi bippert. Zieh deinen Mantel am besten, die Bande warst auch im Wasser. Ich brauch das hier nicht. Will jemand unter den Flügel? Oh, süß. Oh ja, unter den Flügel. Ich geh ganz schnell unter den Flügel. Okay, ich schau mal mal selber an. Verstehe ich schon. Ich würde auch zusammenrücken und Leo dazu rufen, denn Fell ist auch warm. Oh. Danke. Wir, wir, wir bereden morgen, wie wir vorgehen. Ja, wenn wir, wenn wir tatsächlich, überhaupt vorgehen können, aber das schauen wir morgen. Nun, wir sind erst mal, na, sicher sind wir nicht, aber sowas wie zu Hause immerhin. Okay. Ja. Und, ähm, ein sehr, sehr langer, anstrengender Tag neigt sich dem Ende zu. Ähm, heute ist viel passiert. Heute habt ihr eine Freundin verabschiedet oder eingekerkert, musset abbrechen. äh, ausbrechen. Ähm, kamt, äh, durch die Kanalisation an den Wachen vorbei und seid jetzt nun in eurem Alten, wenn man möchte, zu Hause. Ähm, was passiert ist, wer schuld war? Ihr könnt nur grobe Theorien aufstellen, oder? Ausführlichere Theorien, bei Lissi zumindest. Ähm, legt euch schlafen, ähm, mit einem wahrscheinlich sehr unwohlen Gefühl. Und ich würde sagen, für heute war es schon echt eine lange Runde, oder? Mhm. Mach mal Claps in die Chats. Annis erste Runde als SL. Mega gut. Ja, respekt. Ich muss erstmal kurz so ein bisschen meine Chill-Position gehen. Ja, ich bin die ganze Zeit so aufmerksam gewesen. Ich muss diesen Kopf loswerden. Oh Gott. Oh, ein bisschen der Mauser. Oh, so ein bisschen Druck stellen. Ui. Puh. Das war auf jeden Fall der König. Anni, ich will eine private Nachricht von dir vorlesen, die du uns eingeschrieben hast. Okay. Musst du nur kurz aussuchen. Der Tenor war auf jeden Fall, hey, Leute, ich weiß nicht genau, ob wir das zeitlich schaffen. Wäre es okay, wenn wir eine zweite Session machen? Ich kann es nicht so gut einschätzen. Weiß nicht, Anni. Jetzt so nach deiner ersten Session, wie schätzt du das ganze zeitlich ein? Ja, ich bin immer noch beeindruckt davon, wie ihr das jemals hingekriegt habt. Irgendetwas zeitlich in irgendeinen Rahmen zu packen. I don't get it. Ja, wie findet ihr die Geschichte, die Story bisher? Ihr habt noch nicht so viel von der Story gefunden. Prolog ist durch, was sagt ihr? Der Aufhänger. Wir haben den Aufhänger. Wir haben deine Welt. Oh, da will ich ganz großes komplimentieren. Sorry, Ben. Ich will nicht ins Wort. Au rein, nein, nein, nein. Ich will einfach nur ein ganz großes Kompliment an die Maps und so schon mal aussprechen. Und das Worldbuilding, generally speaking so. Ja! In meinen ersten Dungeon Master Sessions, das ist also nicht ansatzweise so, wirklich ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz große Claps. Nicht nur an die Maps, sondern das Worldbuilding, generally. Weil ich weiß nicht, wie es den anderen gegangen ist, aber ich fand die Welt sehr lebendig, sehr nachvollziehbar, sehr präsent einfach. Aber sorry, Ben, ich will hier doch ins Wort. Bist du nicht? Du nimmst mich nur aus dem Mund. Ich gehe dir vollkommen d'accord. Du hast wunderschöne Themen, die gar nicht so schön sind, aber tolle Reibungspunkte geben. Mit uns als die Außenseiter in einer sehr unangenehmen Stadt, muss man sagen, für uns. Was eine sehr coole Einladung für Rollenspiel ist. Und ja, der Aufhänger für die Geschichte schreit nach mehr. Ich hatte einen wundervollen Abend mit euch. Oh, dieser Magier fuckt mich so ab. Ey, sorry. Wir schnappen uns auch noch. Also, der Magier, der uns schlappen gelegt hat. Nein, der, der die Zyankali genommen hat, der Wichser, Alter. Was ist denn das für einer? Ja, der ist schon, der ist weg. Also, ich muss sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er gegen ihn kämpft. Ich dachte, diese Warnung von der hat einen mit einem Schlag ausgenockt, war sehr deutlich. Ich habe jeden seiner Schadenswürfe nur ein Drittel gemacht. Und er hätte theoretisch einen Angriff gehabt, mit dem er, ach, ich alle eigentlich hätte one-shotten können. Er wäre hier nicht rausgekommen. Also, das war wirklich, 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 wirklich ein harter Wichser. Ich dachte eigentlich, das ist so ein Ding von, okay, wir spielen jetzt ein, wie kommt ihr vor dem weg? Wie haut ihr vor dem ab? Flucht-Ding. Und er war so, nö, wir hauen auf die Schnauze. Und ich war so, okay. Ich gucke so ... Ich schätze niemals die Inkompetenz der Spieler. Zehn, die acht Schaden. Erstes Zitat, ich hätte nie gedacht, dass ... Ah ja, okay. Ja, ja. Das ist der Dauereffekt als Spielleitung. Mhm. Was ich sagen wollte, ist, ich habe starke Game of Thrones mit Tiermenschen-Vibes. Ja. Gerade mit der Ermordung beim Bankett. Also, Game of Thrones, das ist noch Gefahr, ne? Oh, das ärgert mich so dermaßen. Ich habe ja gewürfelt auf Gift im Getränk. Und ich habe einen Moment lang wirklich gedacht, ich schreie Stopp. Also, ich war so kurz davor, Stopp zu schreien, weil ich mir das so krass gedacht habe. Aber ich habe halt nichts gemacht. Du hattest es ja auch nicht im Getränk. Also, du hast es ja ... Ja, nein, aber ich hatte halt so einen Moment lang gedacht, okay, ich muss eigentlich alle aufhalten, weil ich nicht weiß, wer ... Stimm mal vor, ich hätte das verhindern können. Das ärgert mich so im Nachhinein, dass ich das nicht verhindert habe. Ich bin froh, dass es nicht verhindert hat. Also, wenn meine Story ein bisschen hin ... Kann ich einmal, by the way, ganz, ganz, ganz große Props an Ben aussprechen und die sein so nett oder wo man einfach die Hospitätin will. Also, deine Trauerrede. Das passiert dauernd. Fragt Mairi. Ich stichte sie hoffentlich die ganze Zeit zu in unseren Strixhaven. Das geht nicht anders. Gedichtband, Ben. Ich meine es ernst. Wir bringen den Gedichtband raus. Ja, ja, es kommt ein Gedichtband rein. Da will ich ganz, ganz große Props aussprechen. Ey, es tut mir übrigens wirklich, wirklich leid. Ich hatte das Gefühl, Leo war so einvernehmend im ersten Drittel der Story. Das wollte ich nicht. Das ist irgendwie eskaliert. Warst du nicht. Einvernehmend? Was? Ja, dann musst du dir so Tabaxi knallen. Das war halt ... Ja. Großer Story-Plot. Danach warst du auch gelöster. Ja, du hast es mal gebraucht nach langer Zeit. Es war eine fantastische Gruppe. Ja, also, wir müssen auf jeden Fall Anni erloben, die ihren ersten Schritt hier bravourös gemeistert hat. Wirklich bravourös. Und ich bin echt froh, dass du diese Gruppe zusammengestellt hast. Erstens von der Idee her sehr schön. Und zweitens habe ich es sehr genossen, jetzt auch mit den Spielerinnen und Mitspielern hier diese Dynamik zu entfalten. Und ich liebe unsere Charaktere. Ich liebe eure Charaktere. Und ich freue mich, dass es nicht beim One-Shot bleibt. Oh, Izzy geht mir so auf den Sack, Lizzy, Alter. Diese verschwörungstheoretische, rassistisch-sexistische Hasenfrau, Alter. Boah, die Königin ist an allem schuld. Der Mann muss regieren. Hör mal. Also 2022, auch Frauen können regieren. Ich schwöre dir, es macht mir trotzdem sehr viel Spaß, weil ich bin so hochintelligent, aber trotzdem komplett paranoid. Da steht das voll lustig, ich bin dein Charakter wirklich sehr lustig. Ich finde auch Marie, wie sie Kinkaro spielt, super. Ja, das ist so gut. Aber das ist, also ich glaube, mein Charakter harmoniert am besten sogar tatsächlich noch mit Ben und Iris, weil ihr seid halt so ein bisschen stumpfer. Und meiner... Ich habe Intelligenz plus drei, aber mir sind Attribute vollkommen egal, weil das ist eine andere Art von Intelligenz. Ja, aber es ist halt so, man kann euch irgendwas einreden und ihr seid so, Leo ist alleine, wir müssen ihn retten. Weiß nicht, wie Sex funktioniert. Wir sind vier sehr interessante Stadtmusikanten, das muss man schon sagen. Ja, aber das hat sehr viel Spaß gemacht, Anni. Also du warst zwar nervös am Anfang, aber du hast dich irgendwann so krass gefangen, dass du... Allein deine Einleitung war schon... Ja. Point. Ja, cool. Das war wirklich... Wie fandest du es als First-Time-DM? Ziemlich cool. Also ich war mir zwischendurch nicht sicher, ob ich euch zu viel machen lasse, ob ich euch mehr sagen soll oder ob ihr mehr machen wollt oder mehr Anleitung braucht. Aber wie war euer Gefühl da? Das kriegst du auch raus. Also ich fand es jetzt nicht geleitet. Und als wir gestopft haben, hast du uns den Teppich gegeben als Hinweis. Wunderbar. Ja, also wir hatten jetzt keine Längen, wo wir gesagt haben, es geht gar nicht mehr weiter, oder? Ja, ich muss sagen, bei dem Kerker war ich so ein bisschen stuck. Ich war so, eigentlich kann man nicht durch die Vordertür aus einem Kerker raus. Aber wir hätten doch hinten einfach was explodieren lassen können. Ja, dann hättest du halt 20 Wachen drin gehabt. Hättest du dir alle non-lethal geschlafen legen wollen. Wer redet von non-leaf? Ich hab eine Kanone. Ja, aber in der Welt zum Beispiel könntest du jetzt eigentlich nicht wirklich einfach eine Wache töten. Das wäre schon ein Mord. Also es wäre schon ein Verbrechen. Und wenn ihr nicht für das Verbrechen in den Knast kommt, dann auf jeden Fall für die, die ihr begehen werdet. Also da, finde ich auch, haben Ben und ich eine echt coole Lösung gefunden, Alter. Auch das mit dem Pantomime, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand aber auch, um mich Bens Feedback anzuschließen, also ich bin persönlich mehr so der Fan in D&D, aber da ist auch jeder Geschmack anders, wenn einfach Freilauf gegeben wird. So wie du es im Prinzip gemacht hast. Weil, ähm ... Oh nein, wir haben jetzt nur 15% der Story gespielt oder 20 oder 3, ist ja auch egal. Aber wir hatten trotzdem 5 Stunden Spaß. Und das ist ja im Endeffekt das, also ich zumindest. Und das ist ja im Endeffekt das, wofür D&D dann sein soll. Aber das ist just my point of view. Ich will mir sicher, andere Spielerinnen und Spieler lassen sich auch gerne mehr leiten und das ist auch in Ordnung. Aber ich fand das super gut, wie du das angegangen bist. Was wäre eigentlich gewesen, wenn wir nicht aus dem Kerker rausgekommen wären, weil wir keine Spells gehabt hätten? Oh, keine Was-wäre-wenns, das finde ich immer doof. Ah, ich hätte nur gerne gewusst, ob wir dann exekutiert werden oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Es war schon geplant, dass ihr da rauskommt. Hätten ihr das nicht mit Spells gemacht hättet, hättet ihr eine Wache versuchen können, zu überzeugen. Ihr hättet, ähm, wen bestechen können. Ihr hättet wen herrufen können und wie auch immer. Also, ich glaube, da wäre was gegangen. Ich habe überall im Kerker Schlüssel verteilt, die, wenn einer rausgekommen wäre, hätte finden können. Ja, ich frage mich, es gibt immer die Situation, es gibt immer die Situation, dass halt alle Würfe scheiße sind und ihr nichts findet und ihr nicht rauskommt und ihr alle Ability-Checks verkackt. Aber das ist halt so das Worst-Case-Szenario. Da hätte ich mir irgendwas ausgedacht. Keine Ahnung. Ich frage dich, was wäre, wenn's halt nicht einfach nur, weil ich irgendwen, äh, auflaufen lassen will oder so, sondern ich weiß halt, dass man solche Dinge mit drei, vier verschiedenen Ausgängen plant beziehungsweise gerne auch mal Dinge versteckt, die niemals entdeckt werden. Und ich weiß halt nicht, ob es manchmal manche Leute ärgert, dass sie halt so viel Sachen, so viel Arbeit reinstecken, aber diese Arbeit halt nicht entdeckt wird, weißt du? Das ist halt, warum ich ab und zu ganz gerne was wäre, wenn frage. Ich finde, was wäre, wenn cool am Ende eines Abenteuers. Das finde ich dann cool. Ach so, ja, von mir aus. Ich meine, wir werden ja jetzt nicht mehr in den Keller reinkommen, so, das war mein Gedanke. Ja, aber das war für mich persönlich mal so ein bisschen die Magie kaputt. Weißt du, das ist so, weil für mich ist das jetzt so, okay, das ist unsere Lösung gewesen, so, wir sind mehr oder weniger alleine draufgekommen, wir haben es erarbeitet und dann so, weißt du? Das ist so für mich die Point of View. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich hätte noch eine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn unter diesen 2000 noch was ZuschauerInnen, die jetzt gerade zuschauen, so Leute sind, die Fanarts malen. Was wäre dann? Was? Was? Nee, nee. Aber stellt euch doch mal die Truppe als eine coole kleine Zeitstrickserie vor. Ja, wie wäre das mit einer Animation? Ich habe uns alle als Comicfiguren gesehen. Ja, auf jeden Fall. Dich stelle ich mir, also dir muss ich tatsächlich noch jemandem schicken, Ben. Es gibt nämlich eine Comicfigur, die passt perfekt zu deinem Charakter und jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, habe ich genau diese Figur vor meinem inneren Auge. Ist das Schwabba aus Urmel? Nein, das ist aus einer Netflix-Serie, so eine Echse, die auch genauso redet wie du. Okay, schickst mir. Ich finde aber auch, Leo und Iggy sind so. Wir sind so. Wie fandet ihr Calvin? Calvin ist der Verräter, hat er schon gesagt. Ich will es kommen, wenn Calvin der Verräter ist, also bringt Leo sich selbst um. Straight up, weil der nicht mit dem Fahrrad umgehen kann. Also das Mystery um Calvin, da bin ich echt gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das aufgelöst wird. Vom Gefühl her, wie viele Zeitstunden hast du so ungefähr in alles gesteckt? Also von Maps bis Story und Ausdenken und so weiter. Nur Pi mal Daumen überschlagen. 50? Jesus, fuck, Alter. Ich habe aber auch sehr viel Zeit in die Maps investiert, was gar nicht hätte sein müssen. Also an der Story schon lange, aber an den Maps auch noch mal länger. Also ich glaube, das ganze Ding hätte auch komplett ohne eine einzige Map funktioniert. Aber ich habe so viel Spaß daran gehabt, die zu bauen. Ich würde das auch so viel schöner. Also ich bin ein großer Fünfer, ein Vierter auf Mind. Aber ich liebe es, was Visuelles zu haben. Ich auch. Und sie sind halt auch wirklich sehr schick geworden. Fandet ihr das zu Railroadie mit den Maps, auch mit dem Kerker bisher, wo sich wer befindet, wo man lang kann und wo nicht? Nein, wir hatten es ja ganz offen. Und zum Beispiel, dass Bens Charakter seine Aussehen verändern konnte, hatten wir ja sogar eine super Lösung dafür, wie wir uns da durchbewegen. Das hat doch alles funktioniert. Also ich habe mich da nicht nicht gegängelt gefühlt in dem Gefängnis. Ich habe überflüssig die arme kleine Kinkarou. Wenn ich ein Feedback geben kann, dann ist das im ersten Encounter gewesen. Also du kannst dich damit rechnen, dass Spieler dumm sind. Das fällt schon mal raus. Wenn du davon ausgehst, dass wir kämpfen oder so, also dass wir dazu sechst auf einem 2x2 Square waren, war schon sehr anstrengend irgendwie zu verfolgen. Ich war 2 Meter höher. Ja, das stimmt. Weil sie ging ja nicht davon aus, dass wir kämpfen. Ja, ich ging wirklich nicht davon aus, dass sie kämpft. Ich dachte mir, Alter, das ist ein Kollege, der sieht so brutal aus. Wollt ihr wissen, was das für einer war? Nee, 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 nee. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein krasser Ficker. Ich habe halt extra irgendwas genommen, was halt super, super stark ist. Wo ich mir dachte, ja komm. Aber das wissen die blöden, spielenden nicht und die Charaktere haben halt eine andere Motivation. Also als da die Tieflinge am Boden lag, war klar, dass da der Drecksack platt gemacht werden muss. Der bringt sich halt raus oder so. Das hätte der ja auch machen können. Vor allen Dingen ist halt Edcom immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, der Typ konnte ja scheinbar auch fliegen. Naja, man hätte sich halt trennen müssen und so weiter. Das wäre halt echt schwierig gewesen. Wir hätten die Kurzschuld dann verpissen können zum Beispiel. Was hätten wir? In die Kurzschuldung zu bissen. Also der hat ja wahrscheinlich Vampiric Tatra so gecastet. Das ist ja schon, auf plus neun Attack war ich schon so, Jesus, fuck, Alter. Also als Burak war ich so, oh shit, wir sollten die nicht kämpfen. Aber als Leo war ich so, weißt du, was dem fick ich jetzt? Ich hatte so ein bisschen drauf gehofft. Was bist du? Nicht bist du, komm her, du. Ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass die drei DMs, wenn die merken, okay, das kann der, yalla. Das ist ja Meta. Und Leo denkt sich ja nicht so, boah, scheiße, Alter, der hat eine plus neun auf Attack. Der sieht nur so, scheiße, der hat meine Freundin umgebracht, dieser Wixer. Das ist ja das, was er sieht. Ja, und es ist auch, man ist sehr schnell überrascht auch davon, wie viel Schaden Stufe 4 Charaktere auf Spielerseite raushauen können. Ich hab mich auch gewundert, Alter. Also, ja, also gerade die Sorceress, die Zauberin, die kann ja ihre Zauber noch mal verstärken oder so etwas und dann mit Hexenpfeil kann ich jede Runde 20 Schaden raushauen wieder und wieder und wieder und wieder. Dann wäre es halt so, ja, dann hätte vielleicht die Harren Gott nicht überlebt, aber Opfer gibt's immer. Ja, aber zum Beispiel, ich hab dann versucht, als er abgehauen ist, da hab ich ja die Verfolgung abgebrochen, bis Mocke mich wieder losgescheucht hat. Weil ich dachte, weil ich dachte, ah, die Szene ist zu Ende. Gott, wir bleiben jetzt beisammen. Never! Ich hatte halt die Hoffnung, dass wir irgendwie cool Lootbein finden, so, aber da gab's halt nichts. Mit Zettel. Der Zettel ist schon mal gut. Ein Zettel, ja. Wir haben nichts gefunden. Nein, es gab keinen Zettel. Alles im Wissen. Ich wollte das überhaupt nicht vor irgendwelchen Leuten erzählen. Du warst so sass. Am Anfang, als du einfach Mali gesagt hast, nee, da steht nichts Wichtiges drauf. Was? Ich hab auch voll lang als Burak gebraucht, um zu verstehen, dass dein Charakter nicht lesen kann. Ja, kann es nicht. Ich hab das voll spät erst gecheckt. Du schön. Ich bin nie zur Schule gegangen. Sind das die gleichen Buchstaben? Das war schon cute, Alter. Stimmt schon. Nee, es war halt wirklich das Ziel, am Anfang nicht, nicht die Zeit damit zu verschwenden, mit dem Zettel. Aber in dem Saal wollte ich halt es einfach nicht vor irgendwelchen Menschen. Also, Mauki. Immer die Charaktere, die gegen niemandem vertrauen. Ich bin der Einzelklinge, aber ich hasse jeden. Aber eine schwarze Kapuze, darüber zieh ich eine schwarze Kapuze. Ich mein, Bruce war jetzt auch nicht unbedingt vertrauenswürdig. Ich check deinen Charakter eh noch nicht, Alter. Der hat irgendwie keine Connection zur Kanalisation oder was? Oder warum bist du da unten so, bist du ein Rattenmensch eigentlich? Sorry. Halt die Ohren drauf. Einfach IRL-Ratfolgs. Ich weiß auch nicht. Tut mir leid. Wer sind sie? Okay. Ey, Leute, ich bedanke mich fürs Mitspielen. Das war richtig cool. Lass uns schreiben, wenn es weitergeht. Ich will euch den Rest der Story zeigen. Wir wollen sie sehen. Noch zum Abschluss, so von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit General? Also so mit dir, Abenteuer und Erfahrungen einfach so. Ich habe das Gefühl, ich würde sagen, eine 7. Also ich bin nicht 100% happy, weil ich das Gefühl habe, immer wenn ich meine Story durchbringen wollte, musste ich die so ein bisschen aufzwingen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte die nicht so natürlich rüberbringen. Ist halt aber auch eher so ein Gefühl. Ja. Mein Gefühl. Ja, ja. Ist ja okay. Seid ihr belassen auf jeden Fall. Ja. Weil ich habe mich jetzt irgendwie nicht gezwungen gefühlt oder so. Ja. Also ich dachte zumindest, okay, die Königin muss gleich irgendwas trinken und umkippen. Das fand ich gar nicht so, weil es war für mich ein schöner Segway, das meinte ich am Anfang mit Deine Welt fühlt sich realistisch an. Weil im Gegensatz zu einigen anderen Charactern hat mein Charactern hat nur nicht die Hoffnung alles Gute in der Welt verloren. Und deswegen war so die Geste von der Königin für mich so logisch nachvollziehbar. So okay, die versucht diese Tiermenschen so mehr zu integrieren. Dann ist ja auch logisch im Umkehrschluss, dass sie versucht die Tieflinge mehr zu integrieren. Und dann ist ja logisch, dass sie dort vielleicht so einen speziellen zeremoniellen Sekt und so, weißt du, das meine ich halt so. Hätte jetzt einfach so random gesagt, jo, jetzt lassen uns alle einen Krug Bier trinken, das wäre schon weird gewesen. Aber es war halt, wie gesagt, für mich super organisch so. Mhm, okay. Ja, also wie gesagt, es ist ein starker Antrieb dann jetzt auch für die Gruppe, finde ich, an dem wir weiterziehen können. Und auch Kudos an die Gruppe, weil ich vorhin kurz im Chat gesehen habe, meine Hintergrundgeschichte war tatsächlich mit der Tiefling sehr verbunden. Da hätte was gehen können. Ich sage jetzt nicht Tabaxi, aber es war sehr angetan und ich habe das Gedicht vorgeschrieben. Nur ich habe es live ein bisschen noch abgeändert, nachdem ich gemerkt habe, fuck, die stirbt. Fucking dead, man. Das war nicht gut. Aber eure Reden, also die Szene an sich, sau cool. Also ein saucooler Rollenspielmoment. Meires Rede war richtig schön. Sau. Boah, die Rede war greifend. Wir werden dich finden, egal wo du bist, wir werden dich finden und töten. Und vielleicht bist du hier im Raum, das weiß ich nicht. alle weinen. Alle weinen. Die Ohren angelegt und so ein großes Auge. Mal das. Big Changas hat gesprochen. Ja, aber danke nochmal für die Einladung, Andi, fürs Organisieren und vor allen Dingen danke für die ganze Arbeit, denn ich glaube, wir können ganz gut appreciaten, wie viel mir dahinter so steckt. Deswegen nochmal von mir abschließend ganz 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 lieben Dank und ganz viele Claps. Klapp, 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 klapp. Okay, dann verabschiede ich mich. Dankeschön, bis mitspielen und bis hoffentlich ganz bald, wenn wir weiterspielen. Jo, bye, bye. Peace. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017